Minette Wolters Fuchsjagd Juni 2001 Lautlos schlich der Fuchs durch die Nacht auf der Suche nach Futter. Nur die weiße Schwanzspitze, die hin und wieder in der Dunkelheit aufblitzte, verriet ihn. Mit bebenden Nüster nahm er die Witterung eines Dachses auf und schlug einen Bogen um das Stück des Weges, wo dieser seine Reviermarke gesetzt hatte. Er war ein scheues, kluges Tier. Und so vermied er es wohlweislich, einem gefräßigen, angriffslustigen Gegner in die Quere zu kommen, dessen Maul voll todbringender Zähne stak. Der Duft brennenden Tabaks mahnte ihn nicht zu solcher Zurückhaltung. Er verhieß vielmehr Brot und Milch zur eigenen Stärkung und versprach ein wenig gebratenes Huhn für seine Fähe und ihre Jungen. Er blieb zunächst einige Minuten reglos stehen, um lauschend und spähend zu prüfen, ob sich irgendwo etwas Ungewöhnliches rührte. Da war nichts. Der Raucher, wer immer er sein mochte, war so still und leise wie er. Arglos näherte er sich endlich dem vertrauten Geruch. Er wusste ja nicht, dass der Qualm von einer selbstgedrehten Zigarette aufstieg und nicht aus der Pfeife, die er kannte. Die Falle, ein unerlaubt aufgestelltes Gerät mit scharfen Metallzähnen, schnappte mit der Unerbittlichkeit eines mächtigen Dachsgebisses zu. Sie riß das Fleisch seines zarten Vorderlaufs in Fetzen und brach den Knochen. Laut jaulend vor Schmerz und Zorn schlug der Fuchs in die Leere der Nacht auf der Suche nach dem vermeintlichen Gegner. Sein verzweifeltes Geheul machte den Wald schlagartig lebendig. Vögel flatterten auf, nächtliche Nager huschten ins nächste Versteck. Als die Gestalt sich herumdrehte und einen Hammer aus der Jackentasche zog, bemerkte der Fuchs die von ausrasierten Schneisen durchzogene Haarmähne. Er ahnte wohl, dass er es mit einem Feind zu tun hatte, dem er an größeren Körperkraft nicht gewachsen war, denn er hörte auf zu klagen und wandte sich in wimmernder Unterwürfigkeit auf den Bauch. Doch der Hammer zertrümmerte ohne Erbarmen seine kleine spitze Schnauze, ehe die Falle geöffnet und ihm mit einem Rasiermesser die Lunte vom noch lebendigen Leib abgetrennt wurde. Sein Peiniger spiel die Zigarette aus und malte sie mit dem Absatz seines Schuhs in den Boden, ehe er den Fuchsschwanz einsteckte und das Tier beim Kraken packte. So lautlos wie zuvor der Fuchs glitt er zwischen den Bäumen hindurch bis zum Waldrand, wo er in den Schatten einer Eiche tauchte und stehen blieb. Fünfzehn Meter weiter, auf der anderen Seite des Grenzgrabens, stand der alte Mann auf der Terrasse. Er spähte zu den Bäumen hinüber und richtete in Schulterhöhe eine Flinte auf den unsichtbaren Beobachter. Im Licht der offen stehenden Terrassentür war sein zornentbranntes Gesicht zu sehen. Der alte Mann kannte das Klagen eines leidenden Tieres. Er wusste, die plötzliche Stille bedeutete, dass man ihm die Schnauze zertrümmert hatte. Er wusste es aus Erfahrung. Es war nicht das erste Mal, dass ihm der verstümmelte Körper eines Tieres vor die Füße geschleudert wurde. Den schwarz gekleideten Arm, der ihm den sterbenden Fuchs zuwarf, sah er nicht, aber er gewahrte das weiße Aufleuchten der schlaffen Läufe im Licht. Mit kalter Wut im Herzen zielte er und feuerte aus beiden Rohren in die Dunkelheit. Barton Edge Letztes Augustwochenende 2001 Der zehnjährige Wolfi nahm seinen ganzen Mut zusammen, um seinem Vater gegenüber zu treten. Seine Mutter hatte beobachtet, dass andere aufbrachen und fürchtete nun, dass sie mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnten, als ihr lieb war. Wenn wir zu lange bleiben, hatte sie geklagt und dabei ihre dünnen Arme um seine Schultern geschlungen, dann tanzen die vom Jugendamt hier an und schauen nach blauen Flecken. Und wenn sie welche finden, nehmen sie dich mit. Nachdem ihr vor Jahren ihr erstes Kind weggenommen worden war, hatte sie die beiden Kinder, die ihr geblieben waren, in Angst und Schrecken vor Polizisten und Sozialarbeitern großgezogen. Im Vergleich zu diesen Leuten waren blaue Flecken eine Lappalie. Wolfi kletterte auf die vordere Stoßstange des Busses und schaute durch die Windschutzscheibe ins Innere. Wenn Fox schlief, würde er um keinen Preis hineingehen. Der war der reinste Teufel, wenn man ihn aus dem Schlaf riss. Einmal, als Wolfi ihn aus Versehen an der Schulter berührt hatte, hatte er ihm mit dem Rasiermesser, das immer unter seinem Kopfkissen lag, die Hand aufgeschlitzt. Die meiste Zeit hockten Wolfi und Welpi, sein kleiner Bruder, unter dem Bus, während ihr Vater schlief und ihre Mutter weinte. Nicht einmal, wenn es draußen kalt und regnerisch war, wagten sie sich hinein, solange Fox drinnen war. Wolfi fand, der Name Fox passte zu seinem Vater. Er war wie der Fuchs, ein nächtlicher Jäger, der im Schutz der Dunkelheit unsichtbar durch die Schatten geisterte. Manchmal schickte seine Mutter ihn Fox hinterher, um herauszufinden, was er machte, aber Wolfi hatte zu viel Angst vor dem Rasiermesser, um seinem Vater lange auf den Fersen zu bleiben. Er hatte gesehen, wie Fox es bei Tieren zum Einsatz gebracht hatte. Er hatte das Todesrasseln eines Rehs gehört, als er ihm in aller Gemächlichkeit die Kehle durchgeschnitten hatte und das räuchelnde Quietschen eines Kaninchens. Fox tötete niemals schnell. Wolfi wußte nicht, warum das so war, aber das Gefühl sagte ihm, dass Fox die Todesfurcht anderer genoss. Sein Gefühl trug ihn hinsichtlich seines Vaters nicht, aber er behielt seine Gedanken genauso für sich wie die sonderbaren verschwommenen Erinnerungen an andere Männer und an Zeiten, als Fox nicht dagewesen war. Keine war konkret genug, um ihn zu überzeugen, dass sie die Wahrheit wiedergab. Die Wahrheit für Wolfi war die entsetzliche Angst vor Fox und der ewig nagende Hunger, der nur im Schlaf nachließ. Er hatte gelernt, den Mund zu halten. Sein Vater lag nicht im Bett. Wolfi nahm seinen ganzen Mut zusammen und kletterte durch die offene Vordertür in den Wagen. Er konnte Wasserplätschern hören und erriet, dass sein Vater sich hinter dem Vorhang befand, der den kleinen Waschraum abtrennte. »Hey, Fox, wie geht's denn so, Mann?« Der Vorhang wurde scheppernd aufgerissen. Dahinter stand sein Vater bis zur Taille nackt. Von seinen behaarten Armen tropfte das Wasser nach der Wäsche in der alten Blechschüssel, die als Badewanne und Waschbecken diente. Wolfi zuckte zusammen, doch er wich nicht zurück. Sein Vater griff nach dem Rasiermesser. Er zog mit der Spitze seines Rasiermessers die ausrasierten Schneisen auf seinem kurzgeschorenen Scheitel nach. Wolfi verstand nicht, wieso sein Vater sich mit dem scharfen Rasiermesser niemals schnitt. Es war doch nicht normal, sich so ein Ding über den Schädel zu ziehen und dabei kein einziges Mal auszurutschen. Fox benutzte nicht mal Rasiercreme, damit es leichter ging. Manchmal fragte sich Wolfi, warum Fox nicht einfach alle seine Haare abrasierte. Er machte sich vielmehr die Mühe, unregelmäßige Streifen auszurasieren, um die kahlen Stellen zu kaschieren und ließ das bisschen Haar hinten und an den seidenen Dreadlocks auf die Schultern hinunterfallen. Sein Haarausfall wurde immer schlimmer. Wahrscheinlich hatte Fox riesige Angst davor, eine Glatze zu bekommen, obwohl er, Wolfi, das überhaupt nicht verstand. Die richtigen, harten Typen im Film hatten oft kahlgeschorene Köpfe. Im Spiegel traf sein Blick mit dem seines Vaters zusammen. »Was starfst du mich so an?« knurrte der. »Was willst du?« »Du hast bald eine Glatze, wenn das nicht aufhört,« sagte Wolfi und deutete auf die schwarzen Haare, die im Wasser schwammen. »Warum gehst du nicht zum Doktor? Ist doch nicht normal, dass dir gleich massenhaft Haare ausfallen, wenn du nur den Kopf schüttelst.« »Woher willst du das wissen?« »Vielleicht ist das erblich. Vielleicht wird es dir auch mal so ergehen.« Wolfi musterte sein blondes Spiegelbild. »Mam und ich haben wegen deinem Haarausfall im Internet nachgeschaut, wie wir das letzte Mal in der Bibliothek waren. Ich glaube, es heißt« Er hatte versucht, sich das Wort einzuprägen. »Alipezi.« »Da steht massenhaft was drüber drin. Und man kann auch was dagegen tun.« Fox' Augen zogen sich wieder zusammen. »Alipezi, du Idiot.« »Du bist und bleibst strohdumm.« »Bringt diese Schlampe dir eigentlich gar nichts bei?« »Alipezi« ist das griechische Wort für Fuchsreude. »Das ist eine Krankheit, die Füchse befällt.« »Was Übles.« »Was meinst du wohl, wie ich zu meinem Namen gekommen bin, Dummkopf?« »Deshalb nennt man mich Fox Evil.« Wolfi hatte da seine eigenen Vorstellungen. »Fox.« »Fuchs.« »Das war alles das Gleiche und stand für teuflische Schleue.« »Und etwas Übles?« »Das war was Schlimmes, Böses.« »Ja, ja.« »Der Name passte zu seinem Vater.« Wolfi schoss ein Tränen in die Augen. »Ich wollte dir doch nur helfen. Viele Männer kriegen eine Glatze. Es ist gar nicht schlimm. Meistens geht die...« Er versuchte es noch einmal. »Hallo, Pizzi, wieder weg. Und die Haare wachsen nach. Vielleicht ist es bei dir auch so. Du darfst nur nicht nervös sein. Daran kann es nämlich liegen, dass einem die Haare ausfallen.« »Und wenn es was anderes ist?« Wolfi hielt sich an der Rückenlehne eines Stuhls fest, weil ihm die Knie so heftig schlotterten. So weit hatte er sich nicht vorwagen wollen, auf ein Gebiet voller Wörter, die er nicht aussprechen konnte, und Theorien, die Fox wütend machen würden. »Da hat was davon gestanden, dass es auch von Krebs kommen kann.« Er holte tief Luft. »Und wenn man zuckerkrank ist oder Arthritis hat?« Er sprach hastig weiter. »Mam und ich finden, dass du zum Doktor gehen sollst, weil du krank bist. Es wird nicht besser, wenn du so tust, als ob es nicht da wäre.« Hat die Schlampe vielleicht behauptet, »ich wäre krank?« Wulfis Erschrecken spiegelte sich in seinem Gesicht. »Nein, nein, sie redet nie von dir.« Fox hieb das Rasiermesser in das hölzerne Waschbrett. »Du lügst!« brüllte er und fuhr herum. »Sag mir sofort, was sie gesagt hat, sonst kannst du was erleben.« »Dein Vater hat ein krankes Gehirn.« »Dein Vater ist böse.« »Nichts!« wirkte Wulfi mit Mühe hervor. »Sie redet nie was.« Die Angst gewann die Oberhand. Und Wulfi rettete sich mit einem Riesensatz durch den hinteren Ausstieg. Er tauchte unter den Bus und blieb dort, das Gesicht in die Hände gedrückt. Immer machte er alles falsch. Sein Vater würde seine Mutter umbringen und die vom Jugendamt würden die blauen Flecken an seinem Körper finden. Er hätte zu Gott gebetet, wenn er gewusst hätte, wie. Aber Gott war ein nebelhaftes Wesen, das ihm unklar blieb. Bella Preston war so fasziniert von Fox wie selten zuvor von einem Mann. Sie vermutete, dass er älter war, als er aussah, und schätzte ihn auf ungefähr Mitte 40. Sein auffälliges Pokerfeest ließ darauf schließen, dass er seine Gefühle eisern in Zaum hielt. Er sprach wenig, zog es vor, sich in Schweigen zu hüllen, doch wenn er sprach, verriet seine ausdrucksweise Bildung und eine gute Kinderstube. Manch andere Frau hätte sich vielleicht gefragt, warum er ausgerechnet ihr so viel Aufmerksamkeit schenkte. Selbstverständlich war es gewiss nicht, dass dieser rätselhafte Mann mit den blassen Augen sich zu der großen, fülligen Bella mit ihrem blondierten Stoppelkopf hingezogen. fühlte. Fragen beantwortete er nie. Wer er war, woher er kam, warum man ihm nicht früher schon mal auf einem der Lagerplätze begegnet war, das ging nur ihn allein etwas an. Es wunderte sie auch gar nicht, welchem Mann würden so eine ständig zugedröhnte Tusse und ihre Fratzen nicht auf den Geist gehen. Doch es machte sie misstrauisch. Die Kinder, blond und blauäugig, ängstliche kleine Klone ihrer Mutter, hockten meistens im Dreck unter Fox' Bus und passten auf, während die Mutter ziellos von Fahrzeug zu Fahrzeug wanderte und um Stoff bettelte. Bella fragte sich, wie oft sie den Kindern Tranquilizer verpasste, um sie ruhig zu stellen. Allzu oft nur, vermutete sie. Die Lethargie der Kinder war nicht normal. Sie versuchte, mit der Frau von Fox ins Gespräch zu kommen, indem sie ihr anbot, einen Joint mit ihr zu teilen. Aber es brachte nichts. Allen ihren Fragen begegnete die Frau mit Schweigen oder Unverständnis. Nur einmal stimmte sie Bella trübsinnig zu, als diese sagte, das Schwierigste beim dauernden Herumziehen sei der Schulbesuch der Kinder. Das Thema Schule kam erneut zur Sprache, als man am Montagabend in großer Runde und ganz entspannt vor Bellas ping-lila angemaltem Bus lag. Ich brauche nichts weiter als ein Haus mit Garten, das nicht in einer beschissenen Sozialsiedlung mitten in einer beschissenen Stadt voller Krimineller steht. Hier in der Gegend wäre es mir recht. Ein netter, anständiger Ort, wo meine Kinder zur Schule gehen können, ohne dass sie mir von irgendwelchen Schweinen, die höchstens eine Verbrecherkarriere vor sich haben, verdorben werden. Mehr verlange ich gar nicht. Deine Kleinen sind zum Anbeißen, Bella, sagte eine sinnende Stimme. Die werden so oder so verdorben werden, sobald du mal nicht hinschaust. Als ob ich das nicht wüsste. Dem ersten Kerl, der's versucht, schneide ich den Schwanz ab, so wahr ich hier liege. Ein leises Lachen tönte von der Ecke des Busses herüber, wo Fox im Schatten stand. Da wird's schon zu spät sein, murmelte er. Du musst jetzt was tun. Und was bitte? Er löste sich aus dem Schatten und blieb mit gespreizten Beinen über ihr stehen, sodass seine großgewachsene Gestalt den Mond verdeckte. Ganz einfach. Du erhebst gemäß dem Gesetz über Ersitzungsbesitz Anspruch auf ein Stück kernloses Land und baust dir selbst ein Haus. Sie blickte mit zusammengeknüffelten Augen zu ihm hinauf. Wovon zum Teufel redest du da? Seine Zähne blitzten auf, als er kurz lächelte. Vom Großen los, antwortete er. Nancy Smith war vor 28 Jahren im Schlafzimmer ihrer Mutter geboren worden, was für damalige Zeiten durchaus ungewöhnlich war. Dies hatte aber nichts damit zu tun, dass Nancys Mutter ihrer Zeit voraus war und sich auf die Vorzüge einer Hausgeburt besann. Elisabeth Lockheye Fox, eine lebenshungrige und zutiefst verwirrte Halbwüchsige, hatte sich in den ersten sechs Monaten ihrer Schwangerschaft halb zu Tode gehungert und als das den Spuk in ihrem Leib nicht umbrachte, war sie aus dem Internat abgehauen und hatte ihre Mutter inständig gebeten, ihr zu helfen. Elisabeth war gerade 17 Jahre alt und die Familie schloss sich zusammen, um den guten Ruf des jungen Mädchens zu schützen. Die Lockheyer Fox waren eine alte Soldatenfamilie, deren Männer dem Vaterland vom Krimkrieg bis zum Koreakrieg mit Auszeichnung gedient hatten. Da ein Schwangerschaftsabbruch wegen Elisabeths fortgeschrittener Schwangerschaft nicht mehr in Frage kam, blieb als einzige Möglichkeit die Adoption, um der Schande eines unehelichen Kindes zu entgehen. Man verbreitete also die Geschichte, Elisabeth litt am pfeiferschen Drüsenfieber, Arzt und Hebamme hielten den Mund und halfen termingerecht einem überraschend gesunden Kind auf die Welt. Danach schickte man Elisabeth auf ein Mädchenpensionat in London, wo sie einen jungen Adeligen kennenlernte, der ihre Zartheit und Tränenseeligkeit so liebenswert fand, dass er sie heiratete. Was Nancy betraf, so war ihr Aufenthalt in Shanstedt-Mainer von kurzer Dauer gewesen. Schon nach wenigen Stunden nach ihrer Geburt war sie mithilfe eines Adoptionsbüros an ein kinderloses Ehepaar, Bauern in Herfordshire, vermittelt worden, dem ihre Herkunft weder bekannt noch wichtig war. Die Smiths waren grundgütige Leute, die das Kind, das ihnen geschenkt worden war, von Herzen liebten und aus seiner Adoption kein Geheimnis machten. Ja, seine besonderen Gaben, vor allem die Intelligenz, die es bis nach Oxford führte, stets dem Erbe seiner leiblichen Eltern zuschrieben. Nancy hingegen war der Überzeugung, sie verdanke alles ihren Eltern, ihrer Wärme und Großzügigkeit, ihrem Beharren auf einer guten Schulbildung, der rückhaltlosen Unterstützung all ihrer Pläne. Nur selten dachte sie über ihre leiblichen Eltern nach. Wozu auch? Eine unverheiratete Frau, eine ungewollte Schwangerschaft, ein unerwünschtes Kind. Die Mutter hatte keinen Platz in der Geschichte ihrer Tochter. Und hätte nie einen bekommen, wäre da nicht ein beharrlicher Rechtsanwalt gewesen, der Nancy schließlich mithilfe der Unterlagen des Adoptionsbüros bei der Familie Smith in Hereford ausfindig machte. Nachdem seine Briefe unbeantwortet geblieben waren, reiste er kurzerhand nach Hereford und traf durch einen glücklichen Zufall Nancy selbst an, die auf Urlaub zu Hause war. Ihre Mutter überredete sie, wenigstens mit ihm zu sprechen. Seine Briefe waren Meisterwerke juristischer Doppelsinnigkeit gewesen. Oberflächlich gelesen schienen sie eine Erbschaft anzudeuten. Nancy Smith, geboren am 23.05.73, in einer für sie vorteilhaften Angelegenheit. Zwischen den Zeilen gelesen, hat mich die Familie Lockerher-Fox beauftragt, entsprechende Fragen, bitte bestätigen Sie das Geburtsdatum, schienen sie eine vorsichtige Annäherung von Seiten ihrer leiblichen Mutter nahezulegen, die gegen die Adoptionsvorschriften verstieß. Nancy hatte von alledem nichts wissen wollen. Ich bin eine Smith, aber ihre Adoptivmutter hatte sie gedrängt, Verständnis zu zeigen. Mark Ankerton, der zum Warten verdammt im Wohnzimmer saß, fühlte sich zunehmend unbehaglicher. Der Name Smith sowie die Anschrift Lowercroft Coombe Farm hatten ihn zu der Annahme verleitet, dass es sich bei den Leuten um Landarbeiter handelte, die in einem Gesinderhaus auf dem Hof ihres Arbeitgebers lebten. Hier nun, in diesem Raum voller Bücher und bequemer alter Club-Sessel, war er überhaupt nicht mehr sicher, dass die Verbindung zu den Lockyer Fox, die er in seinen Briefen so betont hatte, bei der Adoptivtochter besonderen Eindruck machen würde. Er stand auf, als die Tür geöffnet wurde, und ging Nancy entgegen, um sie mit energischem Händedruck zu begrüßen. Ich danke Ihnen, Miss Smith, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich zu empfangen. Mein Name ist Mark Ankerton, ich vertrete die Familie Lockyer Fox. Ich weiß, dass dies ein unverzeihlicher Überfall ist, aber mein Mandant hat mich gedrängt, sie unbedingt ausfindig zu machen. Er war Anfang dreißig, groß und dunkel, ganz so wie ihn Nancy sich nach seinen Briefen vorgestellt hatte, arrogant und eingebildet hinter einer Fassade routinierten Charms. Sie kannte solche Typen, hatte beruflich täglich mit ihnen zu tun. Wenn sie mit Schmeichelei nicht weiterkamen, wurden sie ruppig. Er war zweifellos erfolgreich in seinem Beruf, wenn sein Anzug ihn weniger als tausend Pfund gekostet hatte, war er ein Schnäppchen gewesen. Umso mehr erheiterten sie die Schmutzspritzer, die er sich beim vorsichtigen Gang über den schlammigen Hof auf Schuhen und Hosenaufschlägen geholt hatte. Auch sie war groß gewachsen. Mit dem kurzen, schwarzen Haar und den braunen Augen war sie in Jeans und Sweatshirt gekleidet, ihrer blonden, blauäugigen Mutter so unähnlich, dass Mark sich schon fragte, ob die Unterlagen der Agentur fehlerhaft waren. Erst als sie ihn mit einem leichten Lächeln aufforderte, sich wieder zu setzen, verflogen seine Zweifel. Dieses Lächeln, kurz und mechanisch, ohne Widerschein in ihren Augen, war wie eine Kopie des Lächelns seines Mandanten, James Lockheyer Fox. Du meine Güte, sagte er. Mit einem kleinen Stirnrunzeln starrte sie ihn an, ehe auch sie sich setzte. Die korrekte Anrede ist übrigens Captain Smith, bemerkte sie freundlich. Ich bin Offizier bei den Royal Engineers. Du meine Güte, sagte er wieder. Sie ignorierte den Ausruf. Sie haben Glück, mich zu Hause anzutreffen. Ich bin gerade zu einem zweiwöchigen Urlaub aus dem Kosovo hier. Sie sah, wie sein Mund sich öffnete. Bitte sagen Sie jetzt nicht wieder, du meine Güte, bat sie. Ich komme mir schon vor wie ein Zirkusaffe. Entschuldigen Sie. Sie nickte. Was wollen Sie von mir, Mr. Enkerton? Die Frage war zu direkt. Er zögerte. Haben Sie meine Briefe bekommen? Ja. Dann wissen Sie, dass ich die Familie Lock... Ja, ja, das weiß ich, unterbrach sie ihn ungeduldig. Müsste ich von Ihnen gehört, haben? Sie kommen aus Dorset. Sie lachte amüsiert. Dann sind Sie bei der falschen Nancy Smith gelandet, Mr. Enkerton. Ich kenne Dorset nicht. Und ganz sicher kenne ich niemanden mit dem Namen Lockyer Fox, ob aus Dorset oder sonst woher. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und drückte vor seinem Mund die Hände aneinander. Elizabeth Lockyer Fox ist ihre leibliche Mutter. Sie verzog keine Miene. Was Sie gerade tun, verstößt gegen das Gesetz, Mr. Enkerton, sagte sie ruhig. Die Adoptionsvorschriften sind sehr präzise. Ein leiblicher Elternteil kann seine Bereitschaft, Kontakt aufzunehmen, kundtun, aber das Kind ist nicht verpflichtet, darauf zu reagieren. Ich habe Ihre Briefe nicht beantwortet. Deutlicher hätte ich wohl kaum bekunden können, dass ich nicht daran interessiert bin, Ihre Mandantin kennenzulernen. Sie sprach mit dem weichen Akzent der Gegend, die ihr Zuhause war, aber ihre Art war so energisch wie Marx und das war nicht von Vorteil für ihn. Er hatte eigentlich vorgehabt, die Taktik zu ändern und an ihr Mitgefühl zu appellieren, aber ihre ausdruckslose Miene legte nahe, dass er da auf Granit beißen würde. Nancy verstärkte sein Unbehagen, indem sie demonstrativ auf ihre Uhr schaute. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Mr. Enkerton. Ich muss am Freitag zurück zu meiner Einheit und möchte die Zeit, die mir noch bleibt, möglichst sinnvoll nutzen. Würden Sie mir freundlicherweise erklären, was Sie hier tun? Schließlich habe ich niemals auch nur das geringste Interesse gezeigt, meine leiblichen Eltern kennen zu lernen. Ich war mir nicht sicher, dass Sie meine Briefe erhalten hatten. Dann hätten Sie bei der Post nachfragen sollen. Es waren lauter Einschreiben. Zwei sind mir sogar bis in den Kosovo gefolgt, dank meiner Mutter, die für mich unterschrieben hatte. Ich hatte gehofft, Sie würden mir den Empfang auf den freigemachten Karten bestätigen, die ich beigelegt hatte. Da Sie das nie getan haben, nahm ich an, die Briefe hätten Sie nicht erreicht. Sie schüttelte den Kopf. Wenn das Ihre Art von Aufrichtigkeit ist, brauchen wir uns gar nicht erst weiter zu unterhalten. Kein Mensch ist verpflichtet, auf Postsendungen zu reagieren, die er nicht angefordert hat. Die Tatsache, dass ich auf Ihre Einschreiben nicht geantwortet habe, war doch wohl Beweis genug, dass ich auf einen Briefwechsel mit Ihnen keinen Wert lege. Mit eindringlichem Ernst beugte er sich vor. Mein Mandant befindet sich in der Position eines Bittstellers. Sie würden ihm eine große Freundlichkeit erweisen, wenn Sie sich zu einem Treffen bereit erklärten. Es handelt sich hier um eine juristische Frage, Mr. Enkelton. Das Gesetz schützt mich in meiner Eigenschaft als adoptiertes Kind. Sie hatten kein Recht, mir Dinge mitzuteilen, um die ich nie nachgesucht hatte. Ist Ihnen mal der Gedanke gekommen, ich könnte gar nicht wissen, dass ich adoptiert bin? Sie hatten kein Recht, mir den Namen meiner Blutsverwandten zu nennen. und mir mitzuteilen, wo sie leben. Ich habe diese Auskünfte nie verlangt und nie gewollt. Muss ich Dorset jetzt meiden, weil mir dort womöglich ein lockerer Fox über den Weg laufen könnte? Muss ich mir jedes Mal Kopfzerbrechen machen, wenn ich mit neuen Leuten bekannt gemacht werde, besonders mit Frauen namens Elizabeth? Ich habe auf Anweisung gehandelt, entgegnete er steif. Aber sicher, Nancy rückte in ihrem Sessel nach vorn, Sie können ihrer Mandantin mitteilen, dass ich gesund und glücklich bin, dass ich es nicht bedauere, adoptiert worden zu sein und dass die Smiths die einzigen Eltern sind, die ich anerkenne und zu haben wünsche. Wenn das hartherzig klingt, tut es mir leid, aber es ist auf jeden Fall ehrlich. Mark rutschte zur Kante seines Sessels, um sie zum Sitzenbleiben zu veranlassen. Ich bin nicht von Elizabeth beauftragt, Captain Smith, sondern von ihrem Großvater, Colonel James Lockyer Fox. Er dachte, sie wären eher bereit, sich zu melden, wenn sie glaubten, ihre Mutter suche nach ihnen. Er hielt einen Moment inne, aber ihren Worten entnehme ich, dass diese Vermutung falsch war. Sie ließ ein, zwei Sekunden verstreichen, ehe sie antwortete. Als sie zu sprechen begann, wurde die Verachtung offenkundig. Mein Gott! Sie sind wirklich mit allen Wassern gewaschen, Mr. Ankerton. Angenommen, ich hätte mich gemeldet, angenommen, ich wäre ganz versessen darauf gewesen, meine leibliche Mutter ausfindig zu machen. Wann wollten sie mir dann eröffnen, dass ich allenfalls einen Colonel kennenlernen könnte, der reif fürs Altersheim ist? Es war immer beabsichtigt, sie mit ihrer Mutter bekannt zu machen. Ich bitte vielmals um Verzeihung, wenn mein Vorgehen, er suchte nach einem Wort, plump war, aber James war nicht überzeugt davon, dass ein Großvater eine Mutter an Anziehungskraft übertreffen könnte. Zu Recht! Die Worte hätten aus dem Mund des Colonel kommen können. Ein kurzes, verächtliches Bluffen, das dem anderen allen Wind aus den Segeln nahm. Sie entstammen einer sehr alten Familie, Käpt'n, sagte er. Die Lockheyer Fox sitzen schon seit fünf Generationen in Dorset. Und die Smiths sind seit zwei Jahrhunderten hier, Fortier, versetzte sie schnippisch. Wir bewirtschaften dieses Land seit 1799, ohne Unterbrechung. Wenn mein Vater sich in den Ruhestand zurückzieht, bin ich an der Reihe. Sie haben also völlig recht. Ja, ich stamme aus einer sehr alten Familie. Der größte Teil des Grundbesitzes der Familie Lockheyer Fox ist verpachtet. Es ist ein sehr großer Besitz. Sie fixierte ihn mit zornigem Blick. Meinem Urgroßvater gehörte Lowercroft und seinem Bruder gehört Coombe. Mein Großvater erbte beide Besitzer und machte einen daraus. Mein Vater bewirtschaftet seit 30 Jahren das ganze Tal. Wenn ich heirate und Kinder bekomme, wird nach mir der ganze Besitz den Enkeln meines Vaters gehören. Da ich beides fest vorhabe und beabsichtige, meinen Kindern den Namen Smith mitzugeben, bestehen gute Aussichten, dass diese Äcker weitere zwei Jahrhunderte hindurch von Smith bewirtschaftet werden. Muss ich noch mehr sagen, um ihnen meine Position klar zu machen? Er seufzte resigniert. Sind Sie denn gar nicht neugierig? Überhaupt nicht, nein. Darf ich fragen, wie das kommt? Warum etwas in Ordnung bringen, was nie in Unordnung war? Sie wartete auf eine Antwort und als keine kam, fuhr sie fort. Ich kann mich irren, Mr. Ankerton. Aber ich habe den Eindruck, in Ordnung zu bringen, ist hier nur das Leben ihres Mandanten. Und so auf Anhieb fällt mir nicht ein einziger Grund ein, weshalb mir diese Aufgabe aufgebürdet werden sollte. Er fragte sich, durch welche seiner Äußerungen er ihr eine so zutreffende Schlussfolgerung erlaubt hatte. Vielleicht hat er seine Hartnäckigkeit auf Verzweiflung schließen lassen. Er möchte sie lediglich kennenlernen. Vor ihrem Tod hat seine Frau ihn wiederholt gebeten, Nachforschung nach ihnen anzustellen. Ich vermute, er hält es für seine Pflicht, ihren Wünschen nachzukommen. Können Sie das respektieren? Hatten Sie Anteil an der Entscheidung, mich adoptieren zu lassen? Er nickte. Dann richten Sie Ihrem Mandanten bitte aus, dass es eine absolut gute Entscheidung war und er nichts zu bereuen hat. Sie stand auf. Wir haben beide Wichtigeres zu tun, als fremden alten Männern zuzuhören, wenn sie in Erinnerungen an Menschen und Orte schwelgen, die uns nichts bedeuten. Wenn Sie Ihrem Mandanten meine Ablehnung in diesem Sinne erklären, wird er gewiss einsehen, dass sein Verlangen für mich eine unannehmbare Zumutung ist. Er war da sehenden Auges hineingetappt. In seinem Lächeln lag eine gewisse Selbstironie. Rein Interesse halber sagte er und stand auf. Hätte es etwas geändert, wenn ich von Anfang an klar gesagt hätte, dass nicht Ihre Mutter, sondern Ihr Großvater Sie ausfindig machen wollte? Nancy schüttelte den Kopf. Nein. Das erleichtert mich, dann habe wenigstens nicht ich alles vermasselt. Sie lächelte mit echter Wärme diesmal. Ich bin keine Ausnahme, wissen Sie? Adoptierte Kinder, die mit ihrem Los völlig zufrieden sind, gibt es ebenso viele wie solche, die meinen, sie müssten unbedingt die verlorene Vergangenheit suchen. Vielleicht hat es damit zu tun, was man erwartet, warum das Schicksal herausfordern, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Mark hätte das nicht genügt, aber er besaß auch nicht Ihr Selbstvertrauen. Ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen, bemerkte er und griff nach seiner Aktentasche, aber sie verdanken den Smiths eine Menge. Sie wären eine ganz andere geworden, wenn sie in der Familie Lockyer Volksgroß geworden wären. Sie war amüsiert. Soll ich das als Kompliment auffassen? Ja. Meine Mutter wird begeistert sein. Sie ging mit ihm zur Haustür und bot ihm die Hand. Auf Wiedersehen, Mr. Anketon. Am gescheitesten wäre es, Sie sagen dem Colonel, dass er glimpflich davon gekommen ist. Damit müsste eigentlich die Sache erledigt sein. Ich kann es versuchen, erwiderte er und schüttelte ihre Hand. Aber er wird mir nicht glauben, jedenfalls nicht, wenn ich sie zutreffend beschreibe. Sie entzog ihm ihre Hand und trat einen Schritt zurück. Ich sprach von juristischen Schritten, Mr. Anketon. Ich werde klagen, wenn Sie oder der Colonel noch einmal von sich hören lassen sollten. Machen Sie ihm das bitte klar? In Ordnung, sagte er. Mit einem kurzen Nicken schloss sie die Tür und Mark suchte sich seinen Weg durch den Schlamm. Schenstedt 21. Dezember 2001 Auf seinen Spaten gestützt, beobachtete Bob Dawson seine Frau, wie sie durch den mit raureif überzogenen Gemüsegarten zur Hintertür von Schenstedt Mähner schlurfte, die Mundwinkel herabgezogen in bitterem Groll über ein Leben, das all ihre Hoffnungen zunichte gemacht hatte. Sie war klein und gebeugt, mit einem Gesicht voller Falten, und sie schimpfte unablässig vor sich hin. Bob hätte jedes ihrer Worte vorhersagen können, denn es war immer dieselbe Leier, Tag ein, Tag aus, ein endloses Genöle, für das er sie am liebsten umgebracht hätte. Aller Verstand war längst dahin. Sie begriff nicht, dass sie und Bob für ihr Haus nichts zu bezahlen brauchten, weil Mrs. Locker Fox ihnen ein Nutzrecht auf Lebenszeit zugesagt hatte. Sie begriff nur, dass der Colonel sie dafür bezahlte, dass sie bei ihm putzte, und sie hatte nur eines im Kopf, ihren Mann nicht an dieses Geld heranzulassen. Bob war ein Grobian und ein Tyrann und sie hortete ihren Lohn in vergessenen Verstecken. Sie hatte eine Schwäche für Geheimnisse, das war immer schon so gewesen, und in Schenstedt-Mähner gab es davon mehr als in den meisten anderen Häusern. Ein klinischer Psychologe hätte konstatiert, dass der Altersschwachsinn die frustrierte Persönlichkeit freigesetzt hatte, die sie unterdrückt hatte, seit sie mit zwanzig in dem Bestreben, etwas Besseres aus sich zu machen, geheiratet und den falschen Mann gewählt hatte. Bobs Ambitionen waren mit kostenloser Unterkunft in einem Arbeiterhäuschen als Gegenleistung für schlecht bezahlte Garten- und Reinigungsarbeiten in Schenstedt-Mähner befriedigt gewesen. Vera hatte höhere Ziele gehabt, ein eigenes Haus, eine Familie, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, für wen sie arbeitete. Bob bemerkte ihr Zaudern, als sie zum Herrenhaus hinüberschaute. Manchmal redete sie davon, Mrs. Lockyer Fox auf der Terrasse gesehen zu haben, ausgesperrt in eiskalter Nacht und mit fast nichts bekleidet, dem Kältetod überlassen. Bob drohte ihr Schläge an, falls sie diesen Quatsch von der abgesperrten Tür herum erzählen sollte, aber das hielt sie nicht von ihrem Geschimpfer ab. Ihre Wertschätzung für Elsa Lockyer Fox war seit deren Tod ins Unendliche gewachsen, jegliches Ressentiment untergegangen in der rührseligen Erinnerung an die zahlreichen Freundlichkeiten, die Elsa ihr erwiesen hatte. Die Polizei hatte ihren Worten natürlich keine Beachtung geschenkt, jedenfalls nicht mehr, nachdem Bob sich mit dem Finger an die Stirn getippt und ihnen erklärt hatte, dass sie nicht ganz dicht sei. Sie hatten höflich gelächelt und gesagt, jeder Verdacht gegen den Colonel in Bezug auf den Tod seiner Frau sei unbegründet. Obwohl er allein im Haus gewesen war und die Terrassentür nur von innen abgesperrt und verriegelt werden konnte. Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Oder glaubte sie vielleicht, der Colonel würde sich ihre Beschuldigungen tatenlos gefallen lassen? Glaubte sie vielleicht, er würde nichts von ihren Diebstählen sagen, nicht erwähnen, wie zornig er über das Verschwinden der Ringe seiner Mutter gewesen war? Die Hand, die einen füttert, beißt man nicht, warnte Bob sie. Vera öffnete die Pforte zu dem im toskanischen Stil angelegten Garten, der einst Mrs. Lockyer Fuchs gehört hatte, und eilte an den vertrockneten Pflanzen in den großen Terrakottatöpfen vorüber. Sie kramte den Schlüssel zur Spülküche aus ihrer Tasche und lächelte, als sie den Fuchsschwanz bemerkte, der neben dem Schloss am Türpfosten hing. Es war ein Alter, wahrscheinlich vom Sommer, und sie nahm ihn herunter und streichelte mit dem Fell ihre Wange, bevor sie ihn in ihrer Manteltasche verschwinden ließ. In dieser Hinsicht zumindest hatte es nie die geringste Verwirrung gegeben. Der Fuchsschwanz war eine Visitenkarte, die sie stets erinnerte und erkannte. Schenstedt, 25. Dezember 2001 Abends um acht rollten am ersten Weihnachtsfeiertag die Fahrzeuge in das Stück Niemandsland westlich des Dorfes Schenstedt. Keiner der Bewohner hörte den heimlichen Vormarsch in das herrenlose Waldgebiet. Dank des hellen Mondlichts konnte der langsam vorwärts kriechende Konvoi die schmale, von Hecken begrenzte Landstraße durch das Tal ohne Scheinwerfer passieren. Als die sechs Busse sich dem Wäldchen näherten, fuhren sie an den Straßenrand und ihre Insassen warteten bei ausgeschalteten Motoren, während einer aus der Gruppe die Zufahrtsstraße auskundschaftete. Der bitterkalte Ostwind, der seit Tagen blies, hatte die Erde einen halben Meter tief gefroren und für den folgenden Morgen war erneut strenger Frost angesagt. In vollkommener Stille strich ein Lampenstrahl hin und her und zeigte die Breite des Forstwegs sowie die halbmondförmige Lichtung am Waldrand, die groß genug war, um die Fahrzeuge zu beherbergen. An einem wärmeren Abend wäre der ganze klapprige Konvoi im weichen Lehm des Forstwegs stecken geblieben, noch ehe er die relative Sicherheit des von Wurzelwerk verstärkten Waldbodens erreicht hätte. Aber an diesem Abend war nichts dergleichen zu fürchten. Die sechs Fahrzeuge folgten den Signalen des Lampenstrahls, die präzise waren wie die auf einem Flugzeugträger zur Einweisung der Maschinen. Dann parkten sie im Halbkreis unter den kahlen Ästen der Bäume. Der Mann mit der Taschenlampe führte mit jedem Fahrer noch ein kurzes Gespräch, bevor die Fenster mit Pappkarton verdunkelt wurden und die Insassen der Fahrzeuge sich für die Nacht zurückzogen. In weniger als einer Stunde hatte sich so, ohne dass einer der Dörfler etwas davon merkte, die Einwohnerzahl von Schenstedt mehr als verdoppelt. Und was hätten die alteingesessenen Bewohner tun können, wenn sie erkannt hätten, dass ihre Lebensweise bedroht war? Die Polizei zur Hilfe rufen und zugeben, dass das Stück Land niemandem gehörte? Dick Weldon hatte vor drei Jahren, als er die Schenstedt Farm knapp einen Kilometer westlich vom Dorf kaufte, den halbherzigen Versuch unternommen, das etwa einen morgengroße Waldstück einzuzäunen. Aber sein Zaun war nie länger als eine Woche unversehrt geblieben. Weldon hatte vorgebracht, es müsse früher einmal zur Schenstedt Farm gehört haben. Es schnitt in einem u-förmigen Bogen tief in das zu seinem Hof gehörige Gebiet ein, während es lediglich auf einer Länge von lächerlichen hundert Metern an dem Besitz der lockerer Fox grenzte. Im Stillen stimmten die meisten ihm zu. Aber ohne beweiskräftige Unterlagen und Garantie auf Erfolg schien es wenig sinnvoll, die Sache vor Gericht zu bringen. Das konnte leicht mehr kosten, als das ganze Grundstück selbst mit einer Baugenehmigung wert war. Und Weldon war ein zu kühler Rechner, um dieses Risiko einzugehen? Wie so oft in Schenstedt wuchs auch über diese Streitfrage Gras. Und der Status des Wäldchens als Gemeindeland war wiederhergestellt. Zumindest in den Köpfen der Dorfbewohner. Unglücklicherweise hatte niemand sich die Mühe gemacht, es gemäß der Grundbuchordnung von 1965 als solches eintragen zu lassen, wodurch dieser Status rechtskräftig geworden wäre. So blieb es also ein Stück Land, auf das niemand einen Anspruch oder einen Titel hatte, und damit verführere schleichte Beute für den erstbesten Landbesetzer, der sich auf ihm niederließ und bereit war, sein Recht zu bleiben, zu verteidigen. Im Gegensatz zu seinen Anweisungen an die Mitglieder des Konvois, sich nicht von der Stelle zu rühren, schlich Fox die Landstraße hinunter und pirschte sich von Haus zu Haus. Das einzige größere Anwesen neben dem Herrenhaus der Familie Lockerher Fox war ein Schensted-Haus, wo Julian und Elinor Bartlett lebten. Es war ein Stück von der Straße zurückgesetzt, über eine kurze, gekieste Auffahrt zu erreichen, und Fox stahl sich durch das Gras an ihrem Rand, um das Geräusch seiner Schritte zu dämpfen. Er blieb mehrere Minuten lang neben dem Wohnzimmerfenster stehen und beobachtete durch einen Spalt in den Vorhängen Elinor, die eifrig dabei war, die Weinbestände ihres Gattens zu dezimieren. Sie hatte gut ihre Sechzig auf dem Buckel, aber mit Botox-Antifaltenspritzen und regelmäßiger Gymnastik sorgte sie dafür, dass ihre Haut einigermaßen straff blieb und sah deshalb aus der Ferne jünger aus. An diesem Abend allerdings nicht. Das Gesicht aufgedunsen und erhitzt vom Genuß des Cabernet Sauvignon, der neben mir auf dem Boden stand, lag sie auf dem Sofa, den Blick starr auf den Fernsehapparat in der Ecke gerichtet, um sich nicht das kleinste Detail von EastEnders entgehen zu lassen. Fox ging weiter am Haus entlang um die Ecke, um nach dem Ehemann zu suchen. Julian war wie gewöhnlich in seinem Arbeitszimmer, vor sich auf dem Schreibtisch eine Flasche Glen Fetish. Er telefonierte gerade und sein herzhaftes Lachen prasselte gegen die Fensterscheibe. Manchmal drang seine Stimme durch das Glas und Fetzen des Gesprächs wurden vernehmbar. Nicht so eine Angsttase. Sie sitzt im Wohnzimmer vor der Glotze. Natürlich nicht. Joff sagte mir, dass die Hunde außer Übung sind und mit massenhaften Protest zu rechnen ist. Wie seiner Frau sah man ihm sein Alter nicht an. Aber er hatte in seinem Kleiderschrank einen geheimen Vorrat an Griechen 2000, von dem Elli nur nichts ahnte. Fox hatte ihn auf einem heimlichen Rundgang durch das Haus Anfang September entdeckt, als Julian ausgegangen war und versäumt hatte, die Hintertür abzuschließen. Das Haarfärbemittel war nicht das einzige, wovon Elli nur nichts ahnte, und Fox spielte mit dem Rasiermesser in seiner Hand, während er sich seine Genugtuung vorstellte, wenn ihr eines Tages die Augen aufging. Der Mann konnte seine Begierden nicht zügeln. Die Frau hatte ein bösartiges Naturell, was sie für einen Jäger wie Fox zum gefundenen Fressen machte. Er gab seinen Beobachterposten auf und schlich weiter zu den Wochenendhäusern, um zu sehen, ob sich dort etwas rührte. In zwei der Ferienhäuser waren seriös wirkende Familien einquartiert, sonst waren nur noch die Woodgates in Paddockview. Das Ehepaar kümmerte sich um die Agenturanwesen und um seine drei Kinder und Bob und Vera Dawson in Manor Lodge da. Wie Steven Woodgate auf ein Landfahrerlager direkt vor seiner Haustür reagieren würde, konnte Fox nicht sagen. Er wusste aber, dass der Mann sich gern vor der Arbeit drückte und vermutete daher, dass er das Problem James Lockyer Fox und Dick Weldon überlassen würde. Wie die Dorsons reagieren würde, konnte Fox hingegen ganz genau vorhersagen. Sie würden den Kopf in den Sand stecken, wie immer. Er kehrte ins Wäldchen zurück und schlich zwischen den Bäumen hindurch zu seinem Beobachtungsplatz beim Herrenhaus. Alles bestens, dachte er, als er in der Bibliothek Mark Enkerten am Schreibtisch des Alten sitzen sah. Sogar der Anwalt war zur Stelle. Das würde nicht jedermann passen, aber Fox passte es. Er gab ihnen allen die Schuld daran, dass aus ihm der geworden war, der er war. Der Erste, der auf das Wohnwagenlager aufmerksam wurde, war Julian Bartlett, der am zweiten Weihnachtsfeiertag morgens auf dem Weg nach West Dorset zum Jagdtreffen in Compton Newton daran vorbeikam. Er bremste ab, als er parallel zur Straße ein Absperrungsseil und ein Schild mit der Aufschrift »Zutritt verboten« entdeckte. Sein Blick fiel auf die Fahrzeuge unter den Bäumen. Mit heller Reithose und weißem Halstuch zum gelben Hemd zur Jagd herausgeputzt und hinten an seinem Range Rover eine Pferdebox hatte er keine Lust, sich auf irgendetwas einzulassen und trat wieder aufs Gas. Kurze Zeit später hielt er am Straßenrand an und rief Dick Weldon an, an dessen Grund das Wäldchen angrenzte. »Im Wäldchen ist Besuch«, sagte er. »Was für Besuch!« »Ich habe nicht angehalten. Wahrscheinlich sind es Fuchsfreunde, und mir war nicht danach, mich mit ihnen anzulegen, wo ich mein Pferd hinten im Anhänger hatte. »Jagdgegner?« »Vielleicht.« »Ich vermute aber eher, es ist umherziehendes Volk. Die Fahrzeuge sehen größtenteils aus wie vom Schrottplatz.« »Haben Sie jemanden von den Leuten gesehen?« »Nein, die sind wahrscheinlich noch gar nicht wach. Sie haben die Zufahrt mit einem Seil und einem Verbotsschild abgesperrt. Es könnte also gefährlich sein, es allein mit ihnen aufzunehmen.« »Verdammt nochmal! Ich habe immer gewusst, dass wir mit dem Stück Land nochmal Ärger kriegen würden. Jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Anwalt nehmen, um die Leute zu verscheuchen. Billig wird das bestimmt nicht.« »Ich an Ihrer Stelle würde die Polizei anrufen. Die haben doch jeden Tag mit solchen Geschichten zu tun.« »Hm.« »Also dann lasse ich es in Ihrer Hand.« »Das haben Sie fein hingekriegt,« sagte Dickgeladen. Leises Lachen drang durch die Leitung. »Ich rufe an, wenn ich zu Hause bin.« Bartlett schaltete sein Handy aus. Verdrossen schlüpfte Weldon in seine gewachste Allwetterjacke, pfiff seinen Hunden und rief die Treppe hinauf seiner Frau zu, er wolle zum Wäldchen. Bartlett hatte wahrscheinlich recht, und die Sache war am besten bei der Polizei aufgehoben, aber er wollte sich selbst ein Bild machen, bevor er dort anrief. Er packte seine Hunde hinten in seinen verdreckten Jeep und fuhr das kurze Stück bis zum Wäldchen mit dem Wagen. Im weißen Reif, der die Straße bedeckte, konnte er die vom Schenstethaus kommenden Reifenspuren von Bartlets Wagen ausmachen. Als er auf die Zufahrt zuhielt, pflanzte sich hinter dem Absperrungssaal eine Reihe von Leuten auf und verstellte ihm den Weg. Man konnte Angst bekommen beim Anblick dieser in dicken Jacken und Mänteln massig wirkenden Gestalten mit den vermummten Gesichtern. Dick war wütend auf Bartlett, dass er einfach weitergefahren war. Wenn der Mensch so vernünftig gewesen wäre, die Barriere einzureißen und Verstärkung zu holen, ehe diese Leute sich organisieren konnten, hätte das Verbot, den Grund zu betreten, keine Gültigkeit besessen. So aber, fürchtete Dick, waren sie vielleicht am Recht? Er öffnete die Wagentür und stieg aus. »Okay, was hat das hier zu bedeuten?«, fragte er scharf. »Wer sind Sie? Was tun Sie hier?« »Das Gleiche könnten wir Sie fragen«, ertönte eine Stimme aus der Mitte der Reihe. Da sie alle Schals über den Mündern trugen, konnte Dick nicht erkennen, wer gesprochen hatte. Er wandte sich daher an den Vermummten in der Mitte. »Wenn Sie was gegen die Fuchsjagd haben!« »Die Jagd findet in Compton-Newton statt. Das ist ungefähr 16 Kilometer westlich von hier, auf der anderen Seite von Dorchester. Wenn Sie die Umgehung in Richtung Jeowal nehmen, geht's nach Compton-Newton links ab. Es ist ausgeschildert. Die Jäger versammeln sich vor dem Pub. Um elf sollen die Hunde losgelassen werden.« Seine Worte wurden mit Schweigen aufgenommen. Dick schüttelte den Kopf. »Wenn Sie mir nicht sagen wollen, warum Sie hier sind, muss ich die Polizei benachrichtigen. Sie können sich nicht einfach widerrechtlich auf Privatgrund niederlassen.« »Behaupten Sie, dass das hier Ihr Grund ist, Mr. Weldon?«, fragte der Mann mit einer kultivierten Ausdrucksweise. Mit den Augen suchte er in der Kette nach dem Sprecher. »Woher wissen Sie meinen Namen?« »Wir haben uns die Wahlliste angesehen. A. Weldon, Shanstad Farm, Ackerbau.« »Sie sind sehr gut informiert.« »Das können Sie nicht alles aus der Wahlliste haben,« sagte Dick, während er im Menü seines Handys nach der Nummer der örtlichen Polizeidienststelle suchte. Er musste dort des Öfteren wegen Wilderern oder ausgebrannten Autos auf seinen Feldern anrufen, darum hatte er die Nummer gespeichert. »Ich kenne Ihre Stimme, Freundchen. Ich weiß im Moment nicht, wo ich sie hintun soll.« Er hatte die Nummer gefunden und hob das Telefon ans Ohr, nachdem er auf Anruf gedrückt hatte. »Aber bei der Polizei wird man schon wissen, wer Sie sind.« Die Leute warteten schweigend, während er mit dem Sergeant in der Polizeidienststelle sprach. Wenn welche unter ihnen lächelten, als er angesichts der Auskünfte, die man ihm gab, immer ärgerlicher wurde, so war es hinter den vermummenden Schals nicht zu erkennen. Er wandte ihnen den Rücken zu und ging, bemüht, leise zu sprechen, ein paar Schritte von ihnen weg. Doch die Art, wie er zornig die Schultern krümmte und den Kopf schüttelte, verriet ihnen klar, dass ihm nicht gefiel, was er zu hören bekam. Ein Lager von sechs oder weniger Fahrzeugen gelte als akzeptabel, insbesondere wenn es sich nicht in unmittelbarer Nähe bewohnter Häuser befinde und keine Gefährdung der Sicherheit auf der Straße darstelle. Der Grundstückseigentümer könne Räumung beantragen, aber so ein Verfahren brauche seine Zeit. Das Gescheiteste sei es, die Dauer des Aufenthalts über einen Mittelsmann der zuständigen örtlichen Behörde mit den Landfahrern auszuhandeln und Konfrontationen mit den Leuten zu vermeiden. Der Sergeant erinnerte dick daran, dass erst kürzlich Bauern in Lincolnshire und Essex festgenommen worden waren, weil sie auf Leute, die sich auf ihrem Grund niedergelassen hatten losgegangen waren. Die Polizei habe Verständnis für die Grundbesitzer, aber oberstes Gebot sei für sie die Vermeidung von Gewalt. Dick stieg das Blut zu Kopf. »Da drüben steht ein ganzes Dutzend dieser Typen und versperrt mir den Weg. Und alle sind sie vermummt, ganz zu schweigen von ein paar gottverdammten Hunden und dem Schild mit der Aufschrift »Zutritt verboten«, dass sie an ihrem Absperrungssaal aufgehängt haben.« Er krümmte die Schultern noch weiter. »Ja, das ist ja das Problem«, murmelte er. »Kein Mensch weiß, wem es gehört. Es ist ein Morgenwald gleich am Dorfrand draußen.« Er hörte einen Moment schweigend zu. »Ja, verdammt nochmal! Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich?« Er klappte das Handy zu und schob es in seine Tasche, bevor er zu seinem Jeep zurückkehrte und die Tür aufriss. Leises Lachen aus der Bewacherkette verspottete ihn. »Sie haben wohl ein Problem, hm, Mr. Weldon?« ertönte höhnisch dieselbe Stimme von vorhin. Dick ignorierte den Mann und kletterte in seinen Wagen. »Vergessen Sie nicht zu erwähnen, dass der Grund hier niemandem gehört!« Dick ließ den Motor an und wendete den Jeep breitseits zur Kette. »Wer sind Sie?« rief er durchs offene Fenster. »Woher wissen Sie so viel über Schensted?« »Nur schweigen«, antwortete ihm. Mit krachenden Gängen drehte er den Wagen und fuhr nach Hause. Schenstedt Manor, Schenstedt, Dorset, 1. Oktober 2001 Liebe Miss Smith, mein Anwalt hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Sie vorhaben, gegen mich zu klagen, sollte ich versuchen, mit Ihnen Verbindung aufzunehmen. Aus diesem Grund möchte ich klarstellen, dass ich Ihnen ohne Wissen Mark Ankertens schreibe und allein die Verantwortung für dieses Schreiben trage. Ich darf Ihnen versichern, dass eine eventuelle Klage Ihrerseits nicht angefochten werden wird und ich jegliche gerichtlich festgesetzte Entschädigung bezahlen werde. Ich kann mir denken, dass Sie sich in Anbetracht des eben Gesagten wundern, was mich treibt, einen möglicherweise so kostspieligen Brief zu schreiben. Nennen Sie es ein Hazardspiel. Ich wette bei einer Chance von 10 zu 100, vielleicht sogar von 1 zu 100, die Entschädigungskosten darauf, dass Sie mir antworten werden, Miss Smith. Mark hat sie mir als eine intelligente, ausgeglichene, erfolgreiche und mutige junge Frau geschildert, bedingungslos loyal zu Ihren Eltern. Mark hat mehrmals betont, dass Sie an Ihren Blutsverwandten kein Interesse haben, ja nicht einmal Ihren Namen wissen möchten. Wenn das immer noch unverändert zutrifft, dann werfen Sie dieses Schreiben jetzt weg und lesen Sie nicht weiter. Ich hatte immer eine Vorliebe für Fabeln. Als meine Kinder klein waren, habe ich ihnen Äsop vorgelesen. Sie liebten besonders die Geschichten vom Fuchs und vom Löwen, aus Gründen, die sich gleich zeigen werden. Ich möchte in diesem Brief nicht allzu deutlich werden, da ich auf keinen Fall den Eindruck vermitteln möchte, dass ihre Gefühle mir nichts bedeuten. Aus diesem Grund lege ich eine Variante einer äsopischen Fabel bei. Lassen Sie mich hier nur sagen, dass meine Frau und ich im Gegensatz zum Ehepaar Smith bei der Kindererziehung kläglich versagt haben. Der schwerste Verlust waren Sie, nennt sie. Aus dem schlechtesten aller Gründe, Hochmut, halfen wir unserer Tochter, einen guten Mann zu finden, indem wir ihre Schwangerschaft geheim hielten und unser einziges Enkelkind weggaben. Wäre ich ein gläubiger Mensch, so würde ich sagen, es war die Strafe für die Überbewertung der Familienehre. Wir gaben sie voreilig auf, um unseren guten Ruf nicht zu beschädigen und hatten keine Ahnung von ihren guten Anlagen und dem, was die Zukunft bringen würde. Die Ironie des Ganzen traf mich schlagartig, als Mark mir erklärte, wie unbeeindruckt von ihrer Verbindung zu unserer Familie sie sich zeigten. Letztlich ist eben ein Name nur ein Name und das Format einer Familie liegt in der Summe ihrer Teile und nicht in dem Etikett, das sie sich gegeben hat. Wäre ich früher zu dieser Auffassung gelangt, so säß ich heute sicher nicht hier und schriebe diesen Brief. Zum Schluss lassen Sie mich sagen, dass ich keinen weiteren Brief schreiben werde. Wenn Sie nicht antworten oder mich verklagen, so werde ich akzeptieren, dass ich verloren habe. Den wahren Grund für meinen Wunsch, Sie kennenzulernen, habe ich absichtlich nicht als das, was Sie für uns verkörperten, enthüllt. Aber Sie werden sich wohl denken können, dass es etwas damit zu tun hat, dass Sie mein einziges Enkelkind sind. Ich denke, Mark hat Ihnen gesagt, dass Sie mir eine große Freundlichkeit erweisen würden, wenn Sie mit einem Treffen mit mir einverstanden wären. Ich darf hinzufügen, dass Sie damit auch einer Toten die Hoffnung geben, begangenes Unrecht wieder gut zu machen. Mit freundlichen Grüßen, James Lockheyer Fox Der Löwe, der alte Fuchs und die großherzige Eselin Der Löwe, der Fuchs und die Eselin lebten viele Jahre lang in inniger Freundschaft zusammen, bis der Löwe eines Tages den Fuchs wegen seines hohen Alters zu verachten begann. Auch die Eselin verlachte er fortan wegen ihrer Großherzigkeit Fremden gegenüber. Er forderte von ihr den Respekt, der seiner überlegenen Kraft zustand, und verlangte, dass ihre Großherzigkeit ausschließlich ihm gelten solle. Voller Furcht sammelte die Eselin alle ihre Reichtümer auf einem großen Haufen und bat den Fuchs, sie für sie zu hüten, bis der Löwe sich bessere. Da geriet der Löwe in heftigen Zorn und fraß die Eselin. Danach bat er den Fuchs, die Reichtümer der Eselin aufzuteilen. Der alte Fuchs, der wußte, dass er dem Löwen nicht gewachsen war, deutete auf den Haufen und forderte den Löwen auf, ihn für sich zu nehmen. In der Annahme, dass der Fuchs aus dem Tod der Eselin gelernt habe, sagte der Löwe, »Wer hat dich, mein ausgezeichneter Freund, die Kunst des Teilens gelehrt? Du beherrschst sie perfekt.« Der Fuchs antwortete, »Ich habe den Wert der Großherzigkeit von meiner Freundin der Eselin gelernt.« Dann erhob er seine Stimme und rief die Tiere des Waldes herbei, den Löwen in die Flucht zu schlagen und die Reichtümer der Eselin unter sich aufzuteilen. »So«, sagte er zum Löwen, »wirst du gar nichts bekommen, und die Eselin ist gerecht.« Aber der Löwe fraß den Fuchs und nahm sich alles, was diesem gehört hatte. Liebe Nancy, ich habe in einem Moment tiefer Niedergeschlagenheit geschrieben und mich unverzeihlich pathetisch ausgedrückt. Keinesfalls wollte ich bei Ihnen den Eindruck hervorrufen, dass es zwischen Ihnen und Leo zum Streit kommen würde. Mark hat ein Testament aufgesetzt, das meinen Verpflichtungen meiner Familie gegenüber Rechnung trägt. Es sieht jedoch vor, dass der Großteil meines Vermögens wohltätigen Einrichtungen zugute kommt. Hinter dem Wunsch, das Familiensilber intakt an die nächsten Angehörigen weiterzugeben, steckten die Schwuligkeit und die Arroganz eines närrischen alten Mannes. Mark war der Ansicht, dass mein Sohn Leo jedes Testament zugunsten wohltätiger Einrichtungen mit der Begründung anfechten würde, dass das Vermögen Familienvermögen sei und an die nächste Generation weiterzugeben sei. Gleich, ob Leo nun gesiegt hätte oder nicht, es wäre für ihn auf jeden Fall weit schwieriger gewesen, das Vermögen einer legitimen Erbin in Gestalt einer Enkelin streitig zu machen. Meine Frau war stets überzeugt davon, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Ich glaube, sie hoffte, dass es unseren Sohn veranlassen würde, die Zukunft neu zu bedenken, wenn wir unser Enkelkind anerkennen würden. Seit ich sie durch Mark Ankertons Bericht und ihren Brief kennengelernt habe, habe ich diesen Plan aufgegeben. Er war nur ein egoistischer Versuch, das Familienerbe zusammenzuhalten und trug ihrer Liebe und Loyalität zu ihrer rechtmäßigen Familie keinerlei Rechnung. Sie sind eine bewundernswerte und kluge junge Frau, die eine wunderbare Zukunft vor sich hat. Und ich wünsche ihnen ein langes Leben und alles Glück. Sie können sich darauf verlassen, dass ihre Identität und ihr Aufenthaltsort mein und Marks Geheimnis bleiben und ihr Name unter keinen Umständen in irgendwelchen rechtlichen Dokumenten mit Bezug auf diese Familie genannt wird. Mit allen guten Wünschen für ihren weiteren Lebensweg, James Lockheyer Fox Schenstedt-Mainer, Weihnachten 2001 Mark Ankerton hatte ihm seinen Besuch aufgedrängt und seine kühlen Versicherungen ignoriert, dass er durchaus imstande sei, das erste Weihnachtsfest ohne seine Frau seit 50 Jahren mit Anstand hinter sich zu bringen. Aber die Heimlichtuerei des Colonel und seine Unfähigkeit, ein Gespräch länger als ein paar Minuten durchzuhalten, beunruhigten ihn zutiefst. Der Colonel konnte Mark nicht in die Augen sehen. Seine Stimme und seine Hände zitterten. Er hatte in erschreckendem Maß an Gewicht verloren. Er, der früher stets peinlich auf seine Erscheinung geachtet hatte, wirkte jetzt, mit strähnigem Haar, fleckigen Kleidern und weißem Dreitagebart, schmuddelig und ungepflegt. Für Mark war der Colonel stets ein Vorbild gewesen. Und er war erschüttert von dieser dramatischen Veränderung sowohl in körperlicher als auch geistiger Hinsicht. Selbst das Haus roch nach Schmutz und Fäulnis. Und Mark fragte sich, ob Vera Dawson in ihrer legendären Faulheit beschlossen hatte, überhaupt keinen Finger mehr zu rühren. Er machte sich Vorwürfe, dass er nicht mehr nach Shanstad gekommen war, seit er dem Colonel im August Nancy Smiths Entscheidung überbracht hatte. Er hatte sie damals mit Fassung entgegengenommen und Mark angewiesen, ein Testament aufzusetzen, das die Auflösung des Lockheyer-Fox'schen Vermögens vorsah. Seine beiden Kinder sollten dabei nur ein äußerst bescheidenes Erbe erhalten. Doch bis jetzt war das Dokument nicht unterschrieben. Der Colonel saß seit Monaten auf dem Entwurf, offenbar aus Angst vor einem, wie er es wohl sah, unwiderruflichen Schritt. Mark war noch unruhiger geworden, als vor einigen Wochen unter der Nummer von Shanstad-Mainer plötzlich ein Anrufbeantworter in Dienst getreten war, als hätte James, angeborener Hang zur Eigenbrötelei, sich nun so weit verstärkt, dass er jeden Kontakt zur Außenwelt verweigerte. Briefe, die früher postwendend erledigt worden waren, blieben tagelang unbeantwortet. Wenn James sich selten einmal doch die Mühe gemacht hatte, Mark zurückzurufen, war sein Ton abwehrend und gleichgültig gewesen, als interessierte ihn das Schicksal des Familienerbes nicht mehr. Er entschuldigte seinen Mangel an Enthusiasmus mit Übermüdung. Er schlafe schlecht, sagte er. Ein- oder zweimal hatte Mark ihn gefragt, ob er an einer Depression leide. Aber die Frage war jedes Mal ungeduldig abgewehrt worden. Mark jedenfalls machte sich Sorgen um ihn und hatte deshalb auf diesem Besuch bestanden. Er hatte die Symptome des Colonel einem befreundeten Arzt in London geschildert, der meinte, das klinge ihm nach einer ordentlichen Depression oder einer posttraumatischen Stressreaktion. Jedermann im Alter des Colonel wäre nach dem Tod seiner Frau niedergeschlagen und fühlte sich einsam. Das sei der verzögerte Schock. Wann habe der arme alte Kerl denn Gelegenheit gehabt, zu trauern? Mit guten Ratschlägen über Trauerarbeit und die wohltuende Wirkung milder Antidepressiva auf die Allgemeinstimmung gerüstet, war Mark an Heiligabend in Schensted-Mena eingetroffen. Er war auf einen traurigen Mann gefasst gewesen, aber von Traurigkeit konnte keine Rede sein. Gespräche über Elsa machten James nur ärgerlich. »Sie ist tot!« schnauzte er Mark einmal zornig an. »Wozu sie auferwecken?« Ein andermal, sie hätte ihre Vermögensangelegenheiten selbst regeln sollen, anstatt mir den schwarzen Peter zuzuschieben. Das war doch nichts als Feigheit. Es hat nie was gebracht, Leo eine zweite Chance zu geben. Mark hatte für die Feiertage einen Geschenkkorb voller Delikatessen von Harrods mitgebracht, nachdem sein Freund, der Arzt, ihn darüber aufgeklärt hatte, dass Depressive nicht für sich zu Sorgen pflegten. Wie wahr das war, sah er, als er den Kühlschrank öffnete, um die zwei Fasane, die Gänseleberpastete und den Champagner zu verstauen, die er mitgebracht hatte. Kein Wunder, dass der alte Mann so stark abgenommen hatte, dachte er beim Anblick der leeren Fächer. Die Gefriertruhe in der Spülküche war gut gefüllt mit Fleisch und Gemüse, aber den dicken Eisschichten nach zu urteilen, war das meiste noch von Elsa dort gelagert worden. Er sagte, er brauche Brot, Kartoffeln und Milchprodukte, auch wenn James offensichtlich ohne Auskomme und fuhr nach Dorchester zum Supermarkt, bevor dieser über die Feiertage zumachte. Sicherheitshalber kaufte er gleich noch Spülmittel, Scheuerpulver, Shampoo, Seife und Rasierzeug ein. Energisch ging er anschließend daran, die Arbeitsflächen in der Küche zu schrubben und zu desinfizieren, bevor er draußen im Vestibül den Fliesenboden wischte. James schwirrte um ihn herum wie eine gereizte Hummel und sperrte die Türen diverser Zimmer ab, in denen er ihn nicht haben wollte. Auf alle Fragen gab er nur halbe Antworten. Ob Vera Dawson weiterhin für ihn putze, sie sei faul und senil, wann er das letzte Mal eine ordentliche Mahlzeit zu sich genommen habe, er verbrauche dieser Tage kaum Energie, ob seine Nachbarn sich um ihn kümmerten. Er ziehe es vor, allein zu sein. Warum er all die Briefe nicht beantwortet habe. Es sei ihm zu lästig gewesen, zum Briefkasten zu gehen. Ob er sich in diesem riesigen Haus nicht einsam fühle, so ganz ohne jemanden, mit dem er sich ab und zu einmal unterhalten könne. Schweigen. Mit auffallender Regelmäßigkeit klingelte das Telefon in der Bibliothek. James ging nie hin, obwohl durch die abgeschlossene Tür die gedämpften Stimmen der Leute vernehmbar waren, die Nachrichten hinterließen. Warum gehen Sie nicht ans Telefon? Weil ich nicht will. Aber es könnte doch was Wichtiges sein. Der Colonel schüttelte den Kopf. Es scheint immer dieselbe Person zu sein. Und man ruft doch nicht immer wieder an, wenn es nicht dringend ist, wandte Mark ein, während er die Asche im offenen Kamin zusammenfegte. »Lassen Sie mich wenigstens hören, ob es für mich ist. Ich habe meinen Eltern die Nummer hier gegeben, falls etwas los sein sollte.« Zorn flammte im Gesicht des Colonel auf. »Sie nehmen sich ein bisschen zu viel heraus, Mark. Muss ich Sie erst daran erinnern, dass Sie sich selbst eingeladen haben.« Mark schichtete Scheiter auf. »Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht,« sagte er ruhig. »Und jetzt, wo ich hier bin, mache ich mir noch mehr Sorgen. Es kann ja sein, dass Sie mich aufreißen, aufdringlich finden, James, aber deswegen brauchen Sie wirklich nicht so grob zu sein. Ich bin gern bereit, im Hotel zu übernachten. Aber ich werde hier erst verschwinden, wenn ich weiß, dass Sie ordentlich für sich sorgen.« »Was tut eigentlich Vera hier, Herrgott, noch mal? Wann haben Sie zum letzten Mal ein Feuer im Kamin gehabt? Wollen Sie an Unterkühlung sterben wie Elsa?« Seine Bemerkungen wurden mit Schweigen quittiert. »Ach Gott«, sagte er bekümmert beim Anblick der Tränen in den Augen des alten Mannes. Er stand auf und legte dem Colonel teilnehmend die Hand auf den Arm. »Jeder leidet irgendwann einmal an einer Depression. Dessen braucht man sich nicht zu schämen. Kann ich Sie nicht dazu bewegen, wenigstens einmal mit Ihrem Arzt zu sprechen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit so etwas umzugehen. Ich habe Ihnen Unterlagen dazu mitgebracht. In allen steht, dass es das Schlimmste ist, stillschweigend zu leiden.« James entzog ihm Brust seinen Arm. »Sie scheinen ja ganz versessen darauf, mir einzureden, ich wäre psychisch krank«, knurrte er. Mit einem resignierten Säufzer hockte sich Mark wieder nieder, um das Feuer anzuzünden. Nach Elsa's Tod war eine starke Verbindung zum Colonel geblieben. Er hatte ihn besser kennengelernt als seinen eigenen Vater. Jetzt fühlte er sich fremd. Elsa's Tod hatte ihn tiefer bekümmert, als er je hatte sagen können, weil auch ihm keine Zeit zu trauern gegeben worden war. Er hatte sie aus vielen Gründen geliebt, wegen ihrer Freundlichkeit, ihres Humors, ihrer Großzügigkeit und ihres Interesses an ihm als Mensch. Eines allerdings hatte er nie verstanden, die tiefe Kluft zwischen ihr und ihren Kindern. »Leo hat uns ständig bestohlen«, sagte sie einmal. »Wir merkten es lange nicht. Als James schließlich auffiel, was alles fehlte, zum Teil sehr wertvolle Dinge, wurde er unglaublich wütend.« »Und was passierte?« »Ach, das Übliche«, antwortete sie und seufzte. Leo legte ein Geständnis ab. Er fand es zum Kaputtlachen. »Woher sollte eine dumme Kuh wie Vera wissen, was wertvoll ist?« sagte er. »Die arme Frau. Ich glaube, Bob hat sie damals verprügelt, weil er Angst hatte, wir würden sie aus dem Haus werfen. Es war schrecklich. Sie hat uns danach behandelt, als wären wir die schlimmsten Tyrannen.« Ich dachte, Leo hätte Vera gern gehabt. Sie hat sich doch immer um ihn und Elisabeth gekümmert, wenn sie weg waren. Ich glaube nicht, dass er irgendetwas für sie empfand. Er empfindet für keinen Menschen etwas, außer vielleicht für Elisabeth. Aber Vera hat ihn angehimmelt, nannte ihn nur ihren blauäugigen Engel. »Hat sie eigentlich eigene Kinder?« Elza schüttelte den Kopf. Leo war ihr Ersatzsohn. Bei anderer Gelegenheit erzählte sie über Elisabeth. Sie führte neben Leo ein Schattendasein. Sie liebte ihren Vater abgöttisch und bekam die schlimmsten Wutanfälle, wenn sie ihn in Uniform sah, vermutlich, weil sie wußte, dass das bedeutete, er würde bald wieder fortgehen. Sie war ein sehr verwirrtes junges Mädchen. James gab Leo die Schuld, der sie mit seinen Freunden bekannt gemacht hatte. Ich machte wieder unsere häufigen Abwesenheiten dafür verantwortlich. Als sie 18 wurde, war sie uns völlig entlitten. Wir brachten sie in einer Wohngemeinschaft mit ein paar Freundinnen unter, aber das meiste, was sie uns über ihr Leben erzählte, waren Lügen. Ihre eigenen Gefühle waren zwiespältig. »Man kann nicht aufhören, seine Kinder zu lieben«, sagte sie. »Man hofft immer, dass sich alles zum Besseren verändern wird. Aber sie hatten irgendwann die Werte, die wir ihnen beigebracht hatten, über Bord geworfen. Und fanden, die Welt sei ihnen etwas schuldig. Das hat zu so viel Groll geführt.« Mark hockte sich auf die Fersen zurück, als das Feuer aufloderte. Seine Gefühle Leo und Elisabeth gegenüber waren alles andere als zwiespältig. Er konnte sie beide nicht ausstehen. Seiner Meinung nach war Leo ein spielsüchtiger Psychopath und Elisabeth eine alkoholsüchtige Nymphomanin. Elsa war über Jahre Wachs in ihren Händen gewesen, hin- und hergerissen zwischen mütterlicher Liebe und Schuldgefühlen wegen ihres Scheiterns. Es war kein Wunder, dass sich Elisabeth nach mehr Aufmerksamkeit sehnte und auch kein Wunder, dass sie unfähig war, Beziehungen einzugehen. Leo beherrschte die Familie mit seiner Persönlichkeit. Wenn er wollte, konnte er jeden bezirzen. Wenn nicht, machte er seiner Umgebung das Leben zur Hölle. Auch Mark. Das Läuten des Telefons drängte sich in seine Gedanken und als er den Kopf hob, sah er den Blick des Körnel auf sich gerichtet. »Gehen Sie ruhig hin und hören Sie es sich an«, sagte der Körnel und hielt ihm einen Schlüssel hin. »Vielleicht hören Sie auf, wenn Sie Sie in der Bibliothek sehen.« »Wer denn?« Ein müdes Kopfschütteln. »Sie wissen offensichtlich, dass Sie hier sind«, war die einzige Antwort. Als Mark ins Zimmer trat, glaubte er zuerst, der Anrufer hätte aufgelegt. Aber als er sich zum Anrufbeantworter auf dem Schreibtisch hinunterbeugte, hörte er Atemgeräusche über den Lautsprecher. Er hob den Hörer ans Ohr. »Hallo?« Keine Antwort. »Hallo?« »Hallo?« Am anderen Ende wurde aufgelegt. Aus Gewohnheit wählte er die 1471 und suchte nach einem Stift, um die Nummer des Anrufers zu notieren. Ganz unnötig, wie sich zeigte, als er der Computerstimme lauschte und sein Blick gleichzeitig auf ein abgerissenes Stück Karte fiel, das mit derselben Nummer darauf und dem Namen »Pro Weldon« daneben an einem altmodischen Tintenfass lehnte. Verwundert legte er den Hörer auf. Der Anrufbeantworter war ein älteres Gerät, das noch mit Bändern statt mit Voicemail arbeitete. Hinter dem Gerät waren Minikassetten in kleinen Türmen gestapelt, und bei schneller Durchsicht stellte er fest, dass jede von ihnen mit einem Datum versehen war. Die Nachrichten waren demnach gewissenhaft gesammelt und nicht regelmäßig gelöscht worden. Mark drückte auf die Taste zum Abhören neuer Nachrichten, hörte, wie das Band sich zurückspulte und vernahm nach mehrmaligem Knacken die Stimme einer Frau. Sie werden nicht mehr lange den Unschuldigen spielen können. Jedenfalls nicht, wenn Ihr Anwalt diese Nachrichten abhört. Weiß er, dass es einen lebenden Beweis dafür gibt, was Sie getan haben? Heutzutage ist es ja mit einer DNA-Analyse so leicht festzustellen. Ein einziges Haar reicht aus, um zu beweisen, dass Sie ein Lügner und ein Mörder sind. Warum haben Sie der Polizei nichts davon gesagt, dass Elsa am Tag vor ihrem Tod in London war, um mit Elisabeth zu sprechen? Elisabeth sagte ihr die Wahrheit. Darum haben Sie sie umgebracht. Was glauben Sie denn, wie Ihre armen Frau zumute war, als sie erfahren musste, dass Ihr einziges Enkelkind die Tochter ihres Mannes ist? Danach blieb Mark gar nichts anderes übrig, als zu bleiben. Jetzt war es, verrückter Rollentausch, plötzlich der Colonel, der zu beschwichtigen suchte. Er hoffe, Mark sei klar, dass das alles nicht wahr sei. Er hätte die Bänder niemals aufbewahrt, wenn an den Vorwürfen auch nur irgendetwas dran wäre. Es habe Mitte November angefangen, mit zwei, drei Anrufen jeden Tag, in deren Verlauf man ihm alle möglichen Gräueltaten vorgeworfen habe. Aber wenn keine der Beschuldigungen zutraf, warum war James dann so in Angst? Warum hatte er Mark nicht schon früher über diese Anrufe unterrichtet? Irgendwann in der Nacht verriet ihm der Geruch brennenden Pfeifentabaks, dass der Colonel wach war. Es dauerte eine Weile, ehe er sich darüber wunderte, dass er den Tabak roch, obwohl das Zimmer des Colonel auf der anderen Seite des Hauses lag. Die Neugier zog ihn zum Fenster, und er sah erstaunt, dass der alte Mann in einem dicken Mantel gehüllt auf der Terrasse saß, wo Elzer gestorben war. Am Weihnachtsmorgen erwähnte der Colonel seine Nachtwache mit keinem Wort. Er erhob keine Einwände, als Mark erklärte, er wolle die Bänder abspielen, um zu verstehen, was vorging, sagte vielmehr, das sei einer der Gründe, weshalb er sie aufbewahrt habe. Allerdings erinnerte er Mark nochmals daran, dass sie nichts als Lügen enthielten. Mark wußte, und das war sein Problem, dass das so pauschal nicht stimmte, sondern verschiedene Details, die ständig wiederholt wurden, durchaus zutreffend waren. Elzers Reise nach London am Tag vor ihrem Tod, die unbestreitbare Tatsache, dass Elisabeth eine kranke Frau war, die Unterstellung, dass die Enkelin, wenn es gelänge, sie ausfindig zu machen, dem Colonel gleichen würde. Eine der aufgezeichneten Stimmen war mithilfe eines elektronischen Geräts entstellt. Sie klang wie die Stimme Darth Waders. Sie war die gruseligste, und die Person, der sie gehörte, die am besten informierte. Die Erkenntnis, dass sich hinter dieser Stimme Leo verbarg, war zwangsläufig. Niemals hätte ein Fremder so viele familiäre Einzelheiten beschreiben können, insbesondere nicht Elisabeths ehemaliges Kinderzimmer. Wenn wirklich Leo hinter den Anrufen steckte, was wolle er dann mit ihnen erreichen? Wenn Erpressung das Ziel sei, warum stelle er keine Forderungen? Warum andere Leute mit hineinziehen? Wer die Frau sei, die so viel zu wissen schien? Warum pro Weldon niemals ein Wort spreche? Wie jemand, der mit der Familie nichts zu tun habe, so eingehend über sie unterrichtet sein könne? Der Ton seiner Rede war halbherzig und wurde noch halbherziger, als der Colonel es rundheraus ablehnte, die Polizei hinzuzuziehen, weil er nicht Elsas Tod von der Presse wieder ausgegraben sehen wollte. Er wollte nicht über Leos Schandtaten reden. Das alles sei Geschichte aus und vorbei und habe mit diesem Telefonterror nichts zu tun. Ja, natürlich wisse er genau, warum das Ganze inszeniert wurde. Diese verfluchten Weiber, Pro Weldon und Eleanor Bartlett, wollten ihn zu dem Geständnis treiben, dass er Elsa ermordet habe. Nun, mit einem haben Sie recht, sagte Mark. Diese gemeinen Behauptungen lassen sich mit einer DNA-Analyse leicht widerlegen. Vielleicht wäre es das Klügste, sich an Captain Smith zu wenden, möglichst taktvoll natürlich. Wenn Sie bereit wäre, Ihnen zu helfen, könnten Sie diese Bänder zur Polizei bringen. Der Colonel hielt seinen Blick einen Moment lang ruhig aus, ehe er wechsah. Taktvoll gibt es in diesem Fall nicht, entgegnete er. Wir brauchen Sie selbst gar nicht zu belästigen. Ich könnte Ihre Mutter um eine Haarprobe aus Ihrem Zimmer bitten. Es ist bestimmt noch etwas da, mit dem sich was anfangen lässt. Es ist nicht gesetzwidrig, James. Jedenfalls im Moment noch nicht. Im Internet gibt es Unternehmen, die auf DNA-Analysen bei Vaterschaftsstreitigkeiten spezialisiert sind. Nein. Denn eines ist sicher, Mark. Sie hat sich den Mann, der sie gezeugt hat, weder ausgesucht, noch ist sie für ihn verantwortlich. Schenstedt, zweiter Weihnachtsfeiertag 2001 Nach einem fruchtlosen Versuch, seinen Anwalt zu erreichen, über den Anrufbeantworter erfuhr er, dass die Kanzlei bis zum 2. Januar geschlossen bleiben würde, rief Dick Weldon zähneknirschend in Shanstad Manor an. Wenn jemand einen Anwalt an der Hand hatte, dann James Lockheyer Fox. Der Mann musste ja ständig damit rechnen, festgenommen zu werden, wenn man seiner, Dicks Frau, pro glauben konnte. Aber das Entscheidende war, dass der Colonel früher oder später sowieso in den Streit hineingezogen werden würde. Schließlich war er außer Dick der Einzige, dessen Grund direkt an das Wäldchen grenzte. Trotzdem hatte Dick überhaupt keine Lust auf diesen Anruf. Zwischen der Shanstad Farm und dem Herrenhaus war die Kommunikation abgebrochen, seit Prou der Polizei von der Auseinandersetzung berichtet hatte, die sie in der Nacht von Elsas Tod mitgehört hatte. Sie behauptete hinterher, das Schicksal selbst hätte eingegriffen, um sie zur Ohrenzeugin zu machen. Drei Jahre lang war es ihr nicht ein einziges Mal eingefallen, mit den Hunden im Dunkeln im Wäldchen herumzuspazieren. Eigentlich sollte es nur eine kurze Pinkelpause werden, aber die Hündin witterte irgendetwas Interessantes und verschwand wie der Blitz im Gehölz. Prou, die dem Tier nicht ohne Taschenlampe hinterherlaufen wollte, griff in den Wagen nach der Hundepfeife, die auf dem Armaturenbrett lag. Als sie sich wieder aufrichtete, brach plötzlich irgendwo zu ihrer Linken ein heftiger Streit aus. Im ersten Moment vermutete sie, der Hund wäre der Grund dafür. Doch als sie eine der Stimmen als die Elsa Lockheyer Fox erkannte, wurde sie neugierig und unterließ es dem Hund zu pfeifen. Sie stand den Lockheyer Fox ambivalent gegenüber. Die Aufsteigerin in ihr, die nach gesellschaftlicher Anerkennung lechzte, wünschte sich, regelmäßig in ihrem Haus ein- und auszugehen, sie zu ihren Freunden zu zählen, ihren Namen beiläufig ins Gespräch einfließen zu lassen. Doch es ärgerte sie gewaltig, dass sie und Dick seit ihrer Ankunft in Schenstedt vor drei Jahren nur einmal eingeladen worden waren, und da auch nur zu einem Drink, und noch gewaltiger ärgerte es sie, dass alle ihre Gegeneinladungen zum Abendessen dankend abgelehnt worden waren. Insgeheim war Pro überzeugt, Elsa und James säen auf sie herab, und war sich nicht zu schade, ein bisschen im Schmutz zu wühlen, weil sie hoffte, auf etwas zu stoßen, was ihr einen Vorteil verschaffen würde. Als jetzt Elsas schnell lauter werdende Stimme auf der Nachtluft zu ihr getragen wurde, drehte Pro begierig den Kopf, um besser hören zu können. Manche Worte wurden vom Wind weggefegt, aber das Wesentliche war eindeutig. Nein, James, nicht länger bieten lassen, du hast Elisabeth zerstört, es ist eine Krankheit. Pro hielt die muschelförmig gekrümmte Hand hinters Ohr, um die Stimme des Mannes ausmachen zu können. Auch wenn Elsa ihn nicht mit James angesprochen hätte, hätte sie die Baritonstimme und den knappen Ton sofort als die des Körnel erkannt. Doch was er sagte, war nicht zu verstehen, vermutlich, weil er gegen den Wind sprach. Ach, das Geld gehört mir. Lieber sterben, als es dir überlassen. Ach, Herrgott, noch mal. Nein, nicht, bitte nicht. Das letzte Wort war ein Schrei, gefolgt vom dumpfen Geräusch eines Schlags und James' wütend hervorgestoßenem Miststück. Einigermaßen erschrocken machte Poe einen Schritt vorwärts und überlegte, ob sie Elsa zur Hilfe kommen sollte. Aber gleich darauf sprach diese schon wieder. Du bist ja wahnsinnig. Das werde ich dir niemals verzeihen. Schon vor Jahren von dir trennen sollen. Ein, zwei Sekunden später wurde eine Tür zugeschlagen. Poe wartete sicherheitshalber fünf Minuten, ehe sie die Hundepfeife an die Lippen setzte und dem Labrador pfiff. Während sie ihre Hunde in den Wagen buxierte, war sie im Geist schon eifrig damit beschäftigt, die Lücken in dem belauschten Gespräch zu füllen, und als sie nach Hause kam, wo sie ihren Mann bereits schlafend vorfand, war ein logisch klares Ganzes daraus geworden. Sie war daher erschüttert, aber nicht überrascht, als Dick am folgenden Morgen mit der Nachricht aus dem Dorf zurückkehrte, dass Elsa tot war und James wegen Blutflecken, die man dicht bei der Toten entdeckt hatte, von der Polizei vernommen wurde. Ich bin schuld, jammerte sie und berichtete ihm von den Ereignissen der vergangenen Nacht. Sie haben sich wegen Geld gestritten. Sie sagte, er wäre wahnsinnig und müsste dringend zum Arzt gehen, und da hat er sie Miststück genannt und sie geschlagen. Dick war entsetzt. Bist du sicher, dass sie es waren? fragte er. Vielleicht war es eines der Paare in den Ferienhäusern. Natürlich bin ich sicher. Ich konnte fast alles verstehen, was sie sagte, und einmal hat sie ihn mit James angesprochen. Ihn habe ich nur Miststück sagen hören, aber es war eindeutig seine Stimme. Sag mir, was ich tun soll. Du musst mit der Polizei sprechen, sagte Dick verdrossen. Anders geht's nicht. Das spätere Urteil des Untersuchungsgerichts und die Tatsache, dass James Lockyer Fox immer noch auf freiem Fuß war, hatten den Klatsch zum Blühen gebracht. Nach dem zweiten Läuten wurde abgenommen. Schenstedt-Mainer. James? Dick Welden her. Er wartete auf eine Erwiderung, die nicht erfolgte. Hören Sie, es fällt mir nicht leicht, und ich hätte nicht angerufen, wenn es nicht dringend wäre. Aber wir haben ein Problem drüben im Wäldchen. Ich habe schon mit der Polizei gesprochen, aber die sind nicht bereit, etwas zu unternehmen. Und darum brauchen wir jetzt einen Anwalt. Nur ist meiner leider gerade in Urlaub. Die Sache betrifft sie wahrscheinlich so sehr wie alle anderen. Diese Bande hat sich ja direkt vor ihrer Haustür eingenistet. Eingeschüchtert vom beharrlichen Schweigen seines Gesprächspartners kam er stockend zum Stillstand. Ich wollte eigentlich wissen, ob wir nicht Ihren Anwalt nehmen könnten. Ich bin nicht James, Mr. Welden. Ich kann ihn bitten, an den Apparat zu kommen, wenn Sie das möchten. Aber ich habe den Eindruck, ich bin der Mann, den Sie suchen. Mein Name ist Mark Ankerton. Ich bin James' Anwalt. Dick war verlegen. Oh, entschuldigen Sie, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß. Stimmen können täuschen. Eine kurze kleine Pause. Genau wie Worte, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen sind. Es war eine ironische Anspielung auf Poe Welden, aber sie kam bei Dick nicht an. Er starrte vielmehr an die Wand und rief sich die Stimme des Vermummten ins Gedächtnis, die ihm so bekannt erschienen war. Er war noch immer nicht darauf gekommen, wer der Mann war. Sie hätten sich gleich zu erkennen geben sollen, sagte er schwach. Ich wollte gern wissen, was Sie wollen, bevor ich James bemühe. So höflich wie der Ihre ist dieser Tage kaum ein Anruf, der hier eingeht, Mr. Welden. Das Übliche sind Anreden wie Sie gemeiner Mörder und Ähnliches. Dick war schockiert. Dergleichen hätte er nie für möglich gehalten. Wer tut denn so etwas? Ich kann Ihnen eine ganze Liste liefern, wenn es Sie interessiert. Ihre Telefonnummer erscheint regelmäßig darauf. Ausgeschlossen, protestierte Dick. Ich habe James seit Monaten nicht mehr angerufen. Dann schlage ich vor, Sie wenden sich an die Telefongesellschaft, entgegnete Mark gelassen. Über die 1471 wurde uns bei zehn verschiedenen Gelegenheiten Ihre Nummer angegeben. Die Anrufe werden alle aufgezeichnet, Ihr Inhalt vermerkt. Bei den Anrufen von Ihrer Nummer aus wird nie etwas gesprochen. Sein Ton wurde sehr kühl. Dafür umso mehr gekeucht, auf höchst unangenehme Weise. Sie wissen selbstverständlich, dass es eine strafbare Handlung ist, derartige Anrufe zu tätigen. Lieber Gott, wer zum Teufel konnte so dumm gewesen sein? Etwa Brough? Sie sprachen von einem Problem drüben im Wäldchen, fuhr Mark fort, als er von Dick Weldon keine Antwort erhielt. Den Rest habe ich leider nicht mitbekommen. Vielleicht könnten Sie mir die Lage noch einmal erläutern. Sobald ich verstanden habe, worum es geht, werde ich mit James sprechen. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass er sich bei Ihnen melden wird. Dick nahm den Richtungswechsel mit Erleichterung auf. Er war ein aufrechter Mann, den die Vorstellung, dass seine Frau in eine Telefonleitung hineinkeuchte, erschreckte und anwiderte. »James trifft es am schlimmsten,« sagte er. »Ungefähr 200 Meter von seiner Terrasse entfernt stehen sechs Busse mit diesem New-Age-Gesendel. Ich glaube, Ihnen ist nicht klar, wie ernst die Situation ist.« Das erntete ein amüsiertes kleines Lachen. »Darüber sollten Sie vielleicht selbst einmal nachdenken, Mr. Weldon. Meiner Meinung nach kann James Ihre Frau mit Recht wegen übler Nachrede anzeigen.« Gereizt vom gönnerhaften Ton des Anwalts ging Dick von Neuem los. »Meine Frau weiß, was sie gehört hat,« entgegnete er aggressiv. »Was hätten Sie denn anstelle meiner Frau getan? Die Sache unter den Teppich gekehrt und so getan, als wäre nichts geschehen? Bitte sagen Sie mir das mal!« Diesmal antwortete die kühle Stimme sofort. »Ich hätte mich gefragt, was ich von James Lockyer Fox weiß. Ich hätte mich gefragt, wieso bei der gerichtlichen Obduktion keinerlei Blutergüsse an der Toten gefunden wurden. Ich hätte mich gefragt, warum eine intelligente und wohlhabende Frau 40 Jahre lang mit einem Schläger verheiratet blieb, obwohl sie die geistigen und finanziellen Möglichkeiten besaß, jederzeit zu gehen. Und ich hätte mich gefragt, ob ich mich vielleicht von meiner eigenen Freude an Klatsch und Tratsch dazu hatte verführen lassen, das gehörte noch etwas auszuschmücken, um mich bei den Nachbarn interessant zu machen. »Das ist eine Gemeinheit,« sagte Dick aufgebracht. »Keine so große Gemeinheit wie einen Mann, der seine Frau geliebt hat, des Mordes an ihr zu beschuldigen und dann auch noch andere dazu anzustiften, da mitzumachen.« »Ich werde Sie wegen übler Nachrede anzeigen, wenn Sie solche Sachen sagen. Meine Frau hat nichts anderes getan, als der Polizei mitzuteilen, was sie gehört hat.« »Ich würde vorschlagen, Sie sprechen mit Ihrer Frau, bevor Sie mich anzeigen, Mr. Weldon. Sonst stehen Sie am Ende vielleicht mit einer Riesenrechnung für Gerichts- und Anwaltskosten da.« Dick, der einen lausigen Morgen hinter sich hatte, explodierte. »Ich pfeife auf Ihre Entscheidung. Mein Problem ist es nicht. Ich habe nur angerufen, weil Julian Bartlett nicht den Mumm hat, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die Polizei kein Interesse hat. Regeln Sie und James das ruhig allein. Mich geht das nichts an.« Er knallte den Hörer auf und machte sich auf die Suche nach Prue. Mark legte auf, als die Verbindung abgebrochen wurde. »Mrs. Weldon ist eine Gefahr. Ich verstehe nicht, warum Sie zögern, etwas gegen Sie zu unternehmen.« James trat zum Fenster und blickte hinaus. »Ich muss hier leben,« sagte er. »Das legt sich, sobald es den Frauen langweilig wird.« Marks Blick schweifte zum Anrufbeantworter auf dem Schreibtisch. »Da bin ich anderer Meinung,« entgegnete er schroff. »Gestern Abend sind fünf Anrufe gekommen und keiner von einer Frau. Möchten Sie sie hören?« »Nein.« Es wunderte Mark nicht. Es war ja auch nichts Neues dabei. Jedes Mal wurden nur dieselben Vorwürfe und Behauptungen heruntergebetet, wie sie bereits auf den Bändern festgehalten waren, die er sich am Vortag angehört hatte. Er drehte seinen Stuhl, um den alten Mann direkt anzusprechen. »Sie wissen doch so gut wie ich, dass das von selbst nicht aufhören wird,« sagte er im Ton guten Zuredens. »Wer auch immer der Anrufer ist, er weiß, dass seine Anrufe aufgezeichnet werden. Und er wird weitermachen, bis sie sich entschließen, zur Polizei zu gehen. Darauf legte er es an. Er möchte, dass die Polizei hört, was er sagt.« Der Colonel fixierte mit zornigem Blick das Telefon. »Es ist Psychoterror, Mark. Wenn er merkt, dass er mich nicht in die Knie zwingen kann, wird er es aufgeben. Es ist ein Geduldsspiel. Wir brauchen nur die Nerven zu behalten. Mir ist außer meinem guten Ruf kaum etwas geblieben. Und ich werde ihm ganz gewiss nicht den Gefallen tun, diese Lügen an die große Glocke zu hängen. Ich bin Soldat. Das ist das einzige Handwerk, das ich verstehe. Und der Soldat erwirbt sich seinen guten Ruf auf dem Schlachtfeld, nicht indem er vor schmutzigen Erpressern zu Kreuze kriegt. Er berührte mit leichter Hand Marks Schulter, ehe er zur Tür ging. Mark blieb, wo er war, bis er das Türschloss einschnappen hörte. Durch das Fenster konnte er auf der abgetretenen Fläche der Steinplatte die Verfärbungen erkennen, die das Tierblut hinterlassen hatte. Ein, zwei Meter links neben der Sonnenuhr war die Stelle, wo Elsa gelegen hatte. War das, was der Anrufer sagte, richtig? fragte er sich. Konnten Menschen am Schock sterben, wenn die Wahrheit nicht zu ertragen war? Seufzend wandte er sich wieder dem Schreibtisch zu und spulte die letzte Nachricht zurück. Es kann nur Leo sein, dachte er, als er auf Play drückte, um sich noch einmal Darth Vaders Stimme anzuhören. Fragen sie sich manchmal, warum Elisabeth mit jedem ins Bett geht und warum sie ständig betrunken ist? Wer hat ihr beigebracht, sich selbst zu erniedrigen? Haben sie geglaubt, sie würde das Geheimnis bis in alle Ewigkeit hüten? Vielleicht haben sie geglaubt, ihre Uniform würde sie schützen. Sie sind sich wahrscheinlich jedes Mal wie der große Held vorgekommen, wenn sie mit ihrem Säbel gerasselt haben. Angewiedert schloss Mark die Augen, aber er konnte nicht verhindern, dass sein Geist ihm erbarmungslos Bilder von Nancy Smith vorhielt, die eine so auffallende Ähnlichkeit mit ihrem Großvater besaß. Dick Weldon fand seine Frau im Gästezimmer, wo sie für ihren Sohn und ihre Schwiegertokter, die am Abend erwartet wurden, die Betten richtete. »Hast du bei James Lockheyer Fox angerufen?« fragte er scharf. Sie sah ihn stirnrunzelt an, während sie ein Kopfkissen in seinen Bezug stopfte. »Wovon redest du?« »Ich habe eben mit dem Herrenhaus telefoniert, und James' Anwalt behauptete, von unserer Nummer aus hätte jemand wiederholt anonym bei James angerufen. Sein sonst frischrotes Gesicht war beinahe Violett vor Zorn. »Ich war's nicht, das weiß ich. Wer kann's also sonst gewesen sein?« Prue kehrte ihm den Rücken, um das Kissen aufzuschütteln. »Du kriegst noch mal einen Herzinfarkt, wenn du nicht was gegen deinen hohen Blutdruck tust,« sagte sie tadelnd. »Du schaust aus, als würdest du seit Jahren an der Flasche hängen.« Dick kannte ihre Taktik, unbequeme Fragen abzuwehren, indem sie attackierte. »Dann warst du es also wirklich,« fuhr er sie an. »Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Der Anwalt sagte, du hättest gekeucht.« »Das ist ja lächerlich.« Sie drehte sich herum und griff nach dem nächsten Kissenbezug, ehe sie ihm einen trotzigen Blick zuwarf. »Deswegen brauchst du dich nicht so aufzuregen. Dieser brutale Kerl hat's doch nicht anders verdient.« Dick setzte sich auf eine Truhe neben der Tür. »Und wenn du dich nun täuscht? Wenn du jemand ganz anderen gehört hast? Bestimmt nicht. Wie kannst du das mit solcher Sicherheit behaupten? Ich habe den Anwalt für James gehalten, bis er mich aufklärte. Seine Stimme klang genauso wie die von James, als er Shandstad-Mainer sagte. »Nur weil du erwartet hast, dass James sich meldet.« »Das Gleiche gilt doch für dich.« »Du hast erwartet, Elsa würde mit James streiten. Du wolltest doch dauernd, dass ich rauskriege, was bei denen nicht stimmt.« »Also wirklich«, entgegnete sie erbost, »wie oft muss ich es dir noch sagen. Sie hat ihn James genannt.« Dick rieb sich die Augen. »Du hast selbst am nächsten Tag zu mir gesagt, du hättest von dem, was James gesprochen hat, nichts verstanden. Vielleicht hast du ja auch Elsa gar nicht so gut verstanden. Ich meine, es ist schließlich ein Riesenunterschied, ob sie über ihn oder mit ihm gesprochen hat.« »Ich weiß, was ich gehört habe«, beharrte Po eigensinnig. Wieder rieb Dick sich heftig die Augen. »Der Anwalt sagte, man könne dich wegen übler Nachrede belangen. Angeblich hast du andere angestiftet, James einen Mörder zu nennen.« Po rührte das nicht. »Warum klagt er da nicht? Elinor Bartlett sagt, dass das der beste Beweis dafür ist, dass er schuldig ist. Du solltest mal hören, was die über ihn sagt.« Ihre Augen blitzten auf, als sie etwas einfiel, das sie belustigte. »Wenn hier jemand ihn mit anonymen Anrufen traktiert, dann sie.« »Ich war mal dabei, als sie bei ihm angerufen hat. Ihn Ausräuchern nennt sie das.« Zum ersten Mal seit Jahren sah Dick seine Frau richtig an. Mit zwanzig war sie eine schüchterne Maus gewesen. Jetzt, mit vierundfünfzig, war sie ein Drachen. Sie war die Frau, die sein Bett teilte. Aber er kannte sie kaum noch. Miteinander geschlafen oder wirklich miteinander gesprochen, hatten sie schon seit Jahren nicht mehr. Er war den ganzen Tag draußen auf dem Hof oder auf den Feldern, und sie spielte entweder Golf oder Bridge mit Elinor Bartlett und ihren snobistischen Freundinnen. Die Abende verbrachten sie stumm vor dem Fernsehapparat, und er war immer schon eingeschlafen, wenn sie nach oben kam. Sie seufzte ungeduldig über sein entsetztes Gesicht. »Das ist doch ganz normal. Ilse war Ellys Freundin, und meine auch. Was hast du denn von uns erwartet? Dass wir James ungeschoren davonkommen lassen? James ist ein brutales Monstrum, und du machst doch jetzt nur so ein Theater, weil du auf seinen Anwalt gehört hast. Und der wird dafür bezahlt, dass er die Partei seines Mandanten ergreift. Mein Gott, bist du manchmal langsam.« Dagegen gab es nichts zu sagen. Dick bedachte immer alles in Ruhe. Was er sich übel nahm, war seine Gleichgültigkeit. »Elsa kann so schnell nicht gestorben sein«, wandte er ein. »Du hast selbst gesagt, du hättest nicht eingegriffen, weil sie nach dem Schlag gleich wieder gesprochen hat. Ich bin zwar kein Pathologe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Blut nach einem Schlag sofort aufhören müsste zu zirkulieren, wenn es sich nicht aus den verletzten Gefäßen unter die Haut ergießen soll. Und selbst dann. Wer weiß.« »Du brauchst gar nicht versuchen, mich einzuschüchtern. Ich lasse mir meine Meinung nicht nehmen«, verkündete Poe, zu ihrer Trotzhaltung zurückkehrend. »Wahrscheinlich hatte die Kälte damit zu tun. Ich habe hinterher eine Türknallen hören. Offensichtlich hat James sie ausgesperrt und einfach dem Tod überlassen. Wenn dich das alles so brennend interessiert, warum rufst du dann nicht den Pathologen an und fragst ihn?« »Aber das wird dir wahrscheinlich nicht viel bringen. Elinor sagt, bei denen wäscht doch eine Hand die andere. Drum ist James auch nicht verhaftet worden.« »Das ist ja lächerlich.« »Was hörst du auf diese dumme Person?« »Und seit wann wart ihr beide mit Elsa Locker, Herr Fox, befreundet?« Poe beachtete die Bemerkung nicht. »Du hast mir immer noch nicht erklärt, warum du James angerufen hast.« »Im Wäldchen hat sich eine Bande Landfahrer niedergelassen,« knurrte er. »Und wir brauchen einen Anwalt, um sie rauszuschmeißen.« »Ich hatte gehofft, James würde mit seinem Verbindung aufnehmen.« »Wieso?« »Was ist denn an unserem nicht in Ordnung?« »Die Kanzlei hat bis zum Zweiten zu.« Poe schüttelte den Kopf, als könne sie es nicht glauben. »Und warum hast du da nicht bei den Bartlets angerufen?« »Die haben einen Anwalt.« »Wie bist du auf die Schnapsidee verfallen, James anzurufen?« »Du bist wirklich ein Idiot, Dick.« »Weil Julian mir bereits den schwarzen Peter zugeschoben hatte,« versetzte Dick Zähne knirschend. Damit ging er wütend aus dem Zimmer. Wolfi lag unter einer Decke zusammengerollt in einem Winkel des Busses und hielt einen Fuchsschwanz an seinen Mund gedrückt, der so weich war wie ein Teddybärfell. Verstohlen lutschte er dahinter an seinem Daumen. Er war so hungrig. Immer träumte er von Essen. Fox übersah ihn einfach, seit seine Mutter und sein kleiner Bruder verschwunden waren. Das war lange her, Wochen vielleicht. Und Wolfi wusste immer noch nicht, wo sie waren und warum sie fortgegangen waren. Manchmal mahnten ihn die Nachwehen eines furchtbaren Entsetzens in den Tiefen seines Bewusstseins, dass er es sehr wohl wusste. Aber er verdrängte es. Fox hatte ein paar andere aus dem Lager in den Bus mitgenommen und nun stellten sie einen Plan auf, um die Zufahrt zum Platz rund um die Uhr zu bewachen. Eines steht jedenfalls fest, sagte Fox. Wir haben sieben Tage Zeit, bevor jemand was unternehmen wird, und bis dahin haben wir aus dem Platz hier eine Festung gemacht. Tja, hoffentlich hast du recht und der Platz gehört wirklich niemand, sagte eine Frau. Ich habe nämlich überhaupt keine Lust, mich hier mit einem super Bauprojekt abzuschuften, nur damit die Bulldozer anrollen und alles niederwalzen, wenn's fertig ist. Außerdem friert man sich da draußen den Arsch ab, falls du's noch nicht bemerkt haben solltest. Ich habe recht, Bella. Ich kenne mich hier aus. Darauf folgte ein kurzes Schweigen. Na los, Fox, raus mit der Sprache, sagte ein Mann. Was hast du mit Shentett zu tun? Geht dich gar nichts an. Und ob uns das was angeht, sagte der Mann laut und zornig. Sollen wir dir vielleicht blind vertrauen? Wer sagt uns, dass nicht demnächst die Bullen anrücken und uns wegen unbefugtem Betreten von fremdem Gebiet einlochen? Erst sollen wir den Platz absperren, dann sollen wir eine Festung draus machen. Und wozu das Ganze? Weil es eine winzig kleine Chance gibt, dass alles, was wir hier bauen, in zwölf Jahren uns gehört. Mann, das ist doch für'n Arsch! Die Chancen stehen gut. Fox' Stimme hatte einen stählernen Unterton, bei dem es Wulfi fröstelte. In dem Dorf sind nur vier Häuser ständig bewohnt. Das Herrenhaus, Shanstadthaus, Mainer Lodge und Paddock View. Der Rest sind Ferien- und Wochenendhäuser. Was ist mit den Höfen? Wollte Bella wissen. Der Einzige, der für uns eine Rolle spielt, ist der von Dick Welden. Sein Grund hat die längste gemeinsame Grenze mit dem Stück Land hier. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass es keine Dokumente gibt, die beweisen, dass es jemals zur Shanstadtharm gehört hat. Woher? Glaub mir einfach, dass es so ist. Wie steht's mit dem Haus, das man von hier aus durch die Bäume erkennen kann? Das ist Shanstadth, Mainer. Dort wohnt ein alter Mann allein, der macht uns bestimmt keinen Ärger. Woher willst du das wissen? Er weiß, dass dieses Stück Land nicht ihm gehört, sagte Fox ruhig. Er hat es von seinen Anwälten überprüfen lassen, als Welden es damals für sich beanspruchen wollte. Es gibt keine Urkunden, die ihm einen Anspruch einräumen würden. Die anderen hier glauben, dass er seine Frau umgebracht hat und würden ihn gerne ins Gefängnis bringen. Er wird uns ganz sicher keine Scherereien machen. Er hat selbst genug Scherereien. Scheiße, sagte Bella verblüfft. Hat er's getan? Wen interessiert das, versetzte Fox gleichgültig. Mich vielleicht. Vielleicht ist er gemeingefährlich. Wir haben schließlich Kinder bei uns. Wenn du Angst hast, dann sag ihnen, sie sollen nicht dorthin gehen. Er kommt sowieso immer nur nachts raus. Scheiße, sagte sie wieder. Der tickt anscheinend nicht richtig. Wieso haben sie ihn nicht in die Klapsmühle gesteckt? Da gibt's keine freien Plätze mehr, sagte Fox kalt. Wie alt ist er? Über achzig. Und wie heißt er? Ist doch scheißegal, wie er heißt, fuhr Foxy an. Du wirst sowieso nicht mit ihm reden. Aber vielleicht möchte ich wissen, wer es ist, wenn über ihn geredet wird. Der Name ist ja wohl kein Geheimnis. Sie hielt einen Moment inne. Ah ja, vielleicht doch. Du kennst ihn wohl von früher, hm, Fox? Hat er dir deine Informationen alle geliefert? Ich bin ihm nie begegnet. Ich weiß nur jede Menge über ihn. Woher ich es weiß, geht hier keinem was an. Na klar. Also, wie heißt er? Locker, Herr Fox. Gottverdamme ich noch mal. Zufrieden? Wolfi kroch aus seinem Versteck hervor, als die Bustür zugeschlagen wurde. Er schob die Fuchsschwänze auf die Seite, mit denen das Fenster verhangen war, und beobachtete seinen Vater, der sich hinter dem Absperrungssaal aufstellte. So vieles verstand er nicht. Wer waren die Leute in den anderen Bussen? Wo hatte Foxy aufgetrieben? Was taten sie hier? Warum waren seine Mutter und sein Bruder nicht mit ihnen hier? Warum wollten sie eine Festung bauen? Er drückte die Stirn ans Glas und versuchte zu begreifen, was er gehört hatte. Er wusste, dass Fox mit vollem Namen Fox Evil ist. Er hatte seine Mutter einmal gefragt, ob er selbst mit Nachnamen auch Evil heiße, und seine Mutter hatte gelacht und gesagt, nein, nein, du heißt einfach nur Wolfi. Evil ist ein Beiname, kein Familienname. Da aber in Wolfis Welt jeder einen Familiennamen haben musste, stand von da an für ihn fest, dass Fox der Familienname seines Vaters war. Aber wer war dieser alte Mann mit dem Namen Lucky Fox? Musste sein Vater ihn nicht kennen, wenn sie denselben Familiennamen trugen? Mark trat zurück und schloss die Wohnzimmertür leise hinter sich. Mit einem entschuldigenden Lächeln wandte er sich dem Gast zu. Hätten Sie etwas dagegen, das erste Zusammentreffen noch ein paar Minuten zu verschieben? James ist, ähm, er brach ab. Ich weiß, er wird sich unglaublich freuen, Sie zu sehen, aber er macht im Moment ein Nickerchen. Nancy, die mehr gesehen hatte als Mark ahnte, nickte sogleich. Ich komme einfach nach dem Mittagessen wieder. Das ist überhaupt kein Problem. Ich muss mich bis spätestens 17 Uhr in der Kaserne in Bowington melden. Aber das kann ich auch jetzt gleich erledigen und später wiederkommen. Unsinn! Er schob sich zwischen sie und die Haustür, als fürchtete er, sie könne auf- und davonlaufen. Bitte gehen Sie nicht. James wäre niedergeschmettert. Aber war er das wirklich? Mark hoffte, dass seine ängstliche Unsicherheit ihm nicht anzusehen war. Tatsächlich nämlich hatte er keine Ahnung, wie James reagieren würde. Würde er sich freuen? Würde er erschrecken? Was würde eine DNA-Analyse ergeben? Ein verrücktes Zusammentreffen. Er könnte jetzt ein Haar von Nancys Schulter nehmen, ohne dass sie es merkte. Das Lächeln gefror ihm auf dem Gesicht, als er ihr in die Augen sah. Unglaublich! Es waren James' Augen. Irritiert von seinem Blick, zog Nancy sich die Wollmütze vom Kopf und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Es war eine sehr weibliche Geste, die im Widerspruch zu ihrer männlichen Aufmachung stand. Ein dicker Fleece-Pullover über einem Rollkragen-Pullover, Cargo-Hose, in schwere Stiefel hineingestopft, alles schwarz. Eine interessante Wahl, besonders im Hinblick auf ihren Besuch bei einem alten Mann, dessen Geschmack und Ansichten in Bezug auf Kleidung und Benehmen nur konservativ sein konnten. Ich bin vorübergehend als Ausbilderin für den Einsatzbereich Kosovo nach Bowington geholt worden, erklärte sie ihm, und als ich auf der Karte nachsah, »Ich dachte mir, wenn ich in aller Frühe losführe, könnte ich den heutigen Tag dazu nutzen.« Mit einem verlegenen Schulterzucken brach sie ab. »Ich habe nicht bedacht, dass er Gäste haben könnte.« Wenn ich Autos vor dem Haus gesehen hätte, hätte ich nicht geklingelt. »Aber so?« Mark tat alles, um sie zum Bleiben zu bewegen. »Mein Wagen steht hinten in der Garage. Wir sind ganz allein hier, er und ich. Wirklich, Captain Smith, das ist einfach.« Er suchte nach einem Wort, das ihr die Befangenheit nehmen würde. »Genial. Sie wissen gar nicht, wie genial. Dies ist das erste Weihnachtsfest seit Elsers Tod. Er hält sich verdammt tapfer, aber es geht ihm doch sehr nahe.« »Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so genial ist,« sagte sie unvermittelt. »Es wird ihn völlig aus der Fassung bringen, mich hier vorzufinden.« Er blickte ihr einen Moment forschend ins Gesicht. »Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Es wird Ihnen gut tun, sich nach der Fahrt die Füße zu vertreten, und in einer halben Stunde werfen wir einen diskreten Blick durch das Wohnzimmerfenster und sehen, wie es ihm geht. Was halten Sie davon?« Sie war sofort viel entspannter. »Gut,« sagte sie. »Marschieren ist mehr mein Ding, als mit kniffligen gesellschaftlichen Situationen umgehen.« Er lachte. »Mir geht's genauso. Kommen Sie.« Er wandte sich nach rechts und führte sie in einen Raum mit einem großen alten Spülstein auf der einen Seite und einem Durcheinander von Stiefeln, Pferdedecken, Regenzeug und dicken Mänteln auf der anderen. Auf dem Boden lagen ausgetrocknete Erdklumpen, die aus den profilen dicker Gummisohlen herausgefallen waren. Auf dem Spülstein und den Fensterbrettern hatten sich Staub und fettiger Schmutz gesammelt. »Es schaute ein bisschen chaotisch aus.« Er vertauschte seine Gucci-Slipper mit alten Gummistiefeln und schlüpfte in einen Ölmantel. Dann öffnete er die Tür ins Freie, die in einen ummauerten Hof führte, und ließ Nancy vorausgehen. Während sie einem nur noch in Spuren vorhandenen Kiesweg folgten, bewunderte Nancy die beinahe zweieinhalb Meter hohe Mauer, die den Garten umgab. »Das muss eine Pracht gewesen sein, als sie noch genug Leute hatten, um das Anwesen richtig zu versorgen. Es ist traurig, wenn Häuser von ihren Bewohnern nicht mehr genutzt werden.« Mark nickte lächelnd. Sie traten in eine weite Parklandschaft. Das Hons erhob sich zu ihrer Rechten. Raureif lag noch im Schatten unter den Büschen und Bäumen, die eine nach Süden verlaufende Allee bildeten, aber auf den weiten Grasflächen, die sanft abwärts fielen und ungehinderten Blick auf das Tal und das jenseits leuchtende Meer erlaubten, hatte die Wintersonne ihn zu glitzerndem Tau geschmolzen. »Toll«, sagte Nancy nur. »Ja, es ist atemberaubend, nicht?« »Die Bucht, die man erkennen kann, ist Berylis. Das ganze Land von hier bis zum Meer hin, und da gehört James. »Allerhand«, sagte sie. »Das ist ein Riesenbesitz.« Sie schirmte die Augen gegen die Sonne ab. »Wieso der plötzliche Umschwung?«, fragte er abrupt. Sie drehte sich nach dem Haus um. »Sie meinen, warum ich nun doch hergekommen bin?« »Ja.« Sie zuckte mit den Schultern. »Hat er Ihnen gesagt, dass er mir geschrieben hat?« »Erst gestern. Haben Sie die Briefe gelesen?« »Ja.« »Dann müssten Sie Ihre Frage eigentlich selbst beantworten können.« »Aber ich will Ihnen einen Hinweis geben.« Sie warf ihm einen belustigten Blick zu. »Ich bin nicht seines Geldes wegen hier.« Mark schob die Hände in die Taschen, um sie zu wärmen. »Ich kann mir nur denken, dass James Sinnes Wandel, sein Entschluss, sie aus allem herauszuhalten, sie veranlasst hat, zu kommen,« sagte er zu Nancy. »Ich verstehe allerdings nicht, wieso.« »Es hat mehr mit der Plötzlichkeit seines Entschlusses zu tun,« erklärte sie, ihre Gedanken ordnend. »Seinem ersten Brief nach schien ihm der Kontakt mit mir so wichtig zu sein, dass er für eine Antwort von mir ein Vermögen an Entschädigung zu zahlen bereit gewesen wäre. Sein zweiter Brief besagte genau das Gegenteil. Bleiben Sie mir fern, niemand wird je erfahren, wer Sie sind.« Sie hielt inne, um sich ihre Eindrücke von dem Briefwechsel zu vergegenwärtigen. »Diese kleine Fabel, die er mir geschickt hat, war sehr merkwürdig. Sie besagte praktisch, dass Leo seine Mutter aus Wut darüber getötet hat, dass sie ihn nicht weiterfinanzieren wollte. Stimmt das?« »Sie meinen, dass Leo Elzer getötet hat?« »Ja.« Mark schüttelte den Kopf. »Das kann gar nicht sein. Leo war in der Nacht in London. Sein Alibi war absolut in Ordnung. Die Polizei hat es gründlich überprüft.« »Aber James akzeptiert es nicht.« »Doch, damals hatte er es akzeptiert,« erwiderte Mark mit Unbehagen. »Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck.« Er schwieg einen Moment. »Könnte es nicht sein, dass Sie zu viel in diese Fabel hineininterpretieren, Captain Smith?« »Wenn ich mich recht erinnere, entschuldigte sich James in seinem zweiten Brief wegen seiner pathetischen Ausdrucksweise. Die Fabel war doch gewiss symbolisch zu nehmen und nicht wörtlich. Angenommen, er hätte »wütend anbrüllen« statt »fressen« geschrieben. Das wäre zwar weniger drastisch gewesen, der Wahrheit aber weit näher gekommen. Leo hat seine Mutter oft angebrüllt. Aber er hat sie nicht getötet. Niemand hat sie getötet. Ihr Herz ist stehen geblieben. Nancy nickte zerstreut, als hörte sie nur mit halbem Ohr zu. Hat Elsa es denn abgelehnt, ihm weiter Geld zu geben? Insofern, als sie Anfang des Jahres ein neues Testament machte, mit dem ihre beiden Kinder vom Erbe ausgeschlossen wurden. Wenn Sie mich fragen, war genau das ein Grund für Leo, sie nicht zu töten. Er und seine Schwester wurden von der Änderung unterrichtet. Sie wussten also, dass ihr Tod ihnen nichts einbringen würde. Oder jedenfalls nicht die halbe Million, auf die sie spekulierten. Sie hatten eine größere Chance auf das Geld, wenn ihre Mutter am Leben blieb. Nachdenklich blickte sie zum Meer hinaus. Indem sie sich besserten, wie James in seiner Fabel schreibt. Ja. Er zog die Hände aus den Taschen und blies in sie hinein. Er hat ihnen bereits berichtet, dass sie ihre Eltern enttäuscht haben. Ich verrate ihnen also nichts Neues, wenn ich das betone. Elsa suchte immer nach Druckmitteln, um ihre Kinder noch zur Umkehr zu bewegen. Und die Testamentsänderung war auch so ein Versuch, durch Druck Besserung zu erreichen. Und da wären wir bei dem plötzlichen Entschluss, nach mir zu suchen, warf Nancy ohne Bitterkeit ein. Ich war auch ein Druckmittel. Also ganz so kalt schnolzig war es nicht, entgegnete Mark in entschuldigendem Ton. Es ging eher darum, die nächste Generation zu finden. Leo und Elisabeth haben beide keine Kinder. Damit sind sie die einzige genetische Verbindung zur Zukunft. Sie drehte den Kopf, um ihn anzusehen. Bis sie aufkreuzten, habe ich nie über meine Gene nachgedacht, sagte sie mit einem kleinen Lächeln. Jetzt machen sie mir Angst. Denken die Lockheyer Fox auch mal an andere und nicht nur an sich selbst? Sind Egoismus und Habgier mein ganzes Erbe? Mark dachte an die Tonbänder in der Bibliothek. Um wie viel schlechter würde sie sich fühlen, wenn sie je hörte, was sie enthielten. Sie müssen mit James sprechen, sagte er. Sie blickte ihm forschend ins Gesicht und bemerkte die plötzlich vorsichtige Verschlossenheit seines Ausdrucks. Wie kommt es denn, dass die Leute nicht an einen natürlichen Tod glauben wollen? Warum bleibt der Verdacht? Mark antwortete nicht gleich. Weil damals alles auf einen gewaltsamen Tod hinzudeuten schien, sagte Mark schließlich. Selbst James glaubte, sie sei ermordet worden. Die Tatsache, dass Elsa mitten in der Nacht ins Freie hinausgegangen war. Das Blut auf der Terrasse. Er selbst hat die Polizei angetrieben, nach Spuren eines Einbrechers zu suchen. Und als sie keine fanden, richtete ihre Aufmerksamkeit sich auf ihn. Als ich hier ankam, war er dabei, Leo zu beschuldigen, seine Mutter umgebracht zu haben. Das war natürlich wenig hilfreich. Er schwieg. Warum? Zu viele wilde Beschuldigungen. Es brauchte nur noch den unwiderlegbaren Hinweis auf einen Streit, und schon sah er doppelt schuldig aus. Sie versuchten, ihn mit Fragen über seine Beziehung zu Elsa in die Enge zu treiben. Ob sie gut miteinander ausgekommen seien, ob er sie geschlagen habe. Die Polizei beschuldigte ihn, sie nach einer Auseinandersetzung aus Wut ausgesperrt zu haben. Bis er fragte, warum sie da nicht einfach ein Fenster eingeschlagen hat, um ins Haus zu kommen, oder warum sie nicht zur Vera und Bob gegangen ist und um Hilfe gebeten hat. Er war ziemlich erschüttert am Ende. Die Polizei machte einen Rückzieher, als der Obduktionsbefund nichts erbrachte und sich zeigte, dass die Blutspuren auf der Terrasse von einem Tier stammten. Aber die Gerüchte hörten nicht auf. Er seufzte. Wenn diese dumme Person, diese Welden, sich nicht so ungeheuer wichtig vorkäme, wer ist diese Welden? Er wies mit ausgestrecktem Daumen nach rechts. Die Frau von dem Bauern da drüben. Sie behauptet, einen Streit zwischen James und Elsa gehört zu haben. Hat diese Mrs. Welden den Streit denn gesehen? Nein, darum haben ja die Polizei und das Untersuchungsgericht ihre Aussage verworfen. Aber sie beharrt steif und fest auf dem, was sie angeblich gehört hat. James bestreitet, dass es überhaupt eine Auseinandersetzung gegeben hat. Warum sollte Mrs. Welden lügen? Mark zuckte mit den Schultern. Ich kenne sie nicht. Aber nach allem, was man hört, scheint sie zu dem Typ Mensch zu gehören, der gern eine Geschichte erfindet oder ausschmückt, um sich wichtig zu machen. James hat mir erzählt, dass ihre Klatschsucht Elsa wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist. Ich habe mir sämtliche Aufzeichnungen angehört. Es wird eher schlimmer als besser. Es ist unerträglich. Inzwischen sind es fünf pro Nacht. Er hat wahrscheinlich seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen. Wer steckt denn dahinter? Wieder ein Schulterzucken. Das wissen wir nicht. Bei den meisten Anrufen lässt sich die Nummer nicht feststellen. Wahrscheinlich, weil der oder die Anrufer die 141 vorwählen, um ihre Nummer zu unterdrücken. Einige Nummern konnte James über die Rückrufnummer 1417 feststellen, aber nicht viele. Er führt eine Liste. Aber der Schlimmste dieser Leute, vielleicht auch die Schlimmsten, es ist schwierig zu erkennen, ob es sich immer nur um ein und dieselbe Person handelt, ist schlau genug, darauf zu achten, dass er anonym bleibt. Spricht er am Telefon? Kennen Sie seine Stimme nicht? Oh ja, er spricht und wie er spricht, erwiderte Mark erbittert. Der längste Anruf dauert eine halbe Stunde. Meiner Ansicht nach ist es immer derselbe Mann. Beinahe mit Sicherheit Leo, weil er so viel von der Familie weiß. Aber er verwendet ein elektronisches Gerät, das die Stimme verzerrt. Er hört sich an wie Darth Vader. So ein Gerät habe ich schon mal gesehen, die verzerren Frauenstimmen genauso. Ich weiß, das ist ja das Problem. Es wäre ziemlich einfach, wenn wir sagen könnten, dass Leo der Anrufer ist. Aber es kann praktisch jeder sein. Diese widerliche Weldon hat nicht mal den Mumm etwas zu sprechen, sie ruft nur mitten in der Nacht an, um ihn zu wecken, und dann keucht sie fünf Minuten lang in den Apparat. Wie weit ist das Haus der Weldons entfernt? Einen knappen Kilometer, an der Straße nach Dorchester. Warum gehen Sie dann nicht mal dort vorbei und steigen ihr gehörig aufs Dach? Wenn sie nicht einmal den Mut hat, am Telefon einen Ton zu sagen, fällt sie wahrscheinlich sofort in Ohnmacht, wenn der Rechtsanwalt vor ihrer Tür aufkreuzt. Schalten Sie die Leute aus, die Sie identifizieren können, und konzentrieren Sie sich auf Darth Vader. Er wird leichter auszumachen sein, wenn Sie ihn erst einmal vom Rest isoliert haben. Sie lächelte über sein Gesicht. Das ist Standard-Taktik. Das glaube ich gern, antwortete er säuerlich. Und jetzt sagen Sie mir, wie das ohne gerichtliche Anordnungen geht? Teilen und herrschen. Mit Mrs. Weldons Ehemann haben Sie schon den Anfang gemacht. Wie hat er eigentlich reagiert? Ärgerlich. Er wußte nichts von den Anrufen. Das ist gut. Wer wurde sonst noch über die 1471 identifiziert? Eleanor Bartlett. Sie wohnt drüben im Shanstathouse, ungefähr 50 Meter die Straße runter. Sie und Prue Weldon sind Busenfreundinnen. Dann wird das der stärkste Block gegen James sein. Sie müssen die beiden entzweien. Er schnitt eine sarkastische Grimasse. Und wie fange ich das an? Indem Sie erst mal an die Sache glauben, für die Sie kämpfen, antwortete sie ruhig. Halbherzig zu Werke gehen bringt gar nichts. Mark, für den die ganze Angelegenheit eine verwirrende Collage aus Grautönen war, fand das viel zu einfach gesehen und fragte sich, was sie in Oxford studiert hatte. Die Realität ist niemals nur schwarz oder weiß, protestierte er. Was ist, wenn beide Seiten lügen? Was, wenn sie in Bezug auf das eine die Wahrheit sagen und auf das andere nicht? Was ist, wenn das Ereignis um das gestritten wird, mit dem angeblichen Verbrechen überhaupt nichts zu tun hat? Er stieß mit dem Finger nach ihr. Was tun Sie dann? Vorausgesetzt, Sie haben ein Gewissen und wollen nicht den Falschen erschießen. Den Dienst quittieren, antwortete Nancy Schroff. Zu den Pazifisten übergehen, desertieren. Wenn man auf die feindliche Propaganda hört, gefährdet man nur die eigene Moral und die seiner Truppen. Das ist Standard-Taktik. Sie stach ihrerseits mit spitzem Finger nach ihm, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Propaganda ist eine mächtige Waffe. Die Tyrannen der Geschichte haben das bewiesen. Elinor Bartlett war reichlich aufgebracht gewesen, als Prou ihr am Telefon von den Landbesetzern im Wäldchen berichtete. Elinor war es gewesen, die ihren Mann gedrängt hatte, sich vorzeitig in den Ruhestand versetzen zu lassen, weil sie unbedingt aufs Land ziehen wollte. Julian hatte sich ihrem Wunsch widerstrebend gefügt, aber nur, weil er wusste, dass seine Tage bei der Firma gezählt waren. Er hatte ernste Zweifel daran, dass es klug war, London zu verlassen. Wie immer wurde er von einer Kombination aus Schweigen und wütenden Vorwürfen kirre gemacht. Sie hatten ihr, an Londoner Maßstäben gemessen, bescheidenes Haus am äußeren Rand von Chelsea verkauft, – vier Jahre war das her – und sich dank der inflationären Preisentwicklung auf dem Londoner Immobilienmarkt mit dem Erlös zu einer eindrucksvolleren Adresse in einem Dorf in Dorset aufschwingen können. Das Shanstad House, ein schöner viktorianischer Bau, verlieh seinen Eigentümern eine Aura von Tradition und Geschichte. Elinor log deshalb auch immer, wenn sie davon sprach, wo sie früher gelebt hatten, gleich um die Ecke von Margaret Thatcher, was für einen Posten Julian bei der Firma bekleidet hatte, im Vorstand und wie hoch sein Einkommen gewesen war, im sechsstelligen Bereich. Ironischerweise erwies sich der Umzug als weit vorteilhafter für ihn als für sie. Elinor nahm zwar in diesem abgelegenen Dorf mit seinen wenigen Einwohnern die Stellung eines Paradiesvogels unter Spatzen ein, genau wie sie sich das immer erträumt hatte, aber genießen konnte sie diese Ausnahmestellung nicht. Ihre Bemühungen, sich bei den Lockerher Fox beliebt zu machen, waren erfolglos geblieben. Es wäre vielleicht anders gekommen, hätte Julian ihre Ambitionen, sich einen Platz in der feinen Gesellschaft von Dorse zu erobern, geteilt oder tatkräftig unterstützt. Doch frei von den Zwängen des Geldverdienens und genervt von Elinors ständiger Norgelei über seine Faulheit, suchte er sich seinen eigenen Zeitvertreib. Von Natur aus ein geselliger Mensch steuerte er zielstrebig ein freundliches Pub in einem Nachbardorf an und ertrank sich, unbekümmert darum, ob seine Zechkumpane Großgrundbesitzer, Bauern oder Landarbeiter waren, ganz gemütlich einen Platz in der ländlichen Gemeinschaft. Innerhalb einiger Monate entdeckte er seine aus Kindertagen vorhandene Leidenschaft für das Reiten wieder, nahm Stunden, ließ den Stall hinter seinem Haus herrichten, teilte eine Hälfte des Gartens als Koppel ab, kaufte ein Pferd und trat dem örtlichen Jagdverein bei. Es war Elinors Rettung, dass die Weldens die Shandstead Farm kauften. In Pru fand sie eine Busenfreundin, die ihr half, ihr Selbstvertrauen wiederherzustellen. Pru war die bewundernde Anhängerin, die Elinor brauchte. Elinor war der geschliffene Londoner Stahl, der Pru den Rücken stärkte und ihr erlaubte, ihre Kritik an den Männern und der Ehe zu äußern. Es war im Licht dieser Umstände nicht weiter verwunderlich, dass Pru die Tatsachen frisierte, als sie am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags mit Elinor telefonierte. »Wie viele Leute kampieren denn da im Wäldchen?« fragte Elinor. »Ich weiß es nicht. Dick ist wütend abgezogen, ohne mir was Näheres zu sagen.« »Na schön. Überlass die Angelegenheit mir,« sagte Elinor, gewöhnt, das Heft in die Hand zu nehmen. »Ich schaue mir das mal an, und dann rufe ich die Polizei. Es wäre dumm, für einen Anwalt Geld auszugeben, solange es nicht unbedingt nötig ist. Ruf mich zurück, wenn du was weißt. Ich bin den ganzen Tag zu Hause.« »In Ordnung,« sagte Elinor, ehe sie nach hinten auf die Veranda ging, um ihre Bonbon-rosa Jacke und ihre Designerstiefel zu holen. Sie war einige Jahre älter als ihre Freundin, marschierte rapide auf die Sechzig zu, aber sie verriet nie ihr wahres Alter. Pru's Hüften wurden immer breiter, Elinor achtete streng darauf, dass sie kein Gramm Speck ansetzte. Sie drängte sich an ihrem BMW vorbei, der in der Einfahrt stand, und dachte bei sich, wie viel besser seit Elsas Tod alles geworden war. Jetzt gab es keine Frage mehr, wer im Dorf die Tonangebende war. Elinor war ärgerlich, als sie beim Näherkommen das schwelende Feuer in der Mitte des verlassenen Lagerplatzes sah. Es war unverantwortlich, Brennen des Holz unbewacht zu lassen, auch wenn der Boden hart gefroren war. Ohne das Schild zu beachten, das den Zutritt verbot, packte sie das Absperrungsseil, um es hochzuheben, und erschrak fast zu Tode, als unversehens zwei vermummte Gestalten hinter den Bäumen zu beiden Seiten des Forstwegs hervortraten. »Können wir was für Sie tun, Mrs. Bartlett?« fragte die Gestalt auf der linken. Der Stimme nach war es ein Mann. Er hatte den weichen Akzent der Einheimischen, sonst hatte er keinerlei verräterische Merkmale, abgesehen von den hellen Augen, die sie mit scharfem Blick fixierten. »Woher wissen Sie meinen Namen?« fragte sie entrüstet. »Aus der Wahlliste.« Er tippte auf einen Feldstecher, den er auf der Brust hängen hatte. »Ich habe Sie aus dem Schenstethaus kommen sehen. Also, was können wir für Sie tun?« »Was ist denn hier los?« fragte sie aufgebracht. »Haben Sie eine Genehmigung für den Platz?« »Sagen Sie mir, wem er gehört, dann verhandle ich gern mit dem Betreffenden.« »Er gehört dem Dorf.« Er tippte auf das Verbotsschild. »Leider nicht, Mrs. Bartlett. Es gibt keinerlei Unterlagen, die einen Eigentümer ausweisen. Der Platz ist nicht einmal als Gemeindeland im Grundbuch eingetragen. Und gemäß Locke's Theorie über das Eigentum kann ein herrenloses Stück Land von jedem ersessen werden, der es eingrenzt, Gebäude darauf errichtet und seinen Rechtsanspruch verteidigt. Wir erheben Anspruch auf dieses Grundstück, solange niemand ein Eigentum daran nachweist.« »Das ist unerhört.« »Es entspricht dem Gesetz.« »Das werden wir ja sehen,« giftete sie. »Ich gehe jetzt nach Hause und rufe die Polizei an.« »Bitte?« sagte der Mann. »Aber Sie vergeuden Ihre Zeit. Mr. Weldon hat bereits mit der Polizei gesprochen. Sie sollten sich lieber einen guten Anwalt besorgen.« Mit einer ruckartigen Kopfbewegung wies er zum Herrenhaus. »Vielleicht sollten Sie Mr. Lockyer Fox fragen, ob Sie mit Mr. Anketon arbeiten können. Der ist wenigstens zur Stelle und weiß sicher einiges über die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Terra Nullius. Oder haben Sie in dieser Richtung alle Brücken abgebrochen, Mrs. Bartlett?« Elinors Beunruhigung wuchs. Wer war dieser Mann? Woher wusste er den Namen von James' Anwalt? Der stand nun ganz sicher nicht in der Wahlliste von Schenstedt. »Ich verstehe überhaupt nicht, wovon Sie sprechen.« »Terra Nullius. Land, das niemandem gehört.« Der Blick dieser hellen Augen, irgendwie vertraut, machte sie nervös und sie wandte sich deshalb der kleineren, massigeren Gestalt an der Seite des Mannes zu. »Wer sind Sie überhaupt?« »Ihre neuen Nachbarn, Schätzchen.« Es war die Stimme einer Frau. »Wir werden eine Weile bleiben. Da gewöhnen Sie sich mal besser an uns.« »Oh, ich glaube nicht, dass Sie lange bleiben werden,« entgegnete sie herablassend. »Sie werden bald feststellen, dass Sie in Schenstedt keinen Fuß auf den Boden bekommen.« »Da wäre ich mir mal nicht so sicher,« murmelte die Frau. Mit einem verkniffenen Lächeln machte Elie nur auf dem Absatz kehrt und ging. »Vielleicht sollten Sie Ihren Mann mal nach seiner Freundin fragen,« rief die Frau ihr nach, »die immer kommt, wenn Sie nicht da sind. Blond, blaue Augen und keinen Tag über dreißig.« Bella sah der Frau nach. Sie ärgerte sich, dass sie Fox-Einflüsterungen so gehorsam wiederholt hatte. Es war nicht ihre Art, das Leben anderer zu zerstören, und sie sah auch keinen Sinn darin. »Wie soll das unserem Verhältnis zu den Nachbarn gut tun?«, fragte sie laut. »Wenn Sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen.« »Lassen Sie uns in Frieden. Du bist ganz schön skrupellos, was?« »Vielleicht. Wenn ich was erreichen will.« Bella warf ihm einen Blick zu. »Und was willst du erreichen, Fox? Denn wegen dem gesellschaftlichen Anschluss hast du uns bestimmt nicht hierher gelotst.« Sein Blick war eisig geworden. »Pass lieber auf«, war alles, was er sagte. Elinor begann ihre Suche in Julians Ankleidezimmer. Sie durchwühlte seine Jackentaschen und leerte sämtliche Schubladen seiner Kommode. In seinem Arbeitszimmer machte sie weiter, kramte seinen Aktenschrank durch und stellte seinen Schreibtisch auf den Kopf. Schon bevor sie seinen Computer einschaltete und seine E-Mail-Korrespondenz durchlaufen ließ, der Mann hielt es nicht einmal für nötig, ein Passwort zu benutzen, hatte sie erdrückendes Beweismaterial beisammen. Er schien sich gar nicht bemüht zu haben, die Affäre zu verheimlichen. In einer Jackentasche fand sie einen Zettel mit einer Handynummer, in der Schublade mit seinen Taschentüchern ganz hinten einen seidenen Schal, in seinem Schreibtisch Hotel- und Restaurantrechnungen und im Computer Dutzende von E-Mails, die unter den Initialen GS gespeichert waren. »Darling, wie sieht's am Dienstag aus? Ich bin ab sechs Uhr frei. Kommst du zum Gelände Jagdrennen in Newton? Ich reite Monkey Business, starte um halb vier. Vergiss nicht den Tausender-Zuschuss zur Tierarztrechnung von MB, den du mir versprochen hast. Kommst du zum Jagdtreffen? War das wirklich dein Ernst mit der neuen Pferdebox? Ich liebe dich abgöttisch!« Wutschäumend suchte Elinor unter versendete Post nach Julians Briefen an GS. Thelma fährt am Freitag mit Luis zum Shopping. Gleicher Ort, gleiche Zeit? Tee fährt nächste Woche nach London. Dienstag bis Freitag, drei volle Tage Freiheit. Wie sieht's aus? Tee ist strohdumm. Man kann hier alles weiß machen. Hättest du es für möglich, dass Tee einen Lieberbart hat? Ich erwische sie dauernd am Telefon. Dann legt sie sofort auf. Tee hat eindeutig etwas in Petto. Tuschelt ständig in der Küche mit El. Wie stehen die Chancen, dass Dick und ich gleichzeitig abserviert werden? Wäre es möglich, dass ein Wunder geschehen ist und sie beide was fürs Bett gefunden haben? Vor Elinor öffnete sich der furchtbare Abgrund der Scheidung. Sie konnte doch mit sechzig nicht wieder allein dastehen. Alle würden sie meiden, genau wie damals, als ihr erster Mann sie wegen der Frau verlassen hatte, die ein Kind von ihm erwartete. Julien war ihr letzter verzweifelter Versuch gewesen, ein Verhältnis mit dem Chef, das schließlich zur Heirat geführt hatte. Ein zweites Mal konnte sie das nicht durchstehen. Sie würde das Haus verlieren, ihre gesellschaftliche Stellung, sie würde anderswo ganz von vorn anfangen müssen. Sorgfältig, sodass Julien nicht merken würde, dass sie die E-Mails entdeckt hatte, schloss sie alle Fenster und fuhr den Computer herunter, bevor sie die Schreibtischschubladen zustieß und den Sessel wieder richtig hinstellte. Schon viel besser. Jetzt begann sie doch vernünftig zu denken. Solange GS ein Geheimnis blieb, war nichts verloren. Julien hasste es, sich festzulegen. Elinor hatte ihn vor zwanzig Jahren nur zwingen können, sich zu ihr zu bekennen, indem sie dafür gesorgt hatte, dass seine Frau von ihrer Existenz erfuhr. Sie würde bestimmt nicht zulassen, dass GS es mit ihr genauso machte. Mit neuer Zuversicht ging sie wieder nach oben, machte in Juliens Ankleidezimmer gewissenhaft Ordnung und setzte sich dann vor ihren Spiegel, um ihr Gesicht zu bearbeiten. Für eine Frau ihres oberflächlichen Charakters war es ohne Belang, dass sie ihren Mann nicht mochte und er sie nicht. Hier ging es nur um Besitz. Elinor trank sich mit einem Whisky-Pur Mut an, bevor sie Poe anrief. Ihr war klar, dass die Freundin darüber nicht erfreut sein würde, aber sie wollte ihrem Mann auf keinen Fall Anlaß geben, sich noch weiter von ihr zu entfernen, indem sie ihm leichtsinnig hohe Anwaltskosten aufbürdete. Poe würde sie davon natürlich nicht sagen. Dass Julien ihr eine Dreißigjährige vorzog, war demütigend genug. Poe meldete sich gleich beim ersten Läuten. »Oh, hallo«, ihr leichter Ton wirkte bemüht, »wie ist es denn gelaufen?« »Leider nicht sehr gut. Das sind keine Landfahrer, die hier mal kurz kampieren, Poe. Das sind Leute, die vorhaben, sich auf dem Platz niederzulassen, bis eindeutig nachgewiesen werden kann, dass der Grund jemandem gehört. Sie wollen sich das Eigentumsrecht ersitzen.« »Was heißt das?« »Sie wollen ihn einzäunen und auf ihm bauen. Praktisch das Gleiche, was Dick versuchte, als ihr hierherkamt. Wenn ich Recht verstanden habe, können wir die nur loswerden, wenn Dick oder James nachweisen, dass der Platz dort zu ihrem Grund und Boden gehört.« »Was hat denn euer Anwalt gesagt?« »Nichts. Ich habe gar nicht mit ihm gesprochen.« Elinor genehmigte sich klamheimlich einen Schluck Whisky. »Es hätte keinen Sinn gehabt, Poe. Er hätte mir nur gesagt, dass uns die ganze Sache nichts angeht, was ja auch stimmt. Ich meine, wir können beim besten Willen nicht geltend machen, dass das Wäldchen zu unserem Besitz gehört. Deshalb wird es unserem Anwalt nicht möglich sein, sich die einschlägigen Urkunden zu beschaffen oder uns eine Einschätzung der Situation zu geben. Ich weiß, das ist blöd, aber ich denke, Dick hatte ausnahmsweise mal Recht, als er James' Anwalt anrief. Dick und James sind die einzigen, die direkt betroffen sind. Die beiden müssen sich jetzt einigen, wer gegen diese Leute vorgeht.« Poe sagte nichts. »Bist du noch dran?« »Hast du die Polizei angerufen?« »Die hatte offenbar Dick schon vom Wäldchen aus angerufen. Du hättest das mit ihm besprechen sollen. Es war reine Zeitverschwendung, dass ich darauf gerannt bin.« Sie schob gleich den nächsten Vorwurf nach, um Poe in die Defensive zu drängen. Und es war verdammt ungemütlich. Sie sind alle maskiert und wissen über jeden im Dorf erschreckend genau Bescheid. Sie kennen die Namen der Leute, wissen, wem was gehört und dergleichen mehr. »Hast du mit Dick gesprochen?«, fragte Poe scharf. »Nein.« »Woher weißt du dann, dass er mit der Polizei telefoniert hat?« »Der Mann auf dem Platz oben im Wäldchen hat es mir gesagt.« Poes Stimme troff von Verachtung. »Also wirklich, Ellie, wie kannst du nur so naiv sein? Du hast versprochen, die Polizei anzurufen. Warum machst du solche Versprechungen, wenn du nicht vorhast, sie zu halten? Ich hätte das vor zwei Stunden selbst erledigen und uns allen eine Menge Verdruss ersparen können.« Elinor war prompt eingeschnappt. »Warum hast du es dann nicht getan? Wenn du auf Dick gehört hättest, anstatt voreilig anzunehmen, er liefe vor dem Problem davon, hättet ihr selbst die Sache klären können, anstatt euch darauf zu verlassen, dass Julian und ich euch aus der Patsche helfen. Wir können schließlich nichts dafür, wenn irgendwelche Leute sich auf eurem Grund niederlassen. Und ganz bestimmt ist es nicht unsere Aufgabe, einen Anwalt dafür zu bezahlen, dass er euch zur Hilfe kommt.« Wenn Pro über Elinors Sinneswandel erstaunt war, ließ sie es sich nicht anmerken. »Wieso bist du auf einmal so komisch?« »Ja, Herr Gott, noch mal! Ich habe gerade eine ziemlich erschreckende Begegnung mit einem Haufen unangenehmer Leute hinter mir. Wenn du meinst, du kannst es besser machen, dann geh doch und red mit ihnen. Wir werden ja sehen, wie weit du kommst.« Nancy saß auf der Terrasse mit geschlossenen Augen. »Das Gesicht der Sonne zugewandt.« »Sie hätte in der Tat ein junger Mann sein können,« dachte Mark, der sie aufmerksam betrachtete. »Muskulös, kantiges Gesicht, keine Schminke, viel zu groß. Überhaupt nicht mein Typ,« sagte Mark, sich entschieden. Er mochte zierliche Frauen, blond und blauäugig. Solche Stärke im Gesicht hätte abschrecken müssen. Stattdessen war Mark gefesselt. Bedenken, die Nancy hinsichtlich ihres Zusammentreffens mit James Lockyer Fox gehabt hatte, wurden durch die gerade Art, wie er sie begrüßte, augenblicklich zerstreut. Da gab es keine künstliche Rührseligkeit und keine gespielte Zuneigung. Er kam ihr auf der Terrasse entgegen und nahm ihre Hand kurz in seine beiden. »Es freut mich sehr, dass Sie hier sind,« Nancy. Seine Augen waren ein wenig feucht, aber sein Händedruck war fest, und Nancy zollte ihm im stillen Beifall dafür, wie es ihm gelungen war, dieser keineswegs einfachen Situation alle Peinlichkeit zu nehmen. »Woher wussten Sie, dass ich es bin?«, fragte Nancy James mit einem Lächeln. Er ging einen Schritt zur Seite, um ihr den Vortritt ins Wohnzimmer zu lassen. »Weil Sie meiner Mutter so ähnlich sehen,« sagte er, »und führte sie zu einem Sekretär in der Ecke, auf dem ein Hochzeitsfoto in silbernem Rahmen stand.« Der Mann war in Uniform, die Frau trug ein schlichtes Kleid im Stil der Zwanzigerjahre, mit tief gesetzter Taille und einer Spitzenschleppe, die um ihre Füße drapiert war. James nahm das Bild zur Hand und betrachtete es einen Moment, bevor er es Nancy reichte. »Sehen Sie da eine Ähnlichkeit?« Es überraschte sie, tatsächlich eine zu erkennen. Aber sie hatte ja auch nie jemanden gekannt, mit dem sie sich hätte vergleichen können. Sie hatte die gleiche Nase und die gleiche Kinnpartie wie diese Frau, und sie war vom gleichen dunklen Typ. Sie suchte nach Schönheit in dem papierenden Gesicht, aber sie fand sie dort so wenig wie in ihren eigenen Zügen. Nancy stellte die Fotografie wieder auf den Sekretär. Sie setzte sich. Die Beine gespreizt wie ein Mann, und die Ellbogen auf die Knie gestützt, neigte sie sich James' Sessel entgegen. James seinerseits neigte sich Nancy entgegen, wie einer alten Freundin. In diesem beiderseitigen Entgegenkommen lag eine große Intimität, doch dessen schienen sich die beiden nicht bewusst zu sein. Mark war klar, dass Nancy von der ungeheuren Wirkung, die sie ausübte, keine Ahnung hatte. Sie wusste nicht, dass James nur höchst selten einmal lachte, dass er noch vor einer Stunde nicht fähig gewesen wäre, eine Fotografie mit ruhiger Hand zu ergreifen, dass das Feuer in den müden Augen ihr galt. Mark trat zu ihm, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wie wär's mit einem Drink, James? Soll ich für uns was einschenken? Der Colonel nickte. Ausgezeichnete Idee. Wie spät ist es eigentlich? Nach eins. Na, sowas schon. Da sollten wir ans Mittagessen denken. Das arme Kind hier ist sicher schon halb verhungert. Nancy schüttelte sofort den Kopf. Nein, bitte. Was halten Sie von kaltem Fasan, Gänse, Leber, Pastete und Baguette, unterbrach Mark. Liegt alles in der Küche parat. Er lächelte ermunternd. An Getränken gibt's nur, was im Keller liegt, also entweder Rot- oder Weißwein. Was ist Ihnen lieber? Weiß, meinte sie. Aber nicht zu viel. Ich muss noch fahren. James? Das Gleiche. Ganz hinten liegt noch ein recht ordentlicher Chablis. Das war Elsas Lieblingswein. Machen Sie davon eine Flasche auf. In Ordnung. Ich bringe erst den Wein, dann mache ich das Essen. Er sah Nancy an und streckte auf Hüfthöhe, so dass James es nicht sehen konnte, einen Daumen in die Höhe, als wollte er sagen, gut gemacht. Sie zwinkerte ihm zur Antwort kurz zu, was er richtig als Dank interpretierte. Es tat ihm gut. Er brauchte das Gefühl, mehr als der unbeteiligte Beobachter zu sein. James wartete, bis sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. Er war mir eine große Stütze, sagte er. Ich wollte ihn nicht über Weihnachten seiner Familie entziehen, aber er ließ es sich nicht nehmen, herzukommen. Ist er verheiratet? Nein. Ich glaube, er war einmal verlobt, aber aus irgendeinem Grund ist nichts daraus geworden. Er stammt aus einer großen, irisstämmigen Familie, sieben Töchter und einen Sohn. Weihnachten feiern sie immer alle zusammen, das ist offenbar Tradition in der Familie. Es war also umso großherziger von ihm, hierher zu kommen. Er schwieg einen Moment. Ich glaube, er hatte Angst, ich würde eine Dummheit machen, wenn ich allein wäre. Nancy sah ihm forschend in die Augen. War die Sorge berechtigt? Diese Direktheit erinnerte ihn an Elza, die es immer als Zeitverschwendung betrachtet hatte, um den heißen Brei herumzureden, wie sie es zu formulieren pflegte. Ich weiß es nicht, sagte er aufrichtig. Ich habe mich selbst nie als jemanden gesehen, der so leicht aufgibt. Aber ich habe auch noch nie ohne Freunde an der Seite im Kampf gestanden. Und man weiß erst, wenn man allein ist, wie mutig man wirklich ist. Da muss man zuerst einmal definieren, was Mut ist, meinte sie. Wo zum Teufel willst du hin? Fuchs packte Wulfi bei den Haaren und schwang ihn herum. Nirgends, stammelte der kleine Junge. Er war so leise wie möglich gewesen. Aber Fox war noch leiser. Nichts hatte Wulfi vor der Anwesenheit seines Vaters hinter dem Baum gewarnt. Fox jedoch hatte ihn gehört. Das unaufhörliche Kreischen der Kettensäge in der Mitte des Wäldchens war so laut, dass es alle anderen Geräusche übertönte. Und trotzdem hatte Fox Wulfis heimliche Annäherung wahrgenommen. In Mütze und Schal vermummt starrte Fox über den Rasen zur geöffneten Terrassentür, wo der alte Mann und die beiden Leute standen, die Wulfi schon früher beobachtet hatte. Die Frau trat durch die offene Tür hinaus und hob einen Feldstecher an ihre Augen. Da drüben, sagten ihre Lippen ganz deutlich, als sie den Feldstecher senkte, und zu der Stelle inmitten der kahlen Bäume wies, wo die Sägemannschaft zugange war. Die Kettensäge stotterte plötzlich und verstummte, und die Stimmen der Leute auf der Terrasse des großen Hauses schalten klar verständlich über die Wiese. Scheinen Elinor Bartlett einen Haufen Quatsch erzählt zu haben. Sie hat mir etwas von Terra Nullius und Locke's Eigentumstheorie heruntergebetet, was sie vermutlich von den Leuten dort gehört hatte. Denn ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass sie mit diesen Begriffen vertraut ist. Beide ziemlich ungebräuchlich heutzutage. Niemandsland? fragte die Frau. Ist das denn in diesem Fall zutreffend? Ich denke, nein. Das ist ein Begriff aus dem alten Herrschaftsrecht. Einfach gesagt, die Erstankömmlinge in einem unbewohnten Gebiet können dieses im Namen ihres Herrn, gewöhnlich eines Königs, für sich beanspruchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Gesetz hier und heute auf ein strittiges Stück Land in Großbritannien anwendbar ist. Die naheliegenden Anspruchsberechtigten sind James oder Dick Walden oder das Dorf und der Berufung auf das Gewohnheitsrecht. Und was hat es mit Locke's Theorie auf sich? Auch da geht es um das Eigentumsrecht. John Locke war ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, der die Vorstellungen von Eigentum systematisierte. Demnach erwarb derjenige, der als erster einen Ort in Besitz nahm, Rechte an diesem Gebiet, die dann verkauft werden konnten. Die frühen amerikanischen Siedler grenzten unter Berufung auf dieses Prinzip Land ein, das nie zuvor eingegrenzt war. Die Tatsache, dass es den Indianern gehörte, die keine Einfriedung kannten, wurde einfach ignoriert. Dann sprach ein anderer Mann mit einer weicheren, älteren Stimme. Das Gleiche, was diese Leute hier vorhaben also. Nimm dir, was du kannst, ohne Rücksicht auf den eingeführten Brauch der bereits existierenden, sesshaften Gemeinschaft. Das ist interessant, nicht wahr? Vor allem, da sie sich selbst wahrscheinlich als Wanderindianer sehen, die ganz mit dem Land in Einklang sind und nicht als gewalttätige Cowboys, die darauf aus sind, es auszubeuten. »Haben Sie denn irgendeine rechtliche Handhabe?«, fragte die Frau. »Das kann ich mir nicht vorstellen,« antwortete der alte Mann. Elsa beantragte, das Wäldchen unter Naturschutz zu stellen, als Dick Welden es damals einfrieden wollte. Wenn hier also jemand Anstalten machen sollte, die Bäume zu fällen, wird er schneller, als er sich's versieht, die Polizei auf dem Hals haben. Elsa fürchtete, Dick würde das Gleiche tun wie seine Vorgänger und ein natürliches Biotop zerstören, nur um ein paar Morgen Ackerland zu gewinnen. In meiner Kindheit reichte dieser Wald fast einen Kilometer weit nach Westen. Man möchte das jetzt kaum noch glauben. »James hat recht,« sagte der andere Mann. »Praktisch jeder hier im Dorf, sogar die Urlauber, kann bestätigen, dass dieses Stück Land immer genutzt wurde, lange schon bevor diese Leute hier aufkreuzten. Es wird vielleicht eine Weile dauern, sie zu vertreiben, und es ist mit einem ziemlich hohen Grad der Belästigung zu rechnen, aber kurzfristig können wir sie auf jeden Fall daran hindern, die Bäume zu fällen.« »Ich glaube, sie wollen die Bäume gar nicht fällen,« sagte die Frau. »Soweit ich es erkennen kann, zersägen sie das tote Holz, das auf dem Boden liegt. Oder würden es tun, wenn die Säge nicht den Geist aufgegeben hätte. Sie hielt einen Moment inne. »Es würde mich interessieren, woher sie überhaupt wußten, dass dieses Stück Land ein Versuch wert ist. Ich meine, wenn die Eigentumsfrage beim Hyde Park strittig wäre, dann wäre das ja eine Zeitungsmeldung wert. Aber Schenstedt? Wer hat von dem Ort je gehört?« »Wir haben hier viele Urlauber,« erklärte der alte Mann. »Manche kommen jedes Jahr wieder. Vielleicht war einer von diesen Leuten als Kind öfter hier.« Es blieb eine Weile still, ehe der jüngere Mann widersprach. Elinor Bartlett sagte, »Sie wüssten jedermanns Namen. Sogar meiner ist ihnen offenbar bekannt. Das lässt auf ziemlich gründliche Recherchen schließen. Oder einen hilfsbereiten Insider, der Informationen liefert.« Sie war aus irgendeinem Grund sehr erregt. Darum bin ich mir nicht sicher, wie viel man ihr glauben kann. Aber sie war überzeugt, dass diese Leute das Dorf ausgekundschaftet haben. »Einleuchtend wäre es,« sagte die Frau. »Nur ein kompletter Dummkopf würde das Gelände nicht erkunden, das er besetzen will.« »Ist Ihnen jemand aufgefallen, James?« »Der Wald bietet die perfekte Deckung. Besonders günstig zur Beobachtung ist die kleine Erhebung da rechts. Mit einem anständigen Feldstecher kann man von dort aus wahrscheinlich fast das ganze Dorf überblicken.« Als Wulfi merkte, dass Fox ganz auf das Gespräch konzentriert war, drehte er vorsichtig den Kopf, um selbst nichts davon zu versäumen. Manche Wörter waren schwierig, die verstand er nicht. Aber die Stimmen behagten ihm. Sogar die von dem Mörder. Sie redeten wie Schauspieler, genau wie Fox. Aber am schönsten fand er die Stimme von der Frau. Die hatte so was Weiches, Singendes, das ihn an seine Mutter erinnerte. »Wissen Sie was, Nancy?« »Ich glaube, ich war sehr einfältig,« sagte in diesem Moment der alte Mann. »Ich glaubte, meine Feinde wären immer in meiner näheren Umgebung zu suchen. Aber vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben diese Leute Elsas Füchse so entsetzlich verstümmelt. Mit unvorstellbarer Grausamkeit. Es ist krank. Die Schnauzen zertrümmert und die Lunden vom Rumpf getrennt, während die armen Geschöpfe noch am Leben Wulfi wußte nicht, wie ihm geschah, als ein Strudel wilder Bewegung ihn plötzlich erfasste. Hände klatschten ihm auf die Ohren und machten ihn taub, ehe er mit den Füßen voraus in die Höhe geschleudert und über Fox' Schulter geschwungen wurde. In einem Höllentempo wurde er völlig verwirrt und weinend vor Furcht durch den Wald geschleppt und am Feuer zu Boden geworfen. Wulfi hatte keine Ahnung, warum Fox so wütend war, aber seine Augen weiteten sich vor Angst, als er ihn nach dem Rasiermesser in seiner Tasche greifen sah. Was zum Teufel soll das werden? Empört stieß Bella Fox weg und kniete neben dem verängstigten kleinen Jungen nieder. Er ist ein Kind, verdammt noch mal! Schau ihn dir an! Er stirbt ja vor Angst! Ich hab ihn erwischt, wie er sich zum Haus schleichen wollte. Na und? Ja, soll er uns vielleicht alles vermasseln? Und deswegen musst du ihn zu Tode ängstigen? fauchte sie ihn an. Komm her, Schatz, sagte sie zu Wulfi, nahm ihn auf den Arm und stand mit ihm auf. Er ist nur Haut und Knochen, schöpfte sie. Du gibst ihm nicht genug zu essen. Sag das seiner Mutter. Die hat ihn schließlich sitzen lassen, entgegnete Fox gleichgültig. Er zog einen 20-Pfund-Schein aus seiner Tasche. Da! Gib du ihm zu essen. Ich hab dafür keine Zeit. Das sollte eine Weile reichen. Er stopfte den Schein zwischen ihren Armen und Wulfis Körper. Bella sah ihn argwöhnisch an. Wo hast du plötzlich Geld her? Geht dich einen Dreck an. Und du, er stach mit drohendem Finger nach Wulfi, kannst was erleben, wenn ich dich nochmal da drüben beim Haus erwische. Das sag ich dir. Bella stellte ihren drei Töchtern ihre Spaghetti Bolognese hin und ermahnte sie, still zu sein. Ich möchte mit Wulfi reden, erklärte sie. Sie setzte sich neben ihn und ermunterte ihn zu essen. Die drei Mädchen betrachteten andächtig den fremden Jungen, ehe sie sich gehorsam über ihre Teller beugten. Was ist denn mit deiner Mom? fragte Bella. Weiß nicht, murmelte er und starrte auf seinen Teller. Sie nahm Löffel und Gabel und drückte sie ihm in die Hände. Komm, iss. Du brauchst dich nicht zu genieren, Wulfi. Fuchs hat bezahlt, das weißt du doch. Und er wird bestimmt stinksauer, wenn er nichts für sein Geld kriegt. So ist es brav, lobte sie. Du willst doch groß und stark werden, hm? Wie alt bist du denn? Zehn. Bella war entsetzt. Der Junge war kleiner und schmächtiger als ihre Älteste, die gerade neun geworden war. Sie sah zu, wie der Junge schlang, als hätte er seit Wochen nichts mehr gegessen. Ist Fox dein Dad? fragte sie Wulfi. Ich glaub schon. Mama hat gesagt, dass er es isst. Bella hatte da ihre Zweifel. Sie konnte zwischen diesem Kind und Fox keinerlei Ähnlichkeit erkennen. Lebt ihr immer schon mit ihm zusammen? Ich glaub schon, außer wie er weg war. Wo war er denn? Weiß nicht. Im Gefängnis, vermutete Bella. Und wie lange war er weg? Weiß nicht. Sie wischte die Soße in seinem Teller mit einem Stück Brot auf und gab es ihm. Lebt ihr immer schon im Wohnwagen? Er schub sich das Brot in den Mund. Weiß nicht genau. Sie nahm den Topf vom Kocher, stellte ihn vor sich hin und legte Brot dazu. Den kannst du auch auswischen, Schatz. Ich sehe doch, was du für einen Hunger hast. Sie sah ihm zu, wie er loslegte und fragte sich, wann er das letzte Mal eine richtige Mahlzeit bekommen hatte. Und wie lang ist es jetzt her, dass deine Mom weg ist? Sie erwartete eine weitere einsilbige Antwort und wurde von einem Wortschwall überschwemmt. Ich weiß nicht. Ich habe nämlich keine Uhr, weißt du. Und Fox sagt mir nie, was für ein Tag ist. Ihm ist es egal, aber mir nicht. Sie und Welby waren an einem Morgen auf einmal weg. Ich glaube, es sind schon Wochen her. Fox wird sauer, wenn ich frage. Ich glaube, dass sie wegen ihm fort ist. Sie hat echt Angst vor ihm gehabt. Ihm passt nicht, wenn man mit ihm streitet. Man soll nicht immer nicht sagen, sondern nicht und manche Wörter machen ihn auch fuchsteufelswild, fügte er unvermittelt in ernsthaftem Ton hinzu und bemühte sich dabei, Fox' Sprechweise nachzuahmen. Das ist schlechter Stil und da hat er was dagegen. Bella dachte an das Auswahltreffen vor vier Wochen zurück. War die Frau dabei gewesen? Sie konnte sich nicht erinnern. Fox war so dominant, dass er kaum anderen Wahrnehmungen Raum ließ. Was tut Fox denn, wenn andere mit ihm streiten? fragte sie Wolfi. Dann holt er sein Rasiermesser raus. Bella ließ Wolfi bei ihren Töchtern und kehrte zur Sägemeinschaft zurück. Das Gerät funktionierte wieder und ein Dutzend Pfähle unterschiedlicher Länge und unterschiedlichen Umfangs waren aus dem herumliegenden Holz zusammengesägt worden. Der Plan, der bei der Besprechung ganz einleuchtend gewirkt hatte, Bella aber jetzt naiv erschien, sah vor, Pfähle in den Boden zu rammen, um eine Palisade zu errichten. Es sah aus, als wäre die Aufgabe nicht zu lösen. Aufrecht nebeneinander platziert, würden diese paar Pfähle weder gerade stehen, noch mehr als eine Fläche von vielleicht zwei Quadratmetern einschließen, ganz zu schweigen davon, dass es Schwerstarbeit wäre, sie in den hart gefrorenen Boden zu setzen. Fox hatte sie am Morgen gewarnt, dass das Wäldchen als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen war und ein einziger gefällter Baumgrund zur Zwangsräumung wäre. Auf dem Boden liege genug brauchbares Holz herum, um erst einmal einen Anfang zu machen. Warum er bis jetzt damit gewartet habe, ihnen das zu sagen, hatte Bella zornig gefragt. Wer würde sie auf geschütztem Gebiet bauen lassen? Es sei noch nicht geschützt, hatte er entgegnet. Sie würden Einspruch erheben, während sie hier Fuß fassten. Er redete, als wäre es ein Kinderspiel, Fuß zu fassen. Aber so sah es im Moment gar nicht aus. Ein großer Teil des toten Holzes war verfault und brüchig, die durchweichten Rinden waren von Pilzen überwuchert. Ungeduld machte sich zunehmend breit und Ivo, frustriert und erbost über das zähe Tempo, hatte schon ein Auge auf den ein oder anderen Stamm geworfen, den er fällen wollte. Das ist doch eine Zeitverschwendung, schimpfte er und trat nach dem Ende eines Asts, das unter seinem Stiefel in Staub zerfiel. Wo ist Fox? fragte Bella. Bewacht die Absperrung. Sie schüttelte den Kopf. Da war ich gerade. Den zwei Männern, die dort sind, wird langsam langweilig. Ivo machte zu dem Mann in der Kettensäge eine Halsabschneidergeste und wartete, bis der Lärm versiegte. Wo ist Fox? fragte er. Frag mich was Leichteres. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er auf dem Weg zum großen Haus. Ivo sah die anderen fragend an, aber sie schüttelten die Köpfe. Ach, scheiße, sagte er angewidert. Der Typ hat echt Nerven. Tut dies, tut das und was zur Hölle soll das Ganze? Die ganze Sache stinkt doch zum Himmel, sagte Cedi. Ich und Grä sind hergekommen, weil wir schauen wollten, ob wir unseren Kindern ein richtiges Zuhause schaffen können. Aber jetzt, glaube ich, der hat uns von Anfang an verladen. Wir sind die Ablenkung. Während alle auf uns schauen, macht Fox sein eigenes Ding. Das Haus scheint ihn jedenfalls unheimlich zu interessieren, sagte ihr Mann. Er legte die Säge nieder und wies mit einer Kopfbewegung zum Herrenhaus. Immer verschwindet er in der Richtung. Eivor blickte nachdenklich auf die Bäume. Wer ist der Kerl überhaupt? Kennt ihn einer von euch? Habt ihr ihn schon öfter gesehen? Sie schüttelten alle die Köpfe. Er ist ein Typ, der auffällt, meinte Cedi. Aber das erste Mal haben wir ihn in Baden-Edge gesehen. Fragt sich, wo er vorher war und wo er sich die letzten Monate verkrochen hat. Bella warf ein. Damals hatte er Wolfis Mutter und Bruder noch dabei. Aber von den beiden gibt's jetzt keine Spur mehr. Weiß vielleicht von euch einer, wo die geblieben sind? Der arme kleine Bursche ist ganz verzweifelt. Er sagt, sie sind schon seit Wochen weg. Alle schwiegen. Da fragt man sich doch so einiges, hm? meinte Cedi. Eivor traf eine unvermittelte Entscheidung. Okay, wir gehen zu den Bussen. Ich hab überhaupt keinen Bock hier zu malochen, solange ich nicht weiß, was eigentlich läuft. Wenn er glaubt... Er brach ab. und sah Bella an, als diese ihm warnend die Hand auf den Arm legte. Ein Ästchen knackte. Wenn er was glaubt... Fox trat hinter einem Baum hervor. Dass du tust, was dir gesagt wird? Er lächelte unangenehm. Aber natürlich wirst du das tun, Aivu. Du hast gar nicht den Mumm, dich mit mir anzulegen. Er warf einen vernichtenden Blick in die Runde. Den hat keiner von euch. Aivu senkte den Kopf wie ein bis aufs Blut gereizter Stier. Das wollen wir doch mal sehen, du Arschloch! Bella sah das Blitzen der Stahlklinge in Foxhand. Oh Gott! Jetzt essen wir erst mal, bevor einer hier austickt, sagte sie, packte Aivu beim Arm und drehte ihn in Richtung zum Lager. Ich bin hier, weil's mir um die Zukunft meiner Kinder geht, nicht um zwei Neandertalern beim Keulenschwingen zuzuschauen. Sie nahmen das Mittagessen in der Küche ein. Die beiden Männer richteten das Essen an, die Delikatessen, die Mark aus London mitgebracht hatte, und Nancy wurde damit beauftragt, den Tisch zu decken. Aus irgendeinem Grund bestand James darauf, die guten Teller zu nehmen und sie wurde ins Speisezimmer geschickt, um sie zu holen. Sie vermutete, es war ein Vorwand, um den Männern Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen zu geben oder sie auf subtile Art mit Fotografien von Elsa, Elisabeth und Leo bekannt zu machen. Vielleicht traf beides zu. Das Speisezimmer sah aus wie ein Abstellraum voll ausrangierter Stühle und Kommoden. Es war klar, dass es seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden war. Es war kalt und überall lag Staub. An der einen Wand stand ein langer, dunkler Mahagonitisch mit Zeitungen abgedeckt und an einem Ende Stapeln von Kartons, die mit Aufschriften in großen, schwarzen Blockbuchstaben gekennzeichnet waren. Tierschutzverein oder Barnardo oder Kinderschutz B. Das vermutete Nancy Es waren Es waren größtenteils alte Fotos, historische Zeugnisse vergangener Generationen aus Schenstedts Hummerhandelszeiten, Landschaftsaufnahmen rund um das Herrenhaus und vom Tal, Fotografien von Pferden und Hunden. Über dem Kamin Sims hing eine Porträtaufnahme von James' Mutter und in einem Alkoven zur Rechten war ein Hochzeitsfoto von James und Elsa. Nancy kam sich vor wie eine Lauscherin auf der Suche nach Geheimnissen, wie sie vor dem Fotostand und Elsa betrachtete. Sie war hübsch, mit einem charaktervollen Gesicht, das genaue Gegenteil von James' dunkelhaariger, herber Mutter. Eine blonde, zarte Frau mit leuchtend blauen, verschmitzten Augen wie die einer schlauen Sie am Katze. Nancy war erstaunt. Sie hatte sich Elsa ganz anders vorgestellt. In der Fantasie hatte sie ihr das Bild ihrer verstorbenen Adoptivgroßmutter, eine zähen, runzligen Bäuerin mit knorrigen Händen und eigensinnigem Kopf aufgedrückt und sie in eine furchteinflößende Matrone mit scharfer Zunge und wenig Geduld verwandelt. Ihr Blick wurde von zwei weiteren Fotografien angezogen, die in einem ledernen Doppelrahmen auf dem Sekretär unterhalb des Hochzeitsfotos standen. Auf der linken Seite James und Elsa mit zwei kleinen Kindern auf der rechten die Porträtaufnahme eines Mädchens und eines Jungen von vielleicht 15 oder 16 Jahren. Weiß gekleidet hoben sie sich scharf von einem schwarzen Hintergrund ab, der Junge hinter dem Mädchen stehend, eine Hand auf ihrer Schulter, die Gesichter beider der Kamera zugewandt. Nancy sagte sich, es sei nicht fair, jemanden nach einem Foto zu beurteilen, besonders nach einem, das so gestellt war. Leo interessierte sie. Von der Warte ihrer 28 Jahre fand sie sein Bemühen, schwüle Erotik auszustrahlen, erheiternd. Aber sie war so aufrichtig, sich einzugestehen, dass sie ihn mit 15 wahrscheinlich höchst attraktiv gefunden hätte. Er hatte das dunkle Haar seiner Großmutter und die Augen seiner Mutter nur in einem etwas helleren Blau. Das ergab eine interessante Kombination. Nancy störte nur, dass sie in ihm mehr von sich erkennen konnte als in seiner Schwester. Das Speiseservice stand staubbedeckt auf der Kredenz und sie hob einen Teil des Tellerstapels auf den Tisch, um saubere von unten zu nehmen. Man kann auch zu viel in ein Bild hineinlesen, sagte sie sich und rief sich die simplen Schnappschüsse von sich selbst ins Gedächtnis, die, größtenteils von ihrem Vater aufgenommen, überall zu Hause herumstanden. Was sagten diese einfallslosen Porträts über sie aus? Dass Nancy Smith eine authentische Person war, die nichts zu verbergen hatte? Wenn ja, dann würde es nicht stimmen. Fox wollte Wolfie wieder in den Bus schicken, aber Bella griff ein. Lass ihn bleiben, sagte sie und zog das Kind zu sich heran. Der Junge macht sich Sorgen um seine Mutter und seinen Bruder. Er möchte wissen, wo sie sind und ich habe ihm versprochen, dich danach zu fragen. Wolfies Angst war spürbar. Bella fühlte das Zittern durch ihren Mantel. Mit blassen Augen fixierte Fox seinen Sohn. Tu, was ich dir sage, befahl er kalt mit einer Kopfbewegung zum Bus. Warte da auf mich. Ivo streckte einen Arm aus, um den Jungen aufzuhalten. Nein, das geht uns alle an. Du hast Familien für dieses Unternehmen ausgesucht. Fox, wir wollten uns zusammen was aufbauen, hast du gesagt. Also, wo ist deine? In Barton Edge hattest du eine Frau und noch ein Kind bei dir. Wo sind sie geblieben? Fox ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Offenbar gewahrte er in der Mine der Leute etwas, das ihn veranlasste zu antworten. Mit einem brüsken Schulterzucken sagte er, Sie ist vor fünf Wochen abgehauen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Zufrieden? Niemand sagte etwas. Bella spürte, wie Wulfi seine Hand heimlich in die Ihre schob. Sie befeuchtete mit der Zunge ihre Lippen. Mit wem? fragte sie. Warum hat sie Wulfi nicht mitgenommen? Sag du's mir, gab Fox wegwerfend zurück. Ich hatte was zu erledigen und als ich zurückkam, waren sie und der Kleine weg. Ich habe nicht darum gebeten, dass sie mir Wulfi da lässt. Ihre Sachen waren weg und es gab Anzeichen dafür, dass jemand mit ihr im Bus gewesen war. Ich nehme an, sie hat den Kindern was zum Schlafen gegeben, weil sie einen Freier da hatte. Wahrscheinlich brauchte sie Geld für Stoff. Sie konnte ohne das Zeug kaum noch leben. Bella drückte Wulfis Hand. Mein Typ war süchtig, sagte sie. Halt du mir also keine Vorträge über Zombies. Ich habe es selbst erlebt, ich brauche keine Belehrung. Klar war er nur noch von der Sucht besessen, aber ich habe ihn jedes Mal gesucht, wenn er verschwunden ist, bis er an einer Überdosis gestorben ist. Hast du das auch getan, Fox? Hast du sie gesucht? Sie starrte ihn an, bis er ihren Blick auswich. Du kannst sie doch nicht einfach aufgeben, protestierte Bella. Denk doch an den Kleinen. Wieso? Was ist mit dem? Er ist doch dein Sohn. Oder nicht? Fox grinste. Ist er nicht, sagte er. Für den kleinen Scheißer ist ein anderer zuständig. James quetschte Mark über den Begriff der Ersitzung aus, über das Grundbuchsystem sowie über dingliches Wohnrecht und Gewohnheitsrecht und Nancy war froh darüber. Sie mochte im Augenblick nicht über sich oder über ihren Eindruck von den Fotos reden. James schob seinen Teller zur Seite und bat Mark, noch einmal zu wiederholen, was Dick Weldon berichtet hatte. Das ist doch wirklich seltsam, meinte er nachdenklich, als Mark die Vermummung erwähnte. Diesen Leuten muß doch klar sein, daß wir früher oder später auf jeden Fall erfahren, wer sie sind. Warum meinen sie sich jetzt verstecken zu müssen? Die, die ich durch den Feldstecher gesehen habe, hatten Wollmützen über den Gesichtern und Schals um den Mund, bemerkte Nancy. Sie waren richtig vermummt, und ich würde sagen, daß Mark recht hat und sie auf keinen Fall erkannt werden wollen. James nickte. Das denke ich auch, stimmte er zu. Aber wen oder was fürchten sie? Eleanor Bartlett sicher nicht, sagte Mark. Sie hat erklärt, sie hätte keinen von ihnen je vorher gesehen. Hm. James schwieg einen Moment, dann sah er lächelnd von einem zum anderen. Vielleicht bin ich es, den sie fürchten. Schließlich haben sie sich ja direkt vor meiner Tür postiert. Sollen wir hinübergehen und mit ihnen sprechen? Wenn wir über den Grenzgraben gehen und uns durch den Wald nähern, können wir sie von hinten überraschen. So ein Verdauungsspaziergang würde uns bestimmt allen gut tun. Das war der Mann, den Mark von früher kannte, ein Mann der Tat, und er warf ihm einen lächelnden Blick zu, bevor er Nancy fragend ansah. Ich bin dabei, sagte sie. Wie heißt es so schön? Es ist wichtig, den Feind zu kennen. Wir wollen doch nicht versehentlich die falschen Leute erschießen. Vielleicht sind sie gar nicht der Feind, wandte Mark ein. Na, dann umso besser. Sie sah ihn mit neckendem Blick an, vielleicht sind sie der Feind unseres Feindes. James und seine beiden Begleiter machten kein Geheimnis aus ihrem Kommen, auch wenn sie in stillschweigendem Einverständnis nicht mehr miteinander sprachen, als sie die Terrasse verlassen hatten und über den Rasen zum Grenzgraben gingen. Von der Sägemeinschaft war nichts zu sehen, das Gerät lag vergessen auf einem kleinen Haufen Holz. Sie hielten sich rechts und schlugen einen Bogen um die üppig wachsenden Eschen- und Haselsträucher, die, früher als Unterholz angepflanzt und regelmäßig geschlagen, jetzt eine natürliche Sichtblende zwischen dem Herrenhaus und dem Wohnwagenlager bildeten. James ging ihnen voraus zu dem Forstweg, der zur Zufahrt führte. Hier standen die Bäume weniger dicht und sie konnten das Lager deutlich erkennen. Zwei Busse stachen durch ihren grellen Anstrich hervor. Der eine war gelb und lindgrün lackiert, der andere prangte in kräftigem Lila und trug in aufgesprühten pinkfarbenen Lettern den Namen Bella auf der Seite. Die anderen wirkten im Vergleich langweilig, ausgediente Reisebusse in Grau und Creme mit unkenntlich gemachten Logos. Sie standen in einem sich von der Zufahrt aus rundenden Halbkreis und Nancy konnte erkennen, dass die Busse von Nachbar zu Nachbar durch Seile miteinander verbunden waren, an denen wiederum Schilder hingen, die den Zutritt zum Platz verboten. Aus dem Bus namens Bella drangen erhobene Stimmen, die deutlicher zu hören waren, je näher Nancy kam. Sie vermutete, dass auf der anderen Seite die Tür offen stand, sonst hätte der Lärm nicht so weit getragen, aber es sprachen so viele Personen durcheinander. Während sie dem Stimmengewirr lauschte, machte sie das Absperrungsseil vorn an Bella los und ließ es samt dem Verbotsschild, das mit der Schrift nach unten landete, zu Boden fallen. Dann spähte sie zu den Bäumen auf der Süd- und Westseite, um sicher zu gehen, dass sich dort nichts regte. Bei der Auseinandersetzung im Bus schien es darum zu gehen, wer das Unternehmen leiten sollte. Die meisten fühlten sich nicht wohl bei der Sache. Keiner sonst hat eine Ahnung vom Gesetz, nur sein Wort, dass er sich auskennt, er ist ein gottverdammter Irrer, die Kinder, okay, okay, aber ich hab die Nase voll von seinem Scheiß, Wufi behauptet, er hätte immer ein Rasiermesser in der Tasche. Sie hob den Blick auf der Suche nach einer Ritze unter den Pappverblendungen, um vielleicht ins Innere sehen und sich eine ungefähre Vorstellung davon machen zu können, mit wie vielen Leuten sie es zu tun hatten. Es waren so zahlreiche verschiedene Stimmen, dass sie das ganze Lager dort drin vermutete, abgesehen von dem einen Mann, über den geredet wurde, dem Irren. Fox kannte die Gewohnheiten des Colonel von früher. Er achtete stets zwanghaft darauf, dass Haustür und Hintertüren verriegelt waren, wenn er ausging, aber er dachte fast nie daran, die Terrassentür abzuschließen, wenn er das Haus auf diesem Weg verließ. Es war eine Sache von Sekunden, über den Rasen zu sprinten, nachdem der Colonel und seine Gäste im Wald verschwunden waren, und ins Wohnzimmer zu treten. Einen Moment lang verharrte des Hauses, durch die Wärme des offenen Feuers war zu intensiv nach der Kälte draußen, ihm wurde heiß, sodass er hastig Kapuze und Schal abwarf. In seinen Schläfen hämmerte es, und er streckte haltsuchend den Arm nach dem Sessel des Alten aus, als ihm in Strömen der Schweiß ausbrach. Eine Geisteskrankheit hatte die Schlampe es genannt, ganz gleich, was es war, es wurde schlimmer. Er hatte vor Bibliothek verführte die Neugier Fox, das Tonband abzuspielen. Über den Lautsprecher erklang eine Frauenstimme, die er sofort erkannte. Eleanor Bartlets Stimme, schrill, keifend, gewöhnlich, was darauf schließen ließ, dass sie ganz woanders herkam, als sie behauptete. Ich kenne ihre Tochter. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was sie aus ihr gemacht haben. Sie haben das arme Ding missbraucht, sie widerlicher Mensch. Sie dachten wohl, dass sie ungeschoren davon kämen. Kein Wunder, dass sie sie für wahnsinnig erklärt hat. Wer wird ihnen noch glauben, dass sie sie nicht getötet haben, wenn die Wahrheit rauskommt? Haben sie deshalb von Elisabeth verlangt, dass sie abtreibt? Elsa braucht sich nur an die Auseinandersetzung von damals erinnern und alles ergab einen Sinn. Gott muss sie sie gehasst haben. Fox machte sich nicht die Mühe zurück zu spulen, nachdem er das Band angehalten hatte. Nüchtern beobachtend vermerkte Fox, dass die starke Wirkung nicht von der endlosen Wiederholung der Tatsachen herrührte, sondern vor allem von den fünf Sekunden Schweigen, bevor Darth Wader sich meldete. Es war ein Spiel, das die Nerven des Zuhörers strapazierte. Und Fox, der durchs Fenster oft genug das eingefallene Gesicht und die zitternden Hände des Alten gesehen hatte, wusste, dass das Spiel funktionierte. Dick Weldon war nicht in der Stimmung, seine Frau zu verteidigen. Unter dem Eindruck des Weines, den sein Sohn ihm eingeflößt hatte und den er sonst höchst selten trank, war seine ganze aufgestaute Wut hervorgebrochen. Als einige Gläser Wein später Julian anrief, war Dick überhaupt nicht danach heile Welt zu spielen. Glaub bloß nichts, was Elli dir erzählt, sagte er fast lallend. Diese beiden sind doch so blöd, dass es kracht und bösartig dazu. Eins sage ich dir, wenn die sich einbildet, ich zahle die gottverdammten Kosten, wenn sie wegen Verleumdung und böswilligen anonymen Anrufen drangekriegt wird, dann hat sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht, die kann sie gefälligst aus ihrer Scheidungsabfindung zahlen. Er musste einen Moment Pause machen, weil er sein Glas umgestoßen hatte. Wenn du auch nur einen Funken Grips hast, verfährst du mit dieser Beißzange, mit der du verheiratet bist, genauso. Poe hat mir erzählt, dass sie James ausräuchert. Was soll das denn heißen? fragte Julian. Keine Ahnung, antwortete Dick, aber James macht's garantiert keinen Spaß. Ich habe eben mit Dick gesprochen, teilte Julian Elinor mit, als er wieder in die Küche kam und griff nach der Whisky Flasche, um zu prüfen, wie viel noch darin war. Hast du schon gehört, was diese dämliche Pro Weldon angestellt hat? Elinor antwortete nicht. Sie hat doch tatsächlich anonyme Anrufe bei James Lockheyer Fox gemacht, fuhr er fort. Er setzte und starrte ihren abweisenden Rücken an. Von der Keuch und Schnauf sorgte offenbar. Sprich keinen Ton, hechelt nur in die Leitung. Das ist doch krank! Er lachte leise vor sich hin. Dick hat von Scheidung gesprochen. Er sagt, er hätte überhaupt keine Lust, ihr sein Geld nachzuschmeißen, wenn sie vor Gericht landet. Er sah, wie Elinors Hände zitterten, als sie einen rücken. Er legte eine Pause ein, um ihr Zeit zu einer Antwort zu geben, und fuhr erst fort, als sie nichts sagte. Übrigens, Dick kam gar nicht dazu, was über die Leute im Wäldchen zu sagen. Er bekam sofort ganz gewaltig eins auf den Deckel wegen Prost Anrufen. Als er ihr danach seine Meinung sagte, setzte sie sich aufs hohe Ross und behauptete, es wäre alles völlig schuldig ist. Man müsse ihn ausräuchern, sagt sie. Wieder ein Lachen, etwas beißender diesmal. Dick kann einem wirklich leid tun. Ich meine, darauf kommt doch so ein dummes Luder wie Prue nie im Leben selbst. Es würde mich interessieren, wer ihr diesen Blödsinn eingeredet hat. Vielleicht hat Prue ja recht. Vielleicht ist James wirklich schuldig, brachte Elli nur schließlich hervor. Prue hat gehört, wie er Elsa geschlagen hat. Ach, hör doch auf, rief Julian ungeduldig. Sie hat gehört, was sie hören wollte, sonst nichts. Wieso bist du so leichtgläubig, Elli? Prue will unbedingt zu den besseren Leuten gehören und war sauer, weil die Lockerher Fox ihre Essenseinladung ausgeschlagen haben. Vor gut zwei Stunden war Elli nur zum ersten Mal aufgegangen, dass sie ihren Mann längst nicht so gut kannte, wie sie immer geglaubt hatte. Jetzt schlichen sich Angst und Artwohn in ihr Herz. Prue ist eine nette Frau, sagte sie kleinlaut. Nein, das ist sie nicht, entgegnete Julian. Sie ist eine frustrierte Xantippe voller Komplexe. Elsa hatte wenigstens andere Interessen als Klatsch, aber Prue braucht ihn ja wie die Luft zum Atmen. Ich habe Dick zu seinem Entschluss weiß Gott nichts dafür, wenn seine Frau sich irgendwas Aufregendes aus den Fingern saugen muss, weil sie selbst so verdammt langweilig ist, dass ihr sonst keiner zuhört. Das veranlasste Elinor, sich nun doch herumzudrehen. Wieso bist du so sicher, dass James nichts zu verbergen hat? Er zuckte mit den Schultern. Andersherum, ich bin mir sicher, er hat was zu verbergen, sonst wäre er in der aber sie senkte nur den Blick und versetzte lahm, na bitte. Wenn es irgendeinen Hinweis darauf gäbe, dass James Elser getötet hat, hätte die Polizei ihn gefunden, sagte er. Du hast selbst gesagt, es wäre der perfekte Mord. Ich hätte ganz sicher zu James gehalten, wenn ich das ist eine Form der Verfolgung, sowas tun nur notgeile alte Jungfern. Elinor spürte seinen Blick zwischen ihren Schulterblättern. Drüben auf der Shandstad Farm war Pruso alarmiert wie ihre Freundin. Der Schreck war ihnen beiden in alle Glieder gefahren. Die Männer, deren sie sich so sicher gewesen waren, hatten sie überrascht. Det hat keine Lust, mit dir zu reden, hatte Pruso am Telefon kurz gesagt. Wir haben ihm gesagt, dass er heute Nacht hier bleiben kann. Gib ihn mir einfach, fauchte sie. Er benimmt sich völlig lächerlich. Ich dachte, das wäre dein Fachgebiet, gab Jack zurück. Wir versuchen hier gerade irgendwie zu begreifen, was für ein Teufel dich geritten hat, diesen armen alten Mann mit derartigen Anrufen zu bombardieren. Das ist ja sowas von peinlich. Du weißt überhaupt nichts darüber, sagte sie kalt, und dick genauso wenig. Richtig. Wir wissen nichts, und wir wussten nichts. Mein Gott, Mama, diese Geschichte musst du allein ausbaden, Mutter. Vergiss also nicht der Polizei und irgendwelchen Anwälten, die sich bei dir melden, mitzuteilen, dass wir mit der Sache nichts zu tun haben. Wir haben alle zu hart gearbeitet, um jetzt zu Poes erste Reaktion war körperlicher Natur. Ihr Mund trocknete mit einem Schlag so stark aus, dass sie nicht schlucken konnte. Frustriert legte sie den Hörer auf und ließ sich ein Glas Wasser einlaufen. Auf jeden Fall wusste sie genau, was sie gehört hatte. Hatte Dick vielleicht doch recht? Hatte Elsa über James gesprochen und nicht mit ihm? Sie konnte sich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie es wirklich gewesen war. Die Wahrheit war das, was sie sich auf der Heimfahrt vom Wäldchen zusammen gereimt hatte, als sie die Lücken gefüllt hatte, um dem Gehörten einen Sinn zu geben. Und in dem Moment musste sie an den Polizisten denken, der damals genau das nahegelegt hatte. Kein Mensch kann sich mit absoluter Genauigkeit erinnern, Mrs. Welden, hatte er zu ihr gesagt. Sie müssen sich ihrer Aussage sehr sicher sein, denn möglicherweise werden sie sie vor Gericht beschwören müssen. Sind sie so sicher? Nein, hatte sie geantwortet. Nein, so sicher bin ich nicht. Aber Elinor hatte sie vom Gegenteil überzeugt. Fox wusste, dass es eine Akte geben musste. Der Colonel nahm es sehr genau mit seiner Korrespondenz. Aber eine Durchsuchung der Aktenschränke an der Wand erbrachte nichts. Am Ende fand er sie durch Zufall. Sie lag ganz unten in einer der verstaubten Schreibtischschubladen und war in der rechten oberen Ecke mit dem Vermerk Verschiedenes gekennzeichnet. Er Er hätte sie gar nicht beachtet, hätte sie nicht weniger abgegriffen ausgesehen als alle anderen und darum vermuten lassen, dass sie Informationen neueren Datums enthielt, als die Akten zur Familiengeschichte der Locker Fox, die oben aufgestapelt waren. Mehr aus Neugier als aus dem sicheren Gespür heraus gleich auf eine Gold Ader zu stoßen, schlug er den Hefter auf und fand James Korrespondenz mit Nancy Smith und darunter mag Ankertons Berichte darüber, wie weit er mit seinen Bemühungen sie aufzustöbern jeweils gekommen war. Er nahm die ganze Akte an sich. Nichts würde den Körnel schneller vernichten als die Erkenntnis, dass sein Geheimnis keines mehr war. Nancy klopfte leicht an den Bus, bevor sie die Stufen zur offenen Tür hinaufstieg. Hallo, sagte sie freundlich. Haben Sie etwas dagegen, wenn wir reinkommen? Neun Erwachsene gruppierten sich um einen Tisch auf derselben Seite wie die Tür. Man hatte offensichtlich gerade zu Mittag gegessen. Schmutzige Teller standen auf dem Tisch, und im ganzen Bus roch es nach Knoblauch und Tabak. Nancys plötzliches Erscheinen und das Tempo, mit dem sie mit drei großen Schritten durch den Gang kam, überraschte die Leute und sie bemerkte mit Erheiterung den komischen Gesichtsausdruck der dicken Frau am Ende der Polster Bank. Aus keinem besonderen Grund, außer dass Schönheit nicht zu ihren hervorstechenden Merkmalen gehörte und sie in sich hinter einem halb zugezogenen Vorhang um einen kleinen batteriebetriebenen Fernsehapparat scharrten und platzierte sich dann genau zwischen der Spüle und Bella. Nancy Smith stellte sie sich vor, bevor sie auf die beiden Männer wies, die ihr folgten. Mark Ankerton und James Lockyer Fox. Und ob wir was dagegen haben, schnauzte Ivo, aber es war zu spät. Von James vorwärts gedrängt, bezog Mark Posten am Ende des Tischs, während James den Ausgang blockierte. Die Tür war offen, sagte Nancy gut gelaunt, und das gilt hier in der Gegend als Aufforderung einzutreten. Am Seil hängt ein Schild. Darauf steht klar und deutlich Zutritt verboten, erwiderte Ivo aggressiv. sie blickte von Mark zu James. Haben Sie ein Verbotsschild gesehen? fragte sie erstaunt. Mark schüttelte den Kopf. Vom Wäldchen aus hat man völlig freien Zugang, versicherte er Ivo höflich. Ivo drehte sich mühsam herum und schaute am Bus entlang nach draußen. Es ist runtergefallen, rief er wütend. Wer von euch Idioten hat es festgemacht? Keiner meldete sich. Fox war's, ertönte eine zittrige Kinderstimme hinter James. Ivo und Bella sprachen gleichzeitig. Halt die Klappe, schämpfte Ivo. Psst, Schatz, sagte Bella und versuchte trotz des scheinbar zufälligen Drucks von Nancys Arm, der auf der Rückenlehne der Bank rote aufzustehen. Mark drehte den Kopf in die Richtung, aus der das Stimmchen erklungen war. Als er in Wolfis auffallend blaue Augen unter dem wirren hellblonden Haar blickte, hatte er das Gefühl, die lockerer Fox-Gene würden ihm langsam zur fixen Idee. Oder vielleicht hatte das Wort Fox bei ihm Assoziationen ausgelöst. Und wer ist Fox? Ein Freund? Der wuchtige Rempler, mit dem Bella plötzlich Nancy angriff, um sie aus dem Weg zu stoßen, prallte wirkungslos ab. Hey, Lady, ich Bus, verdammt noch mal, Sie können hier nicht einfach reinspazieren und die starke Frau markieren. Ich tue doch gar nichts, Bella, sagte Nancy freundlich, wir sind zu einem Gespräch vorbeigekommen, nicht zu einem Schlagabtausch. Bella musterte sie einen Moment mit taxierendem Blick. Woher wissen sie meinen Namen? Nancy zog amüsiert eine Augenbraue hoch. Er steht riesengroß auf ihrem Bus. Sind sie von der Polizei? Nein, ich bin Captain bei den Royal Engineers. James Lockyer Fox ist Colonel der Kavallerie im Ruhestand und Mark Ankerton ist Jurist. Ja, Wahnsinn, sagte Cedi ironisch, das sind die schweren Geschütze, Freunde. Sie sah mit spöttischem Blick in die Runde. Bella brachte sie mit einem Stirnrunzeln zum Schweigen, ehe sie sich wieder Nancy zuwandte. Lassen Sie wenigstens den Jungen vorbei, sagte sie. Er ist doch völlig verängstigt, der arme kleine Knirps. Lassen Sie ihn an den Fernseher zu den anderen. Gern, sagte Nancy und nickte James zu. James trat etwas zurück, um Platz zu machen und bot Wolfie die Hand, aber der Junge wich vor ihm zurück. Fox hat gesagt, er ist ein Mörder, murmelte er, den man nicht mehr raus. Es folgte verlegenes Schweigen, dass James mit einem Lachen brach. Du bist ein kluger Junge, sagte er zu dem Kind. Hat Fox dir das beigebracht, dich vor Fallen zu hüten? Es ist noch gar nicht so lang her, da ist der Hund meiner Frau in eine Falle geraten und er ist auch nicht mehr raus gekommen. Was ist mit ihm passiert? Er ist gestorben unter großen Schmerzen. Die Falle hat ihm das Bein gebrochen und jemand hatte ihm mit einem Hammer die Schnauze zertrümmert. Wolfie fuhr schaudernd zurück. Woher wissen Sie, dass es ein Mann war? fragte Ivo. Weil die Person, die den Hund getötet hatte, ihn auf meiner Terrasse deponierte, antwortete James und sah ihn an, und eine Frau hätte ihn nicht tragen Jedenfalls dachte ich das bisher, fügte er mit einem nachdenklichen Blick zu Bella hinzu. Sie brauchen mich gar nicht so anzusehen, rief dieser empört. Für Grausamkeit habe ich nichts übrig. Was war es überhaupt für ein Hund? James antwortete nicht. Eine dänische Dogge, sagte Mark, der sich fragte, warum James ihm erzählt hatte, der Hund wäre an Altersschwäche eingegangen. Mitfühlendes Gemurmel am ganzen Tisch. Also, wer ist Fox? fragte Nancy. Augenblicklich versteinerten ihre Minen, alles Mitgefühl war wie weggeblasen. Sie sah Wolfie an. Wie steht's mit dir, Freund? Verrätst du mir, wer Fox ist? Der Junge wandte sich. Es gefiel ihm, Freund genannt zu werden, aber er spürte auch das Unbehagen der anderen im Bus. Er wusste nicht, was es verursacht hat. Er spürte nur, dass es besser wäre, wenn diese Leute bei Fox Rückkehr nicht mehr hier wären. Er ist mein Dad und wenn der euch hier sieht, wird er stinksauer, ist vielleicht besser, wenn ihr wieder geht, bevor er kommt. Er mag keine fremden Leute. James neigte sich zu Wolfie hinunter und blickte ihn forschend an. Würde es dir Angst machen, wenn wir blieben? In unbewusster Erwiderung von James Geste neigte Wolfie sich näher zu dem alten Mann hin. Ich glaube schon. Er hat ein Rasiermesser und er wäre ja auch nicht nur auf euch sauer, sondern bestimmt auch auf James richtete sich auf. Wenn das so ist, sollten wir gehen, denke ich. Mit einer knappen Verneigung zu Bella sagte er, besten Dank für Ihr Entgegenkommen, Madam. Es war eine sehr lehrreiche Erfahrung. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Bella starrte ihn einen Moment lang an, dann nickte sie kurz. Okay. Fragen Sie nach, warum Sie hier sind. Ich fürchte, man hat ihnen nur die halbe Wahrheit gesagt. Und wie sieht die Ganze aus? Ich bin nicht sicher, antwortete James bedächtig. Aber ich vermute, die Wurzel ist in dem Ausspruch Klausewitz zu suchen, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist. Er bemerkte den verwunderten Blick. Wenn ich mich irre, ist es kein Problem. Wenn nicht, meine Tür steht immer offen. Mit einer Geste forderte er Nancy und Mark auf, ihm zu folgen. Sie waren in der Küche und machten Tee, während James im Wohnzimmer den Kamin anheizte. Nancy lief die Zeit davon. Sie hatte noch eine Stunde, um sich in Bovington zu melden. Als sie auf ihre Uhr tippte und Mark daran erinnerte, sah er sie entsetzt an. Sie können jetzt nicht fahren, protestierte er. Das würde James umbringen. Ihn umzubringen braucht es schon mehr als meine Abreise, erwiderte Nancy. Man erreicht einen so hohen militärischen Rang nicht durch Zufall, Mark. Abgesehen von allem anderen hat er im Dschungel von Korea gekämpft und wurde für seine Tapferkeit ausgezeichnet. Er ist zäher, als sie oder ich je sein werden. Mark starrte sie verblüfft an. Ist das wahr? Aber ja. Warum haben sie mir das nicht schon früher gesagt? Ich dachte, sie wüssten das alles. Sie sind schließlich sein Anwalt. Ich hatte keine Ahnung. Sie zuckte mit den Schultern. Tja, jetzt wissen sie's. Ihr Mandant ist ein außergewöhnlicher Mensch, bei seinem Regiment fast eine kleine Berühmtheit. Woher wissen sie das alles? Sie begann das Mittagsgeschirr abzudecken. Ich sagte ihnen doch, ich habe nachgeschlagen. Er wird in verschiedenen Büchern erwähnt. Damals war er Major und übernahm die Führung der britischen Gruppe im Gefangenenlager, als dieslich aus diesem Backofen herauskam, war er völlig ausgemergelt und hatte eine Haut wie Leder. Wissen sie, was er danach als erstes getan hat? Er hielt einen Laiengottesdienst. Das Thema seiner Predigt hieß Gedankenfreiheit. Nach dem Gottesdienst ließ er sich ein Glas Wasser geben. Mein Gott! Nancy, die Wasser ins Spülbecken laufen ließ, lachte. Sie sollten ihn nicht unterschätzen. Woher wissen sie, dass sie James nicht überschätzen. Sie halten ihn wegen etwas, das er vor 50 Jahren durchgemacht hat, für zäh. Aber er ist jetzt ein alter Mann. Gestern haben seine Hände noch so stark gezittert, dass er kein Glas heben konnte. Ich spreche nicht von körperlicher Zähigkeit. Ich spreche von der Geistigen. Das Alter verändert den Charakter nicht. Es prägt ihn höchstens stärker vielleicht bringt das der Beruf mit sich. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, und sie streckte einen Finger in die Höhe, um ihn zu bremsen. Kommen Sie mir jetzt nicht wieder mit meinen Genen, sagte sie energisch. Ich bin das vielschichtige Produkt meiner Lebensverhältnisse, nicht das vorhersehbare Ergebnis einer Zufallskopulation vor 28 Jahren. Sie wussten beide, dass sie einander zu nahe waren. Sie erkannte es im Aufblitzen des Gewahrwerdens in seinen Augen. Er saß im Verweilen ihres Fingers wenige Zentimeter von seinem Mund. Sie ließ die Hand sinken. Daran brauchen sie keinen einzigen Gedanken zu verschwenden, sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln. James Hände begannen wieder zu zittern, als Nancy ihm sagte, dass sie fahren müsse. Aber er versuchte nicht, sie zum Bleiben zu überreden. Er brachte sie nicht zur Tür. Sie und Marc waren allein, als sie sich voneinander verabschiedeten. Wie lange bleiben sie noch, fragte sie, während sie ihre Mütze aufsetzte und den Reißverschluss ihrer Jacke schloss. Bis morgen Nachmittag. Erreichte ihr eine Karte. Falls sie Interesse haben, hier sind meine E-Mail-Adresse, die Festnetz- und Handynummer. Falls nicht, freue ich mich auf unser Sie gehören zu den guten Marc. Es gibt sicher nicht viele Anwälte, Weihnachten mit ihren Mandanten verbringen würden. Sie zog einen Zettel aus der Tasche. Das ist meine Handynummer. Auch wenn sie kein Interesse haben, einfach nur für den Fall. Er antwortete mit einem neckenden Lächeln. Für welchen Fall? Den Notfall, antwortete sie ernst. Ich bin sicher, er sitzt nicht zu seinem zufällig hier. Sie sprachen von einem Irren, als ich draußen vor ihrem Bus die Lage ausgekundschaftet habe, und so wie der kleine Junge sich verhalten hat, bezog sich das auf seinen Vater, diesen Menschen namens Fox. Das kann kein Zufall sein, Marc. Da muss es eine Verbindung geben. Das wäre auch die Erklärung für die Vermummung. Ja, sagte er langsam, in Gedanken bei dem kleinen Jungen mit Wagentür auf und stieg ein. Ich sollte morgen Abend wieder herkommen können, sagte sie zögernd. Ihr Gesicht konnte er nicht sehen, weil sie sich vorgebeugt hatte, um den Zündschlüssel einzustecken. Könnten Sie James fragen, ob ihm das Recht wäre und mir Bescheid geben? Marc war über die Frage ebenso überrascht wie über ihre Zaghaftigkeit. Das brauche ich gar nicht. Er ist ganz vernarrt in sie. Aber er hat nichts davon gesagt, dass ich wieder kommen soll. Sie haben auch nicht gesagt, dass sie das wollen. James saß zusammengesunken in seinem Lehnstuhl, als Marc ins Wohnzimmer zurückkam. Er wirkte wie geschrumpft. In der Annahme, die Depression sei auf Nancys Abreise zurückzuführen, bemerkte Marc, der sich vor dem Kamin postiert hatte frisch fröhlich, Morgenabend wieder herkommen, wenn es ihnen passt. James antwortete nicht. Ich habe versprochen, ihr Bescheid zu geben, bohrte Marc weiter. James schüttelte den Kopf. Sagen Sie ihr, es ist mir lieber, sie kommt nicht, formulieren Sie es so taktvoll wie möglich, aber lassen Sie keinen Zweifel daran, dass ich Sie nicht wiedersehen möchte. Marc war, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, aber wieso denn? Weil sie recht hatten. Es war ein Fehler, sie zu suchen. Sie ist eine Smith, keine Locker, Herr Fox. Marc wurde zormig. Vor einer halben Stunde haben sie wie eine Prinzessin behandelt und jetzt wollen sie fallen lassen wie ein dahergelaufenes Flittchen, fuhr er James an. Warum haben sie ihr das nicht selbst ins Gesicht gesagt, anstatt mich Sie seien vernarrt in sie. Wollen Sie mich zum Lügner stempeln? Tut mir leid, Captain Smith, Sie haben nicht den Erwartungen entsprochen? Zu seiner Bestürzung quollen unter den geschlossenen Lidern des alten Mannes Tränen hervor. Sagen Sie ihr, was Sie wollen, brachte er mühsam hervor. Hauptsache sie kommt nie wieder her. Das können Sie ihr selber sagen, gab Marc zurück. Er zog sein Handy aus der Tasche und speicherte Nancys Nummer, bevor er ihren Zettel James auf den Schoß warf. Ich gehe jetzt und betrinke mich. Ein törichter Vorsatz. Er hatte nicht geahnt, wie schwierig es sein würde, am zweiten Weihnachtsfeiertag mitten in der tiefsten Provinz Dorsets einen Pub abzufinden, wo man sich betrinken konnte. Ziellos fuhr er durch die Gegend, alles war geschlossen. Als er schließlich die Sinnlosigkeit seines Unterfangens einsah, parkte er oberhalb der Ringstedt Bucht auf dem Ridgeway und schaute im rasch schwindenden Licht den Wellen zu, die stürmisch die Küste umbrausten. Der Wind hatte im Laufe des Nachmittags gedreht und kam aus Südwesten. Wolkenjagden von der wärmeren Luft getragen den Ärmelkanal hinauf. Es war eine sich schnell verdunkelnde wilde Landschaft aus tief hängendem Himmel, zorniger See und mächtigen Klippen und die urgewaltige Schönheit der Szene rückte die Dinge wieder in die richtige Perspektive. Nach einer halben Stunde, als die schäumende Gischt nur noch ein phosphoreszierendes leuchten im Schein des aufgehenden Mondes war und Mark vor Kälte die Zähne aufeinander schlugen, schaltete er den Motor ein und fuhr nach Shanstad zurück. Einiges war ihm klar geworden, nachdem sein Zorn sich gelegt hatte. Mochte James noch so hartnäckig darauf beharren, dass der Mann, Prue Weldon gehört hatte, sein Sohn gewesen sein müsse. Wir hören uns ganz ähnlich an. Er war wütend auf seine Mutter, weil sie ihr Testament geändert hatte. Mark wusste, dass er es nicht gewesen sein konnte. Denn während in Dorset Elsa gestorben war, war Leo mit Marks Verlobter in London im Bett gewesen und so abgrundtief Mark heute die Frau verachtete, die er einmal vergöttert hatte. Er zweifelte keinen Moment daran, dass sie die Wahrheit gesagt hatte. Unzufrieden mit Mark, der schwer schuftete und keine Lust hatte, Nacht für Nacht auf der Rolle zu sein, war aber kein Moment war Mark auf den Gedanken gekommen, dass hinter Leos gemeinem Spiel, ihm die Frau auszuspannen, die er heiraten wollte, mehr stecken könnte als niedere Rache. Nie hatte er bisher in aller Ruhe über das, was vorgefallen war, nachdenken können. Keine 24 Stunden, nachdem er in Dorset angekommen war, um James bei der polizeilichen Vernehmung Beistand zu leisten, hatte er eine weinende Becky am Handy, die ihm schluchzend erklärte, es tue ihr leid, sie habe nicht gewollt, dass es auf diese Weise herauskomme, aber die Polizei habe wissen wollen, wo sie den vorletzten Abend verbracht habe, nicht, wie sie Mark gegenüber behauptet hatte, mit ein paar japanischen Geschäftsleuten, die sie in ihrer Rolle als Public Relations Beauftragte eines Bau- und Immobilienunternehmens in Birmingham herumgeführt hatte, sondern mit Leo in seiner Wohnung in Knightsbridge. Nein, es sei kein Geschichte habe schon vor drei Monaten angefangen und sie versuche, seit Wochen es Mark beizubringen, jetzt, da die Wahrheit heraus sei, werde sie zu Leo ziehen, bei Marks Rückkehr werde sie schon weg sein. Es tue ihr leid. Er hatte es mit sich allein ausgemacht. Nach außen hin ließ er sich nichts anmerken. Der gerichtspathologische Befund, kein Hinweis auf Fremdeinwirkung, tierisches Blut auf der Terrasse, entzog den Ermittlungen den Boden und das Interesse der Polizei an James legte sich prompt. Was hätte es da noch gebracht, seinem Mandanten zu sagen, dass seine Vorwürfe gegen Leo als unbegründet und aus der Luft gegriffen verworfen worden waren, weil die Verlobte seines Anwalts ihm ein Alibi gegeben hatte? Er fragte sich, ob Leo genau darauf gesetzt hatte. Hatte er geahnt, dass Mark der Stolz verbieten würde, James das etwas anderes als Rachsucht Leo getrieben haben könnte? Er hätte es tun sollen. Wenn die Bänder in James' Bibliothek irgendetwas bewiesen, dann, dass jemand, der ihn sehr gut kannte, bereit war, sich auf ein langes Spiel einzulassen. Über drei Monate, um sich für eine einzige Nacht im März ein sicheres Alibi zu beschaffen? Vielleicht? Hier dachte er, kämpft jeder allein gegen die Dämonen. Was aber, wenn er und James denselben Dämon bekämpften und dieser schlau genug war, das auszunützen? Teilen und herrschen. Nebel des Krieges. Propaganda ist eine mächtige Waffe. Wenn er am Ende dieser kalten Wacht über der Küste von Dorset eines begriffen hatte, dann dies. James hätte niemals so beharrlich darauf bestanden, seine Enkelin ausfindig zu machen, wenn er selbst sie gezeugt hätte. Er fürchtete eine DNA-Analyse nicht um seiner selbst Willen, sondern um Nanzys Willen. Seit die Anrufe begonnen hatten, sollte sie ihn dafür hassen, dass er sie ein zweites Mal verstieß, James wollte nur vermeiden, sie in einen schmutzigen Krieg über Inzest Vorwürfe hineinzuziehen, insbesondere wenn er wusste, wer ihr richtiger Vater war. Nachricht von Mark Ich habe mich für eine Seite entschieden, James gehört zu den Guten, wenn er ihnen etwas anderes gesagt hat, lügt er. Mark fand den Colonel in der Bibliothek an seinem Schreibtisch sitzend. Sein Gesicht war grau und müde und voller Angst. Mark setzte sich in einen Ledersessel neben dem Schreibtisch. Ich möchte Sie für alles, was ich gesagt habe, um Verzeihung bitten. Am schwierigsten war es, mit Nancys Geschichte klarzukommen. Sie könnte ihre Tochter sein. Es ist, als hätte man eine weibliche Ausgabe von ihnen vor sich, James. Er machte eine kurze Pause. Ich hätte mich professioneller verhalten müssen. James musterte ihn einen Moment aufmerksam. Elsa hat offensichtlich etwas vor mir verheimlicht, aber ich habe keine Ahnung, was. Vielleicht diese ungeheuerlichen Unterstellungen. Das Einzige, was mich tröstet, wenn ich nachts wach liege, ist die Gewissheit, dass sie ihnen nicht geglaubt hätte. Niemals, stimmte Mark zu. Dazu kannte sie sie zu gut. James lächelte schwach. Ich vermute, dass Leo dahinter steckt. Und ich vermute, es geht um Geld. Aber wenn das zutrifft, warum sagt er dann nicht, was er will? Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, Mark, und mir ist schleierhaft, was diese endlose Wiederholung gemeiner Lügen bewirken soll. Ist es Erpressung? Glaubt er selbst, was er sagt? Mark stützte das Kinn in die Hand. Er wusste nicht mehr als James, aber wenigstens hatte er jetzt begonnen, in breiteren Bahnen zu denken. Vielleicht sollten sie mal versuchen, das Pferd am Schwanz aufzuzäumen und von der Wirkung zur Ursache zu denken. Fragen sie sich, was diese Anrufe bewirkt haben und überlegen sie dann, ob es die Wirkung ist, die beabsichtigt war. Vielleicht bekommen sie dann einen Hinweis darauf, worum es ihm geht. James ließ sich das durch den Kopf gehen. Ich wurde in die Defensive gedrängt, sagte er bedächtig. Mit militärischen Wendungen beschreibend, wie er es sah. Ich trage ein Nachhut Gefecht aus und warte darauf, dass jemand sich zeigt. Mir sieht es mehr nach Isolierung aus, sagte Mark unverblümt. Er hat sie zum Außenseiter gemacht, sie von allen Menschen abgeschnitten, die sie unterstützen könnten, von den Nachbarn, von der Polizei, er holte kurz Luft, von ihrem Anwalt, sogar von ihrer Enkelin. Glauben sie im Ernst, er weiß nicht, dass sie es lieber bei dem Fragezeichen belassen würden, als ihr einen DNA-Test zuzumuten? Er kann es nicht mit Sicherheit wissen. Mark schüttelte lächelnd den Kopf. Doch, das kann er. Sie sind ein Gentleman, James, und ihre Reaktionen sind vorhersehbar. Geben Sie zu, dass Ihr Sohn ein besserer Psychologe ist als Sie. Er weiß ganz genau, dass Sie lieber stillschweigend leiden würden, als eine unschuldige glauben zu lassen, sie sei das Produkt eines Inzests. Mit einem Seufzer Recht hatte. Aber was will er dann? Mark verschränkte die Hände hinter dem Kopf und starrte zur Zimmerdecke hinauf. Er hatte mit Becky nie über seine Mandanten gesprochen, aber langsam begann er sich zu fragen, ob sie in seinem Aktenkoffer gekramt hatte. Wusste Leo, dass Sie Ihre Enkelin suchten, fragte er? Nein, höchstens, wenn Sie es ihm gesagt haben. Ilsa und ich waren außer Ihnen die Einzigen, die davon wussten. Hätte Ilsa es ihm erzählt? Nein. Hätte sie es Elisabeth erzählt? James schüttelte den Kopf. Okay. Mark tippte auf den Anrufbeantworter und beugte sich vor, um seinen Worten Dringlichkeit zu verleihen. Sie sagen, diese Anrufe seien eine Form von Erpressung. Eine bessere Bezeichnung wäre Nötigung. Sie tanzen nach seiner Pfeife, kapseln sich ab, verfallen in Depressionen, lassen keinen an sich heran. Und sein größter Erfolg ist, dass er sie dazu gebracht hat, das zu tun, was sie soeben getan haben, zwischen sich und Nancy eine Mauer hochzuziehen. Er weiß zweifellos nicht, was er erreicht hat, aber die Wirkung bei ihnen ist dieselbe. Zurück in noch tiefere Depression und Einsamkeit. James bestritt das nicht. Ich war schon einmal in meinem Leben völlig von meiner Umwelt isoliert, aber das konnte mich damals nicht veranlassen, meinen Standpunkt zu ändern, sagte er. Und das wird es auch heute nicht tun. Sie sprechen von der Kriegsgefangenschaft in Korea? Ja, sagte er erstaunt. Woher wissen Sie davon? Nancy hat es mir erzählt. Sie hat sich über sie informiert. Sie sagte, sie wären so etwas wie eine Berühmtheit. Ein erfreutes Lächeln erhellte James' Gesicht. Die zurückgekehrte Selbstachtung war spürbar. Nun, da wissen Sie ja jetzt wenigstens, dass ich mich nicht so leicht geschlagen gebe. Mark schüttelte mit entschuldigender Miene den Kopf. Das war damals eine andere Art der Isolation, James. Sie traten für ein Prinzip ein. Ihre Männer unterstützten sie und sie ging als Held aus der Sache hervor. Das hier ist etwas ganz anderes. Sehen Sie nicht, dass Sie ganz ohne Freunde dastehen? James seufzte wieder. Ich hoffte, der Spuk würde aufhören, wenn ich nicht reagierte. Das dachte Ilsa wahrscheinlich auch. Und Sie wissen, was ihr zugestoßen ist. James zog ein Taschentuch heraus und drückte es an die Augen. Bitte, James. Ich möchte Sie wirklich nicht quälen, aber ziehen Sie wenigstens die Möglichkeit in Erwägung, dass Ilsa sich ebenso isoliert gefühlt hat, wie Sie sich jetzt fühlen. Glauben Sie nicht, dass aus Sie diesen scheußlichen Lügen ausgesetzt wurde? Diese grässliche Bartlett redet doch ständig davon, wie Ilsa sich gefühlt haben müsse, als sie es erfuhr. Es ist beinahe mit Gewissheit anzunehmen, dass die Person, von der sie ihre Informationen hatte, genau wusste, dass es Ilsa vernichtend getroffen hatte. Man kann leicht sagen, sie hätte mit Ihnen sprechen sollen. Ich vermute, sie wollte sie schonen, so wie Sie Nancy schonen wollen. Aber im Endeffekt erreicht man nichts dabei. Je mehr man sich bemüht, etwas geheim zu halten, desto schwerer fällt es dann, darüber zu sprechen. Wieder beugte er sich vor und sein Ton wurde drängender. Sie können diese Anschuldigungen nicht auf sich beruhen lassen, James. Sie müssen Ihnen entgegentreten. Die Karten sind neu gemischt. Nancy ist nicht mehr nur eine Ausgeburt Ihrer Fantasie. Es gibt sie wirklich, James. Und mit Hilfe der real existierenden Nancy kann alles widerlegt werden, was Leo behauptet. Ilsa würde sich freuen. Er hätte Ilsa nicht erwähnen sollen, wieder drückte James das Taschentuch an die Augen. Alle ihre Füchse sind tot, sagte er leise und trostlos. Er fängt sie mit Fallen und zertrümmert ihnen die Schnauze, bevor er sie auf die Terrasse wirft. Ich musste sie erschießen, um ihrem Leiden ein Ende zu machen. Mit Henry hat er es genauso gemacht. Er hinterließ ihn mit gebrochenem Lauf und zertrümmelter Schnauze, genau an der Stelle, wo Ilsa gestorben war. Das ist ein bösartiger Wahnsinniger. Ich bin sicher, er hat auch Ilsa leiden lassen. Ich denke, er hat sie gezwungen, zuzusehen, als er irgendeinem hilflosen Tier den Schädel einschlug. Vermutlich war es das, was Poe Welden gehört hat. Ilsa ist daran zugrunde gegangen, da bin ich sicher. Sie konnte Grausamkeit nicht ertragen. Wenn das Tier noch am Leben war, hat sie bestimmt die ganze Zeit an seiner Seite gesessen und es in seiner Todesqual begleitet. Es würde vieles erklären, dachte Mark. Die Blutflecken neben ihrem Leichnam. Ilsas Vorwurf des Wahnsinns, das Geräusch eines Schlages. Setzen Sie sich darum jede Nacht auf die Terrasse, weil Sie hoffen, ihn zu erwischen? James lächelte dünn, als fände er die Frage erheiternd. Seien Sie vorsichtig, James. Wenn Sie irgendetwas tun, das nach Selbstjustiz riecht, wandern Sie ins Gefängnis. Die Gerichte haben überhaupt kein Verständnis für Leute, die das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Er hätte sich seine Worte ebenso gut sparen können, die Reaktion war gleich null. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, fuhr er fort. Ich bitte Sie nur, die Konsequenzen zu bedenken, bevor Sie etwas tun, was Sie später bereuen. Ich tue die ganze Zeit kaum etwas anderes, gab James Schroff zurück. Ich habe meine Frau an einen Wahnsinnigen verloren. Ich möchte nicht auch noch meine Enkelin verlieren. Ich habe die Briefe und ich weiß ihren Namen. Nancy Smith, Captain bei den Royal Engineers. Sie sind sicher stolz darauf, noch einen Soldaten in der Familie zu haben, und sie ist Ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten. Groß und dunkel ein Abbild von Ihnen, als Sie jünger waren. Weiß Sie, wer Ihr Vater ist? Marc spielte die Aufzeichnung mehrmals ab. Wenn das Leo ist, hält er sie allen Ernstes für Nancys Vater. Er weiß, dass ich es nicht bin, entgegnete James, der auf der Suche nach der Akte Verschiedenes, einen Hefter nach dem anderen aus der Schreibtischschublade warf. Dann waren wir die ganze Zeit auf dem Holzweg, sagte Marc. Dann ist es nicht Leo. Resigniert gab James die Suche auf und drückte beide Hände aufs Gesicht. Natürlich ist es Leo, widersprach er mit überraschender Bestimmtheit. Begreifen Sie doch, Marc. Sie sind ein wahres Gottesgeschenk für ihn, weil Ihre Reaktionen so vorhersehbar sind. Bei jedem seiner Manöver geraten Sie prompt in Panik, anstatt die Nerven zu behalten und ihn zu zwingen, sich zu zeigen. Marc starrte durch das Fenster in die Dunkelheit draußen und im Spiegel trug sein Gesicht den gleichen gehetzten Ausdruck, der James' Züge zwei Tage lang gekennzeichnet hatte. Wer immer dieser Mann sein mochte, er war im Haus gewesen und wusste, wie Nancy aussah, lauerte wahrscheinlich in diesem Moment irgendwo im Dunkeln und beobachtete sie. Vielleicht sind Sie das Gottesgeschenk, James, murmelte er. Bedenken Sie, dass Ihre Reaktionen zumindest in Bezug auf Ihren Sohn genauso vorhersehbar sind. Und was soll das heißen? Wenn etwas passiert ist, beschuldigen Sie stets als ersten Leo. Auch Pro Weldens Blick wirkte gehetzt, als sie auf das Trommeln an ihrer Haustür antwortete. Ein verstohlener Blick durch die Vorhangritze hatte ihr den blassen Schimmer eines hellen Wagens in der Einfahrt gezeigt. Sie legte die Kette vor und öffnete die Tür einen Spalt, um mit zusammengekniffenen Augen einen Blick auf die zwei schattenhaften Gestalten zu werfen, die draußen standen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? fragte sie in Todesangst. James Lockyer, Fox und Mark Ankerton, antwortete Mark und rammte seinen Fuß in den Türspalt. Machen Sie Ihr Außenlicht an, dann können Sie uns besser sehen. Sie drückte den Finger auf den Knopf und als sie die beiden Männer erkannte, fasste sie wieder ein wenig Mut. Wenn Sie mir eine Vorladung überbringen, die akzeptiere ich nicht, von Ihnen akzeptiere ich gar nichts, erklärte sie ziemlich unsinnig. Die Wahrheit werden Sie wohl akzeptieren müssen, entgegnete Mark mit einem ärgerlichen Lachen. So, und jetzt lassen Sie uns bitte ins Haus, wir möchten mit Ihnen sprechen. Nein. Sie drückte die Schulter gegen die Tür und versuchte, diese zu schließen. Ich nehme meinen Fuß hier nicht weg, Mrs. Welden. Wo ist eigentlich Ihr Mann? Er hob die Stimme. Mr. Welden, würden Sie bitte zur Tür kommen? James Lockyer, Fox möchte mit Ihnen sprechen. Er ist nicht da, zischte Pru und drückte mit ihrem ganzen, nicht unerheblichen Gewicht gegen das feine Leder von Marks Schuh. Ich bin allein, und Sie machen mir Angst. Entweder nehmen Sie auf der Stelle Ihren Fuß da weg, oder ich knalle Ihnen die Tür mit solcher Wucht darauf, dass es richtig wehtut. Sie lockerte kurz den Druck. Der Schuh wurde zurückgezogen. Und jetzt gehen Sie, schrie sie, schlug die Tür zu und sperrte ab. Sonst rufe ich die Polizei. Gute Idee, antwortete Mark von der anderen Seite. Wir werden Sie von uns aus anrufen, wenn Sie sich weiter weigern, mit uns zu sprechen. Was meinen Sie wohl, wie Ihr Mann das finden wird? Er war ziemlich geplättet, als ich heute Morgen mit ihm sprach. Soweit ich erkennen konnte, hatte er von Ihren gemeinen Anrufen keine Ahnung. Er war ganz entsetzt. Sie schnaufte schwer vor Furcht und Anstrengung. Die Polizei ist bestimmt auf meiner Seite, erklärte sie keuchend. Sie können doch die Leute nicht einfach so terrorisieren. Hm, schade, dass Sie daran nicht gedacht haben, als Sie anfingen, Mr. Lockyer Fox mit Ihren Anrufen zu terrorisieren. Oder bilden Sie sich vielleicht ein, für Sie gilt das Gesetz nicht. Er lachte kurz auf. Nein, falsch. Sie hätten diese Anrufe so oder so gemacht, ob Mrs. Lockyer Fox am Leben gewesen wäre oder nicht, weil Sie von Natur aus ein böses Weib sind und gar nicht anders können. Er brach ab, als er Poes schrillen Aufschrei hörte, demgleich darauf das Klappern der Sicherheitskette und das Knirschen des Steckschlosses folgten. Ich glaube, ich habe Sie zu Tode erschreckt, sagte James, als er die Tür öffnete. Schauen Sie bloß, gleich wird der Stuhl unter ihr zusammenbrechen. Mark trat ins Haus und warf einen kritischen Blick auf Prue, die umatemringend auf einem zierlichen Rohrstuhl saß. Kommen Sie, Mrs. Weldon, suchen wir Ihnen eine stabilere Unterlage. Wo ist Ihr Wohnzimmer? Das da scheint es zu sein. James trat in einen Raum zur Linken. Setzen Sie sie am besten aufs Sofa, und ich sehe nach, ob ich irgendwo einen Cognac auftreiben kann. Wasser wäre vielleicht besser. Mark ließ sie auf den gepolsterten Sitz hinunter, während James in die Küche ging, um ein Glas zu holen. Sie sollten Ihre Hintertür nicht unverschlossen lassen, sagte er ohne Mitgefühl, doch erleichtert, als wieder Farbe in Ihre Wangen kam. Das ist hierzulande eine Aufforderung einzutreten. Sie wollte etwas sagen, aber ihr Mund war wie ausgedörrt. Sie funkelte ihn giftig an, bevor sie das Glas entgegennahm, das James ihr reichte, und gierig das Wasser trank. Sie können was erleben, wenn mein Mann das hört, zischte sie, sobald ihre Zunge sich gelöst hatte. Er wird, er wird. Ihr fehlten die Worte. Was wird er? Sie verklagen. Ach, was, sagte Mark. Da bin ich aber gespannt. Hat er ein Handy? Können wir ihn anrufen? Das werde ich Ihnen gerade auf die Nase binden. Die Nummer seines Sohnes steht bestimmt im Telefonbuch, sagte James und setzte sich in einen Sessel. Ich glaube, er heißt Jack mit Vornamen. Soweit ich mich erinnere, ist der andere Betrieb in Compton-Newton, und er lebt dort. Er weiß ganz sicher Dicks Handynummer. Pru packte das Telefon neben dem Sofa und drückte es an ihren Busen. Von hier aus rufen sie nicht an. Oh doch, aber auf meine Kosten, entgegnete Mark. Pru schlug nach dem Telefon in seiner Hand. Mit einem spöttischen Lächeln trat Mark ein Stück zurück. Ja, hallo? Dick Weldens Stimme donnerte so gewaltig durch die Leitung, dass er erst einmal den Hörer ein Stück von seinem Ohr entfernte. Dann versuchte er, ein oder zweimal die wütende Tirade anzuhalten, aber erst als Dick die Luft ausging, gelang es ihm, ein Wort einzuwerfen. Danke, Mr. Welden. Ich denke, das Wesentliche habe ich verstanden. Nein, es wäre mir lieber, das würden Sie Ihrer Frau selbst sagen. Möchten Sie mit ihr sprechen? Na gut, dann auf Wiedersehen. Er schaltete das Handy aus und steckte es wieder ein. Oh la la, Sie scheinen sich ja wirklich überall unbeliebt gemacht zu haben, Mrs. Welden. Von dieser Seite ist, fürchte ich, keine große Unterstützung zu erwarten. Das geht Sie gar nichts an. Mrs. Bartlets Mann ist offenbar genauso verärgert. Die beiden Männer hatten keine Ahnung, was sie und ihre Freundin für Sachen machten. Hätten Sie davon gewusst, so hätten Sie es sofort unterbunden. Poe sagte nichts. Colonel Lockyer Fox hat sich das schon gedacht. Darum hat er bisher nichts unternommen. Er wollte Dick und Julian nicht in Verlegenheit bringen. Er hoffte, wenn er nicht reagierte, würden sie das Interesse verlieren oder ihre Männer würden argwöhnisch werden und etwas dagegen unternehmen. Aber jetzt geht die Sache wirklich zu weit. Die Drohungen, die in diesen Anrufen ausgesprochen werden, sind zu gefährlich. Man kann sie nicht länger auf sich beruhen lassen. Ich habe nie Drohungen ausgesprochen, protestierte sie. Ich habe überhaupt nichts gesprochen. Halten Sie sich an Ellie nur. Von ihr ist das Ganze ausgegangen. Es war also Mrs. Bartlett's Idee? Proe starrte zu ihren Händen hinunter. Was war sie denn der Freundin noch schuldig? Zweimal hatte sie in der letzten Stunde in Shanstad House angerufen und jedes Mal hatte Julian ihr erklärt, Ellie nur sei nicht zu sprechen. Schon der Redewendung war zu entnehmen, dass Ellie nur zu Hause war, aber nicht mit ihr sprechen wollte und Juliens amüsierter Ton hatte den Verdacht bestätigt. Proe hatte sich das Verhalten ihrer Freundin damit erklärt, dass diese nicht in Juliens Beisein sprechen wollte. Jetzt aber argwöhnte sie, dass Ellie gerade eifrig damit beschäftigt war, über sie, Proe, herzuziehen, um vor ihrem Mann gut dazustehen. Proes Grollen auf ihre gesamte Umwelt wuchs. Sie hatte praktisch überhaupt nichts getan und jetzt gingen alle auf sie los. Meine Idee war es jedenfalls nicht, sagte sie. Es ist nicht meine Art, anonyme Anrufe zu machen und die Leute zu beschimpfen. Deswegen habe ich auch nie was gesagt. Warum haben sie dann die Anrufe überhaupt gemacht? Ellie nur hat es natürliche Gerechtigkeit genannt. Sie vermiet es, den beiden Männern in die Augen zu sehen. Außer uns interessiert es offenbar keinen, wie Elza umgekommen war. Ach so, sagte Mark sarkastisch. Trotz polizeilicher Ermittlungen, einer Obduktion und einer gerichtlichen Untersuchung der Todesursache fanden sie, niemand schenke dem Ganzen Beachtung. Das ist ja eine höchst seltsame Schlussfolgerung, Mrs. Weldon. Auf welchem Weg sind Sie denn dazu gekommen, wenn ich fragen darf? Ich habe gehört, wie James und Elza miteinander gestritten haben. So was kann man nicht einfach aus dem Gedächtnis streichen. Mark sah sie einen Moment lang schweigend an. Das ist alles, fragte er ungläubig. Aufgrund eines einzigen Streits zwischen zwei Menschen, die sie nicht genau hören und überhaupt nicht sehen konnten, spielen sie sich als Richter und als Henker auf? Sie wandte sich in sichtlichem Unbehagen. Wie konnte sie vor James wiederholen, was sie von Ellie nur wusste? Ich weiß, was ich gehört habe, sagte sie schließlich. Auf das im Grund einzige Argument zurückgreifend, das sie hatte. Sture Rechthaberei. Mark stellte seinen Aktenkoffer auf seine Knie und zog den Kassettenrekorder heraus. Ich möchte, dass Sie sich diese Aufnahmen anhören, Mrs. Weldon. Er fand eine Steckdose neben dem Sessel, in dem James sich niedergelassen hatte und nachdem er das Gerät angeschlossen hatte, gab er es James zur Bedienung. Und hinterher sagen Sie mir, was Sie Ihrer Meinung nach gehört haben. Die Unterstellungen von Kindesmissbrauch konnten Prue nicht erschüttern. Sie waren ihr vertraut. Die unaufhörliche Wiederholung der Vorwürfe jedoch erschütterte sie heftig. Von Zeit zu Zeit traten zwischen Ellinors schrillem Gekeife und Darth Vader's mit verzerrter Stimme vorgetragenen Monologen Perioden der Stille ein, in der die verstohlenen Atemgeräusche aus ihrem Mund auf dem Band ebenso wahrnehmbar waren wie die Pausen dazwischen. Klick, Klick, Klick lief die furchtbare Parade telefonischer Nachrichten ab. Immer eine von Prue auf zwei von Elinor und fünf von Darth Vader. Und Prue dämmerte endlich, dass sie hereingelegt worden war. Alle würden anrufen, hatte Elinor zu ihr gesagt. Alle wären empört, dass James ungeschoren davongekommen war. Die Mädels machten mindestens einen Anruf pro Tag, vorzugsweise in der Nacht, um ihn zu wecken. Nur so würde Elsa je Gerechtigkeit widerfahren. Prue hob den Kopf, als James das Gerät ausschaltete und es im Zimmer still wurde. Es war lange her, dass sie den Colonel das letzte Mal ins Gesicht gesehen hatte. Schamesröte breitete sich auf ihren Zügen aus. Er war so alt geworden. Sie hatte ihn als einen aufrechten, gut aussehenden Mann mit klaren Augen in Erinnerung. Jetzt war er gebeugt und müde und seine Kleider hingen schlaff an seinem abgemagerten Körper. »Nun«, sagte Mark. Sie kaute auf der Unterlippe. »Gibt es noch andere Bänder?« »Mehrere.« Mit einer Kopfbewegung wies er zum offenen Aktenkoffer auf dem Boden hinunter. »Aber es sind alles nur Aufzeichnungen von Ihnen, Mrs. Bartlett und unserem Freund, der zu feige ist, mit seiner eigenen Stimme zu sprechen. Sie begannen in letzter Zeit, etwas nachzulassen. Aber in den ersten vier Wochen haben Sie pünktlich jede Nacht angerufen. Soll ich es Ihnen beweisen? Wählen Sie irgendein Band. Ich spiele es Ihnen ab.« Sie schüttelte den Kopf und leckte sich nervös die Lippen. »Ich, äh...« Elinor meinte, »James soll wissen, dass wir Bescheid wissen.« »Bescheid wissen? Worüber?« »Und nennen Sie Colonel Lockyer Fox nicht noch einmal beim Vornamen, Mrs. Welden. Wenn Sie je ein Recht zu solcher Vertraulichkeit besaßen, haben Sie es in dem Moment verwirkt, als Sie das erste Mal den Telefonhörer abhoben, um einen Ihrer scheußlichen Anrufe zu machen.« Ihr Gesicht glühte vor Scham. Mit fahriger Hand deutete sie auf den Rekorder. Sie fühlte sich betrogen und gedemütigt. Die Anrufe waren in der Clique ein prickelndes Geheimnis gewesen, mit dem Sie und Elinor sich interessant gemacht hatten. Augenzwinkern und verständnisinniges Nicken. Geschichten von knapp vermiedenen Katastrophen, wenn Dick mitten in der Nacht aufgestanden war, weil er pinkeln musste und sie beinahe im Dunkeln über dem Telefon sitzend erwischt hätte. »Es hat mir keinen Spaß gemacht,« stieß sie hervor. »Ich wollte es in Wirklichkeit gar nicht. Ich hatte immer Angst.« Betroffen hob James eine Hand, als wollte er ihr die Absolution erteilen, aber Mark ließ es nicht dazu kommen. »Sie haben jeden Augenblick genossen,« beschuldigte er sie scharf. »Und wenn es nach mir geht, wird der Colonel sie vor Gericht bringen, mit oder ohne Hilfe der Polizei. Sie sind eine gemeine Verleumderin und haben seinen guten Namen und das Andenken seiner Frau in den Schmutz gezogen. Sie haben mit böswilligen Anrufen seine Gesundheit geschädigt, sich der Beihilfe zur Tötung seiner Tiere und zum Einbruch in seinem Haus schuldig gemacht.« Er holte aufgebracht Luft. »Wer hat sie dazu angestiftet, Mrs. Welden?« Verzweifelt kroch sie unter dem Hagel seiner Worte immer tiefer in sich hinein. »Verleumdung, Böswilligkeit, Beihilfe, Tötung, Einbruch. Ich weiß nichts von einem Einbruch,« wimmerte sie. »Aber sie wussten, dass Henry, der Hund, getötet worden war.« »Nicht, dass er getötet worden war,« protestierte sie, »nur, dass er tot war. Elinor hat es mir gesagt. »Und was sagte sie, wie er gestorben ist?« Sie sah verängstigt aus. »Ich weiß es nicht mehr. Nein, ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Sie sagte, das kommt davon.« Sie drückte beide Hände auf den Mund. »Oh, das klingt so herzlos. Es tut mir leid. Er war ein so gutmütiges Tier. Ist er wirklich getötet worden?« Erst hat man ihm ein Bein und die Schnauze zertrümmert, und dann hat man ihn zum Sterben beim Körnel auf die Terrasse geworfen. Wir vermuten, dass derselbe Mann an dem Abend, an dem Mrs. Lockheyer-Fox starb, vor ihren Augen einen Fuchs auf die gleiche Weise gefoltert hat. Wir glauben, dass Sie es gehört haben. Der Schlag, von dem Sie sprachen, war der Schlag auf den Kopf eines Fuchses. Und deshalb hat Mrs. Lockheyer-Fox den Mann als Wahnsinnigen bezeichnet. Das ist der Mensch, dem Sie geholfen haben, Mrs. Welden. »Also, wer ist es?« Sie riss die Augen auf. »Ich weiß es nicht,« flüsterte sie, während sie sich noch einmal das Geräusch des Schlags ins Gedächtnis rief und mit plötzlicher Klarheit die Folge der Ereignisse erinnerte. »Oh Gott, ich habe mich geirrt. Er sagte hinterher Miststück.« Mark warf James einen fragenden Blick zu, und über das Gesicht des alten Mannes flog ein seltenes Lächeln. »Sie hatte Gummistiefel an,« sagte er. »Ich vermute, sie hat ihn getreten. Sie konnte Grausamkeit nicht ertragen.« Auch Mark lächelte kurz, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf Brough Welden richtete. »Ich brauche einen Namen, Mrs. Welden. Wer hat sie zu diesen Anrufen angestiftet? Niemand. Nur Elinor.« »Ihre Freundin hatte einen Text.« »Von sich aus hätte sie niemals so viele Einzelheiten über die Familie wissen können. Von wem hatte sie sie?« In Verzweiflung schlug Brough sich mit beiden Händen auf den Mund. »Von Elisabeth,« antwortete sie weinerlich. »Sie war in London und hat sich mit ihr getroffen.« Nachricht von Mark Notfall Erbitte schnellstmöglichen Rückruf Ungefähr hundert Meter voraus zeigte sich im Licht der Scheinwerfer eine Lücke in der Hecke, die die Straße zu beiden Seiten begrenzte. Ein Gatter versperrte dort den Zugang zu einem Feld. Mark hielt den Wagen in der Ausbuchtung an und wollte wenden, als James ihm sagte, die Hand auf den Arm legte. Müde schaltete Mark Motor und Scheinwerfer aus. Der Colonel ließ ein Fenster herunter, die kalte Nachtluft schlug ihm beißend ins Gesicht. James überlegte einen Moment. »Sagte Mrs. Weldon nicht, Mrs. Bartlett hätte Elisabeth getroffen?« »Doch, und ich frage mich, wie sie sie erreicht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elisabeth die Stinkmorchel zurückgerufen hat.« »Dann sollten wir uns vielleicht einmal mit Mrs. Bartlett unterhalten.« »Lassen Sie es mich erst einmal unter dieser Nummer hier versuchen,« sagte Mark und griff nach seinem Handy. »Wer ist es denn?« »Eine ehemalige Freundin von Leo,« sagte er. »Ich denke, sie wird mit mir reden. Wir standen uns eine Zeit lang ziemlich nahe.« »Woher kennen Sie sie?« Mark tippte Beckys Nummer ein. »Wir wollten im Juni heiraten,« sagte er in ausdruckslosem Ton. »Am 7. März gab sie Leo ein Alibi für die Nacht, in der Elza starb, und als ich nach Hause kam, war sie weg. Sie hatte schon drei Monate lang ein Verhältnis mit Leo gehabt.« Er sah den Körnel mit einem entschuldigenden Lächeln an, als er das Telefon an sein Ohr hob. »Das ist der Grund, weshalb ich immer überzeugt war, dass Leo in der fraglichen Nacht nicht in Schensted war.« Becky redete wie ein Wasserfall. Jeder Satz endete mit Liebling. »Sie könne es kaum fassen, dass er anrufe, wie es ihm gehe, wo er denn sei, ob sie nach Hause kommen könne. Sie liebe ihn so sehr. Es sei alles ein schreckliches Missverständnis. Liebling, Liebling, Liebling!« Mark sah in der Windschutzscheibe gespiegelt sein hartes Gesicht und schaltete die Innenbeleuchtung aus. Er fragte sich, wieso ihm die Trennung von Becky so nahe gegangen war. Sie hätte eine Fremde sein können, so wenig rührte sich in ihm, als er ihr jetzt zuhörte. »Ich sitze mit Colonel Locker, Herr Fox, zusammen irgendwo mitten in Dorset, in meinem Auto«, unterbrach er den Redestrom. »Ich rufe auf dem Handy an und die Batterie ist gleich leer. Wir müssen dringend Elisabeth erreichen. Aber sie geht nicht an ihr Telefon. Ich dachte, du wüsstest vielleicht, wo sie zu erreichen ist.« Darauf folgte ein kurzes Schweigen. »Hört der Colonel mit?« »Ja«, weiß er von »Ich habe es ihm eben erzählt.« »Oh Gott, tut mir leid, Liebling, es war nie meine Absicht, dich in Verlegenheit zu bringen. Glaub mir, wenn ich könnte«, Mark unterbrach sie wieder, »es geht um Elisabeth, Rebecca. Hast du sie in letzter Zeit gesehen?« Er hatte sie nie Rebecca genannt und wieder trat Schweigen ein. »Wir können reden, wenn ich nach Hause komme«, sagte er als Anreiz. »Im Moment geht es mir um Elisabeth. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen?« Ihre Stimme wurde wieder wärmer. »Im Juli. Sie kam zu Leo in die Wohnung, ungefähr eine Woche, bevor ich wieder ausgezogen bin. Die beiden sind dann zusammen ausgegangen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.« »Was wollte sie von Leo?« »Keine Ahnung.« »Sie sagte nur, sie müsste Leo unter vier Augen sprechen. Sie war stockbetrunken. Darum habe ich sie einfach gelassen. Du kennst sie ja.« Mark warf einen Blick auf James und sah, dass dessen Augen geschlossen waren, aber er wußte, dass er zuhörte. »War das Alibi gelogen?« Sie schwieg lange, als müsste sie ihre Optionen bedenken. »Nein«, sagte sie schließlich. »Sicher?« Das Geräusch unterdrückten Schluchzens erreichte ihn. »Er ist so gemein, Mark. Erst hat er mir mein ganzes Geld abgenommen, und dann musste ich auch noch bei meinen Eltern und meinen Schwestern für ihn was leihen.« Mark holte tief Luft und schluckte seinen Ärger hinunter. »Hast du in meinem Aktenkoffer gekramt? Hast du Leo erzählt, dass der Colonel seine Enkelin suchen ließ?« »Nur einmal«, antwortete sie. »Ich habe einen Testamentsentwurf gesehen, in dem von einer Enkelin die Rede war. Das ist alles, was ich ihm erzählt habe. Es wurde kein Name oder sowas erwähnt. Sei doch nicht so böse mit mir«, bettelte Becky am anderen Ende. Unter dem Vorwand, dass seine Batterie gleich leer sei, machte er Schluss. Vor einem Jahr noch hätte er ihr blind vertraut. Jetzt glaubte er ihr kein Wort. Prue konnte das Gefühl der Isolation kaum noch aushalten. Sie schämte sich zu sehr, um eine ihrer Freundinnen anzurufen, und ihr Groll gegen Elinor wuchs. Sie stellte sich vor, wie die zu Hause ihrem Julian umgarnte und mit raffinierten Tricks an sich band, während sie, Prue, in den gähnenden Abgrund von Ablehnung und Scheidung blickte. Ihre ganze Wut richtete sich auf ihre vorgebliche Freundin. Darth Vader existierte nur am Rand ihres Bewusstseins. Sie war viel zu sehr mit ihrem eigenen Elend beschäftigt, um darüber nachzudenken, wer er war und was er mit ihrer Freundin zu tun haben könnte. Doch als sie aufblickend am Fenster ein verschwommenes Männergesicht gewahrte, durchfuhr sie ein Schauder des Schreckens. Sie hatte nur blasse Haut und dunkle Augenhöhlen flüchtig wahrgenommen, aber sie stieß einen markerschütternden Schrei aus. Diesmal rief sie wirklich die Polizei an. Stammelnd vor Angst schaffte sie es immerhin, ihre Adresse anzugeben. Als eine halbe Stunde später Sergeant Monroe erschien, überschlug sie sich fast vor Hilfsbereitschaft und erging sich in einem umständlichen Bericht der Ereignisse im Hause Lockyer Fox. Sie berichtete von dem anonymen Anrufer mit der verstellten Stimme, von der ermordeten, des Hundes Henry und erwähnte zum Schluss auch noch Marks Bemerkung über einen Einbruch im Herrenhaus. »Ja doch, ich denke schon.« »Sie sagen also, dass Mrs. Bartlett sich mit diesem Mann zusammengetan hat, um Colonel Lockyer Fox zu erpressen?« So etwas war Pro nie in den Sinn gekommen. »Oh nein, es ging darum, dem Colonel seine Schuld vor Augen zu halten, damit er endlich gesteht.« »Was denn?« »Den Mord an Elsa.« »Mrs. Lockyer Fox ist eines natürlichen Todes gestorben.« Po machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ja, so hat das Untersuchungsgericht entschieden. Aber geglaubt hat das niemand.« Po fächelte mit der Hand ihr Gesicht, als heiße Röte ihren Nacken heraufzog. »Elinor hat gesagt, sie wären alle bei den Freimaurern. Und der Pathologe auch.« Monroe sah sie mit nachdenklichem Blick an. »Ihre Freundin ist entweder falsch informiert, böswillig oder dumm«, sagte er, bevor er sich wieder seinen Aufzeichnungen zuwandte. »Der Colonel hat im Frühsommer einen verstümmelten Fuchs auf seiner Terrasse gefunden und hat uns das gemeldet. Wissen Sie über diese Geschichte etwas?« Sie schüttelte den Kopf. »Könnte so etwas ihrer Freundin Mrs. Bartlett zuzuschreiben sein?« »Um Gottes Willen, nein«, protestierte sie, ehrlich schockiert. »Elinor mag Tiere.« »Auch auf ihrem Teller, vermute ich. Das ist nicht fair.« »So ist das Leben«, versetzte Monroe unerschüttert. »Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Was körnelocker Herr Fox noch dem Tod seiner Frau angetan wurde, war ja alles reichlich brutal. Sie haben mir mehrmals erklärt, dass die Idee zu der Belästigungskampagne von Ihrer Freundin stammte. Wieso weisen Sie da die Möglichkeit, dass sie den Hund umgebracht hat, so weit von sich?« »Weil sie vor Hunden Angst hat«, antwortete Pro kleinlaut, »vor Henry ganz besonders. Er war eine dänische Docke.« Sie schüttelte verwirrt den Kopf, ebenso ratlos wie er. »Das ist einfach zu grausam. Ich mag mir das gar nicht vorstellen.« »Aber Sie finden es nicht grausam, einen alten Mann des Inzests zu beschuldigen.« »Eli sagte, er würde sich schon wehren, wenn es nicht wahr wäre. Aber er hat nie auch nur ein Wort gesagt. Stattdessen hat er sich völlig zurückgezogen und so getan, als wäre gar nichts geschehen.« Das konnte Monroe nicht beeindrucken. »Hat Mrs. Bartlett Ihnen Geld dafür versprochen, wenn Sie sich an dem Komplott gegen den Körnel beteiligen?« »Zieht sie vielleicht Nutzen daraus, wenn er aus seinem Haus verjagt wird?« Pro drückte beide Hände auf ihre glühenden Wangen. »Selbstverständlich nicht«, rief sie empört. »Das ist eine unerhörte Unterstellung.« »Warum?« Sie suchte verzweifelt nach einem Ausweg. »Jetzt erscheint alles so klar, aber so war es damals nicht. Elinor war so überzeugt, und ich hatte doch diese schreckliche Auseinandersetzung gehört. Elsa hat wirklich gesagt, Elisabeths Leben sei zerstört. Ich weiß, dass ich mich da richtig erinnere.« Monroe quittierte das mit einem ungläubigen Lächeln. Er hatte zu viele Gerichtsverhandlungen mitgemacht, um an die Genauigkeit des Gedächtnisses zu glauben. »Angenommen, Mrs. Bartlett ist so vertrauensselig wie Sie, was ich nicht glaube. Dann ist der Anstifter dieser Mann mit der Darth-Wader-Stimme. Die Frage ist nur, wer ist der Mann?« Monroe reagierte mit der gleichen ängstlichen Nervosität, die sie an den Tag gelegt hatte, als Mark ihr diese Frage gestellt hatte. »Ich habe keine Ahnung«, murmelte sie am Boden zerstört. »Ich wusste ja bis heute Abend nicht einmal von seiner Existenz. Elinor hat ihn mit keinem Wort erwähnt.« Sie brach ab, als ihr Verstand plötzlich die Nebel von Scham und Verwirrung durchbrach, die ihn bisher verdunkelt hatte. »Wie konnte ich nur so dumm sein«, sagte sie mit unerwarteter Klarsicht. »Sie hat mich in allem belogen.« Ein Streifenwagen hielt vor dem Absperrungsseil an und zwei bullige Constables stiegen aus. Die Scheinwerfer des Wagens, die sie nicht ausgeschaltet hatten, beleuchteten das Landfahrerlager. Geblendet schob Bella Wulfi von ihrem Schoß hinunter und stand auf, den Jungen unter ihrem Mantel bergend. »Guten Abend, die Herren«, sagte sie und zog sich den Schal über den Mund. »Kann ich was für Sie tun?« »Eine Frau hat vorhin einen Eindringling gemeldet, der sich auf ihrem Hof rumgetrieben hat«, sagte der Jüngere der beiden Beamten und setzte im Näherkommen seine Mütze auf. »Ist in den letzten ein, zwei Stunden, jemand von hier Richtung Shanstad Farm gegangen.« Bella spürte Wulfis Zittern. »Ich habe niemand gesehen, Schätzchen«, erklärte sie dem Polizisten freundlich. »Aber ich habe auch nur die Zufahrt zu unserem Lager im Blick.« Der andere Beamte lachte leise, als er ins Licht trat. »Das kann nur Bella Preston sein«, sagte er. »Um die Figur und die Stimme zu verstecken, braucht's schon mehr als einen Schal und einen dicken Mantel. Was tun Sie denn hier, Bella?« Bella erkannte ihn sofort. »Martin Barker, der Polizeiunterhändler von Baden-Edge. Einer von den Guten. Anfang vierzig, groß, mit braunen Augen, ein echter Schatz.« Sie zog den Schal weg und lächelte. »Nein, nein, alles ganz legal, Mr. Barker. Das Land hier gehört niemandem, und wir haben es besetzt, um es durch Ersitzung zu erwerben.« Wieder ein leises lachen. »Sie haben zu viele Romane gelesen, Bella. Ihr werdet schon von den Leuten hier hören, wenn erst die Feiertage vorbei sind. Die haben hier so viel Geld investiert, dass sie sich die Preise für ihre Häuser bestimmt nicht von einem Haufen New Ager verderben lassen.« Er legte eine Hand auf das Seil. »Lassen Sie uns rein? Es wäre gut, wenn sich bestätigen ließe, dass hier niemand was mit dem Zwischenfall heute Abend zu tun hat.« Bella forderte die beiden Beamten mit einer Kopfbewegung zum Eintreten auf. Sie würden sich sowieso Zutritt verschaffen, ganz gleich, wie sie reagierte. »Aber klar, wir wollen keinen Ärger. Uns ist es nur recht, wenn möglichst bald geklärt wird, dass wir mit der Geschichte nichts zu tun haben.« »Also«, sagte er, »wollen Sie uns jetzt mit Ihren Freunden bekannt machen, Bella? Das ist übrigens Constable Sean White, mein Kollege. Vielleicht sagen Sie den Leuten gleich klipp und klar, dass uns ausschließlich der Eindringling von der Shanstad Farm interessiert, sonst nichts.« Er trat zur Seite, um sie vorgehen zu lassen, und vermerkte, dass sie sich dem am weitesten entfernten Bus rechts im Halbkreis zuwandte, hinter dessen Verdunkelung Licht hervorschimmerte. Sergeant Monroe kam auf dem Weg zum Shanstad House an dem besetzten Gelände vorüber und sah am Scheinwerferlicht des geparkten Streifenwagens mehrere Gestalten vor den Bussen. Natürlich lag die Vermutung nahe, dass das Gesicht am Fenster, das Mrs. Weldon gesehen hatte, zu einem dieser Leute hier gehörte. Pro Weldons Aussage, Eleanor Bartlett habe sich nach dem Besuch im Wäldchen plötzlich komisch benommen, kam ihm jetzt gerade recht. Sie sollte ihm als Vorwand zu einem Gespräch mit Eleanor Bartlett dienen. Julian Bartlett öffnete ihm auf seinen Läuten. Er warf einen Blick auf Monros Dienstausweis, hörte sich seine Bitte um ein Gespräch mit Mrs. Bartlett an, zuckte mit den Schultern und zog die Tür weit auf. »Sie ist hier!« Er führte Monroe ins Wohnzimmer. »Hier ist jemand von der Polizei, der dich sprechen möchte,« sagte er gleichgültig. »Ich bin im Arbeitszimmer.« Monroe bemerkte, wie das Erschrecken im Gesicht der Frau in Erleichterung umschlug, als ihr Mann sein Gehen ankündigte und trat Julian in den Weg. »Es wäre mir lieber, Sie würden bleiben, Sir. Was ich zu sagen habe, geht jeden hier im Haus an.« »Oh nein, mich nicht,« widersprach Julian kühl. »Woher wissen Sie das, Sir?« »Weil ich erst heute Nachmittag von diesen verdammten Anrufen erfahren habe,« erstarrte Monroe ins unbewegte Gesicht. »Deswegen sind Sie doch hier, oder nicht?« Monroe sah Elinor an. »Nein, eigentlich nicht. Mrs. Welden von der Shanstad Farm hat bei uns angerufen, weil sich ein Unbekannter auf ihrem Grundstück herumgetrieben hat, und sie meint, ihre Frau wüsste, wer das war. Es passierte kurz nachdem Colonel Lockheyer Fox und sein Anwalt bei ihr waren und ihr Tonbandaufzeichnungen vorgespielt haben, auf denen von ihrer Frau und einem Mann identische Beschuldigungen gegen den Colonel erhoben wurden. Mrs. Welden glaubt, dass dieser Mann der Eindringling auf ihrem Hof war. Ich bin hergekommen, weil ich hoffe, dass ihre Frau etwas Licht ins Dunkel bringen kann.« Elinor sah aus wie vom Schlag getroffen. »Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden,« brachte sie mühsam hervor. »Das tut mir leid. Ich habe mich offensichtlich nicht klar ausgedrückt. Mrs. Welden ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Eindringling auf ihrem Hof um den Mann handelt, der eine Hasskampagne gegen Colonel Lockheyer Fox führt. Und sie ist überzeugt davon, dass er einer der Landbesetzer ist, die im Wäldchen hier kampieren. Sie behauptet, sie müssten heute Morgen mit ihm gesprochen haben, da sie sich seither sehr seltsam verhalten. Er benutzt ein elektronisches Gerät, um seine Stimme zu entstellen. Aber sie wüssten, wer er ist,« sagt Mrs. Welden. »Elinors Mund verzog sich unschön nach unten.« »Das ist ja absurd,« erklärte sie erregt. »Profantasiert, wie immer.« »Sie hatte Angst. Ihre Aussage zufolge hat dieser Mann den Hund des Körnels verstümmelt und ihn dann dem Körnel vors Haus gelegt.« Ihr Blick schoss nervös zu ihrem Mann. »Davon weiß ich nichts.« »Aber sie wussten vom Tod des Hundes, Mrs. Bartlett. Mrs. Welden hat erzählt, sie hätten sich darüber gefreut. Sie sollen gesagt haben«, er hielt kurz inne, um den Worten Wirkung mitzugeben, »das kommt davon.« »Das ist nicht wahr.« Statt ihr beizustehen, fiel Julian ihr in den Rücken. »Das hört sich ganz nach dir an«, sagte er. »Du hast den armen alten Henry nie gemocht.« Er wandte sich Monroe zu. »Setzen Sie sich, Sergeant.« Er wies auf einen Sessel und ließ sich selbst in einen anderen nieder. »Ich hatte keine Ahnung, dass hinter dieser«, »mit einer kurzen Handbewegung drückte er seinen Abscheu aus, »entwürdigenden Geschichte noch mehr steckt, als die Anrufe, die meine Frau und Mrs. Welden anscheinend gemacht haben. Bitte klären Sie mich auf, was genau spielt sich hier ab?« Monroe beobachtete Elinors Gesicht, während er es sich in seinem Sessel bequem machte. Sie war aus anderem Holz geschnitzt als ihre dicke Freundin. Sie war stärker und zäher, aber ihre Augen flackerten genauso vor panischer Angst. James schüttelte den Kopf, als Mark ihm die Sache mit Leos Alibi erklären wollte. »Sie brauchen nicht ins Detail zu gehen,« sagte er verständnisvoll. »Ich verstehe schon. Ich habe mich immer gefragt, warum Sie sich auf die Seite der Polizei gestellt haben, als ich Leo beschuldigte. Jetzt weiß ich es. Leicht war das sicher nicht für Sie.« Mark überlegte einen Augenblick. »Also gut. Dann erklären Sie mir jetzt mal folgende Dinge. Zunächst, wie ist es Mrs. Bartlett gelungen, mit Elisabeth Kontakt aufzunehmen? Selbst angenommen, sie hatte ihre Telefonnummer, was ich bezweifle, da Elisabeths Nummer nicht im Telefonbuch steht, warum hätte Elisabeth ausgerechnet bei ihrem Anruf an den Apparat gehen sollen, wenn sie es sonst nie tut? Wusste sie, wer die Frau ist? Kannte sie sie? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elisabeth sie mit ihr bekannt gemacht hat. Haben Sie die beiden miteinander bekannt gemacht?« James starrte zum Fenster hinaus. »Nein.« »Okay. Das Gleiche gilt für Leo. Wie soll er also die Bartlett kennengelernt haben? Und wie soll sie sich seine Telefonnummer beschafft haben, wo sie doch auch nicht im Telefonbuch steht? Wie soll sie ihm geschrieben haben, wenn sie seine Anschrift nicht wusste?« »Es ergibt alles keinen Sinn, James«, fuhr Marc bedächtig fort, während er seine Gedanken sortierte. »Wenn Leo Darth Vader ist, woher wusste er, dass er sich nur an Elinor Bartlett heranzumachen brauchte? Man geht doch nicht einfach auf eine wildfremde Person zu und fragt, ob sie Lust habe, jemanden fertig zu machen.« Er schwieg. »Und?« Marc nahm sein Handy und tippte Leos Nummer ein. »Keine Ahnung«, sagte er gereizt. »Ich frage mich, ob diese ganzen Anrufe vielleicht ein Ableckungsmanöver sind.« Nachricht von Nancy. Ihr Anschluss besetzt. »Bin in Shanstad Manor. Wo sind Sie?« Bob Dawson sah rot, als seine Frau in die Küche schlurfte und ihn beim Radiohören störte. Die Küche war der einzige Platz im Haus, den er als den seinen betrachten konnte, weil Vera für gewöhnlich einen weiten Bogen um sie machte. In ihrem Siechenhirn war die Küche mit lästiger Plackerei verbunden, darum betrat sie sie nur, wenn der Hunger sie vom Fernsehschirm wegtrieb. Mit bösem Blick sah sie ihn an, als sie zur Tür hereinkam und nuschelte mit verkniffenem Mund Verwünschungen, die er nicht mitbekam. »Was sagst du?« fragte er unwirsch. »Must mein Tee. Mach ihn dir doch selber.« Er legte Messer und Gabel aus der Hand und schob den leeren Teller weg. »Ich bin doch nicht dein Sklave.« Sie empfanden nur noch Hass füreinander. Zwei Menschen unter einem Dach, die ihre Aggressionen nicht unterdrücken konnten. So war es immer gewesen. Bobs Waffe war körperliche Gewalt. Veras Waffe war Gehässigkeit. Ihre Augen blitzten wütend auf, als sie das Echo ihrer eigenen oft geäußerten Beschwerde vernahm. »Herrgott noch mal!« Er hätte es wissen müssen. Mit einem Satz sprang er auf, der Stuhl kippte krachend um. »Ich hab dich gewarnt,« brüllte er. »Bleib weg von dem,« habe ich gesagt. »Wo ist er? Ist er hier? Haben wir deshalb die Zigeuner im Wäldchen?« »Geht dich gar nichts an,« zischte sie. »Du hast mir nicht vorzuschreiben, mit wem ich reden darf und mit wem nicht.« Er schlug ihr mitten ins Gesicht. »Wo ist er?« Hass und Bosheit funkelten in ihren Augen, als sie sich vor ihm duckte. »Er kriegt dich zuerst. Du wirst schon sehen. Du bist ein alter Mann. Er hat keine Angst vor dir. Er hat vor niemandem Angst.« Bob griff nach seiner Jacke, die an einem Haken neben dem Spülstein hing. »Der soll mir nur kommen«, knurrte er. Dann machte er kehrt und schlug die Tür hinter sich zu. Das waren kühne Worte, aber die Nacht spottete ihrer. Der Westwind hatte Wolken vor den Mond getrieben, und ohne Taschenlampe war Bob praktisch blind. Er wandte sich zum Herrenhaus in der Absicht, sich von den Lichtern im Wohnzimmer führen zu lassen, und hatte noch Zeit, überrascht festzustellen, dass das Haus im Dunkeln lag, bevor der Hammer auf seinen Schädeln niedersauste und die schwarze Nacht ihn verschlang. Sergeant Monroe hatte restlos genug von alternden Matronen, die die Ahnungslosen spielten. Er schlug die Beine übereinander und sah sich angeödet im Zimmer um, während Eleanor Bartlett wutschnaubend ihre Empörung über seine Unterstellung Luft machte, sie wüsste Näheres über den Eindringling bei Browelden. Monroe richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf sie. »Haben Sie irgendwelche Beweise für Ihre Behauptungen?« »Aber natürlich. Das alles hat Elisabeth mir erzählt. Sie werden ja wohl nicht unterstellen wollen, dass sie lügt.« »Aber irgendjemand scheint hier zu lügen.« »Sie sollten James wegen Mordes und Kindesmissbrauch vernehmen,« fuhr sie Monroe an, »und nicht mir zusetzen, weil ich getan habe, was eigentlich Ihre Aufgabe gewesen wäre.« Sie verzog verächtlich den Mund. »Sie haben Ilzas Tod nie richtig untersucht. Es wurde alles unter den Teppich gekehrt, um James vor einem Skandal zu schützen.« Er zuckte mit den Schultern. »Wenn Sie das glauben, dann glauben Sie wahrscheinlich alles, was man Ihnen erzählt. Und ich muss annehmen, dass man sich auf nichts, was Sie sagen, verlassen kann. Einschließlich dieser Anschuldigung gegen Colonel Lockheyer Fox.« Sie holte zu neuen Rechtfertigungen aus. Selbstverständlich könne man sich auf ihr Wort verlassen. Sich vorzustellen, was Elza von der Hand ihres gewalttätigen Ehemannes erlitten hatte, sei für Ellie nur eine ständige Qual gewesen, besonders nachdem sie gehört habe, was Elisabeth als Kind widerfahren war. Hätte die Polizei die richtigen Fragen gestellt, hätte sie das alles selbst aufdecken können. Monroe ließ sie reden und vertrieb sich die Zeit damit, ihren piekfeilen Salon mit dem leicht verlotterten Wohnzimmer im Herrenhaus zu vergleichen. In Elinors Zimmer war alles neu und makellos. Cremefarbene Möbel auf einem flauschigen Wollteppich, schokobraune Wände und pastellfarbene geraffte Vorhänge, um dem hohen Raum romantisches Flair zu verleihen. Es war alles sehr gestylt und sehr teuer und sagte nichts über die Menschen aus, die hier lebten. Außer, dass sie gut betucht waren und das gern zeigten. Er ließ ein längeres Schweigen eintreten, als sie innehielt. Er wollte nicht das Verhalten der Polizei bei den Ermittlungen über Elzas Tod verteidigen und ihr so das Gefühl geben, einen moralischen Sieg errungen zu haben. Wann sind sie hierher gezogen? fragte er Julian. Der Mann starrte seine Frau an, als wären ihr Hörner gewachsen. Vor vier Jahren aus London. Also vor dem Boom auf dem Immobilienmarkt. Elinor machte ein verdrossenes Gesicht, als ärgerte es sie immer noch, dass sie den günstigsten Zeitpunkt um Haaresbreite verpasst hatten. Uns hat es wenig berührt, erklärte sie großartig. Wir lebten damals in Chelsea. Da war es immer schon teuer. Monroe nickte. Was hat sie denn veranlasst, sich hier unten anzusiedeln? Vorzeitige, Elinor unterbrach Julian mit scharfer Stimme. Mein Mann war im Vorstand eines Bauunternehmens, sagte sie. Man bot ihm eine großzügige Vorruhestandsregelung an und wir beschlossen, sie anzunehmen. Es war immer unser Wunsch, auf dem Land zu leben. Welche Firma war das? fragte Monroe und zückte sein Heft. Schweigen. Lacey, antwortete Julian mit einem dünnen Lachen. Und ich war nicht im Vorstand, ich war Geschäftsführer. Um ganz genau zu sein, wohnten wir in der Croydon Road, Nummer zwölf, und hatten die Postleitzahl von Chelsea, weil die Grenze direkt hinter unserem Garten verläuft. Er lächelte Hönisch. Tja, das kommt davon, Elli. Sie wirkte erschrocken, als es Monroe für angebracht hielt. Schließlich waren nur einige kleine Flunkereien entlarvt worden. Was soll das dumme Gerede, fuhr sie ihn an. Er lachte verächtlich. Das ist wirklich gut. Kannst du mir sagen, was es Dümmeres gibt, als das eigene Nest zu beschmutzen? Wie sollen wir jetzt, wo du es geschafft hast, sämtliche Nachbarn zu vergrätzen, weiter hier leben? Elli nur machte einen Ungeschickten versucht, das Thema zu wechseln. Der Sergeant ist nicht hierher gekommen, um sich eine Auseinandersetzung anzuhören. Julian spie Gift und Galle. Warum, zum Teufel, kannst du nicht ausnahmsweise mal die Wahrheit sagen? Wer ist dieser Mann mit der verstellten Stimme? Worum geht's hier eigentlich? Bitte lasst die Kraft ausdrücke, sagte sie spitz. Sie sind ungezogen und unnötig. Klug ist sie nicht gerade, dachte Monroe, der sah, wie das Gesicht ihres Mannes rot anlief. Also, Mrs. Bartlett, hakte er ein, das ist doch eine berechtigte Frage. Wer ist dieser Mann? Sie wandte sich ihm dankbar zu, als ihr Mann zu explodieren drohte. Ich habe keine Ahnung, erklärte sie. Brough hat ihnen offensichtlich lauter Unsinn erzählt. Es stimmt, dass ich mit den Landfahrern gesprochen habe, weil ich sehen wollte, was da oben vorgeht. Auf Brough Weldens bitte hin übrigens. Aber ich verstehe nicht, wie sie auf den Gedanken kommt, ich würde jemanden von diesen Leuten kennen. Sie schauderte angewidert. Es klang überzeugend, aber, sagte sich Monroe, sie hatte seit seiner Ankunft gut 20 Minuten Zeit gehabt, sich Ausreden auszudenken. Mich interessiert der Mann, der mit dem elektronischen Verzerrungsgerät spricht. Wer hat ihnen gesagt, was sie sagen sollen? Wer hat ihren Text geschrieben? Niemand, beteuerte sie. Ich habe nur die Dinge wiederholt, die Elisabeth mir erzählt hatte. Sie schien sich von irgendwoher Kraft zu holen. Ich habe ihr geglaubt. Und das hätten sie auch getan, wenn sie sie gehört hätten. Sie ist überzeugt, dass ihr Vater ihre Mutter ermordet hat, und sie schilderte die grauenvollsten Dinge. Monroe beobachtete sie scharf, während sie sprach. Wer hat mit wem Kontakt aufgenommen? Sie sah ihn unsicher an. Sie meinen, ob ich Elisabeth angerufen habe? Ja. Nein. Leo hat mir geschrieben und mich gebeten, ihn in London zu treffen. Sie hob den Blick zu Julian, als wüsste sie, dass die Geschichte bei ihm auf Missbilligung stoßen würde. Der Brief kam aus heiterem Himmel. Ich hatte vorher noch nie mit ihm gesprochen. Er machte mich mit Elisabeth bekannt. Wir haben uns im Hyde Park getroffen. Juliens Augen blitzten zornig. Warum hast du mich nicht nach ihm gefragt? Ich hätte dir sagen können, was Leo Lockyer Fox Dankbarkeit wert ist. Er bildete mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis, den er ihr vor die Nase hielt. Null. Nichts. Er ist ein Versager. Und seine Schwester genauso. Das sind zwei Parasiten, die von den Almosen ihres Vaters leben. Sie säuft und er spielt. Und wenn James wirklich so dumm ist, ihnen das gut zu hinterlassen, werden sie es verhökern, noch ehe er unter der Erde ist. Monro, der mit den beiden Kindern von James und Elsa gesprochen hatte, fand die Beschreibung zutreffend. Sie scheinen die beiden besser zu kennen als ihre Frau, bemerkte er. Wie kommt das? Julian drehte den Kopf, um ihn anzusehen. Ich habe genug über sie gehört. James' Pächter kennen sie seit Jahren und sagen kein freundliches Wort über sie. Waren sie bei der Beerdigung? Julian nickte. Man konnte die Feindseligkeiten spüren. James und Mark Ankerton saßen auf der einen Seite, Leo und Elizabeth auf der anderen. Am Ende rannten die beiden raus, ohne sich von James zu verabschieden. Er warf einen anklagenden Blick auf seine Frau. Daraufhin ging natürlich der Klatsch unter den Frauen los. Monro spürte, wie es zwischen den beiden Ehepartnern zischte. Da kam zu viel schmutzige Wäsche auf einmal zum Vorschein. Jetzt war es Eleanor, die ihren Mann anstarrte. Ich nehme an, Paul Squires ist einer deiner Zechbrüder, sagte sie bissig. Wie geht es seiner Tochter, der blonden Amazone? Julian zuckte mit den Schultern. Woher soll ich das wissen? Gemma, Gemma Squires. Sie ist in deinem Jagdverein. Ich glaube, sie hat ein Pferd namens Monkey Business. Ihr Mann gab sich amüsiert. Meine Frau ist gegen die Fuchsjagd, erklärte er dem Sergeant. Sie findet sie grausam. Monro machte sich seine Gedanken über die blonde Amazone. Da bin ich mit Mrs. Bartlett einer Meinung, sagte er freundlich. Es ist ja wirklich ein ungleicher Kampf. Ein verängstigtes kleines Tier, das von Reitern bis zur Erschöpfung gehetzt und dann von Hunden in Stücke gerissen wird. Das ist weder mutig noch ehrenhaft. Und jeder, dem das Spaß macht, ist ein Sadist. Er lächelte. Das ist natürlich meine ganz persönliche Auffassung. Den offiziellen Standpunkt kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass der Steuerzahler entsetzt wäre, wenn er wüsste, was es kostet, Jäger und Jagdgegner voneinander fernzuhalten. Ach du meine Güte, Julian hob liebenswürdig kapitulierend beide Hände. Jeder nach seinem Geschmack, ja? Wir brauchen uns doch nicht zu streiten. Monro lächelte wieder. Das ist nicht sehr sportlich von Ihnen, Sir. Ich bin sicher, der Fuchs sagt jedes Mal, wenn die Hunde ihn aufspüren, genau das Gleiche. Leben und leben lassen, das ist alles, was er will. Aber er ist der Unterlegene. Genau wie Sie im Augenblick. Er sah Elinor an. Und wie Colonel Lockheyer Fox, das bei diesen Anrufen war. Wenn ich recht unterrichtet bin, haben Sie Mrs. Weldon gesagt, sie solle die Anrufe nachts machen, Mrs. Bartlett. Warum? Das sieht mir sehr nach überlegter Zermürbungstaktik aus. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Um diese Zeit war am ehesten damit zu rechnen, dass er da sein würde. Monro schüttelte den Kopf. Das ist keine Antwort. Mrs. Weldon sagte, dass die Anrufe alle aufgezeichnet wurden. Da spielte es also überhaupt keine Rolle, ob er da war oder nicht. Sie hat mir übrigens auch erzählt, dass er sich völlig zurückgezogen hat. Würden Sie mir das mal erklären? Ich verstehe nämlich nicht, wieso es bei einem Fuchs grausam ist, ihn bis zur Erschöpfung zu jagen, bei einem alten Mann von über achtzig aber nicht. Was wollten Sie erreichen? Wieder schweigen. Der ganze Abend war von Schweigepausen durchsetzt gewesen, dachte er, in denen boshafte Frauen überlegt hatten, wie sie sich am besten rechtfertigten. »James sollte mal am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man gequält wird,« murmelte sie, ohne ihn anzusehen. »Ach ja?« sagte er langsam. »Und das ausschließlich aufgrund der Aussage einer Frau, die Sie selbst als krank beschrieben haben?« Es war eine Feststellung, keine Frage. »Was glauben Sie wohl, wozu wir Gerichte haben, Mrs. Bartlett? Was glauben Sie wohl, warum Anklage und Verteidigung vom Richter und von den Geschworenen auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor ein Urteil ergeht? Haben Sie mal was von begründetem Zweifel gehört?« Sie sagte nichts. »Wessen Idee war es, Böswilligkeit für Gerechtigkeit auszugeben?« »Es war keine Böswilligkeit.« »Dann war es noch schlimmer,« entgegnete er Barsch. »Sie können mit Anklagen wegen Nötigung und Erpressung rechnen, wenn die Bandaufnahmen des Körnel beweisen, dass Sie Forderungen an ihn gestellt haben.« Wieder leckte sie sich nervös die Lippen. »Das habe ich nie getan. Ihn zu einem Geständnis zu drängen, ist Nötigung, Mrs. Bartlett. Selbst wenn er all der Dinge schuldig ist, die Sie ihm vorwerfen, begehen Sie eine strafbare Handlung, wenn Sie ihm telefonisch drohen. Wenn Sie Geld für Ihr Schweigen verlangt haben«, er sah sich demonstrativ im Zimmer um, »oder von einem Dritten Geld dafür angenommen haben, dass Sie ihm das Leben so unerträglich machten, dass er auf die Forderungen dieses Dritten eingehen würde, würde man ihnen eine ganze Anzahl von Vergehen zur Last legen. Das schwerste davon, Verabredung zum Betrug.« »Das habe ich nicht getan«, beteuerte sie und wandte sich ihrem Mann zu. Der schüttelte abrupt den Kopf. »Mich brauchst du nicht, um Hilfe zu bitten«, sagte er. »Die Suppe müsst ihr schon alleine auslöffeln, du und Prue. Ich halte es wie dick. Such dir einen anderen Dummen, der dir aus der Patsche hilft.« Elinors aufgestaute Wut brach alle Dämme. »Tja, das würde dir so passen. Freie Bahn für dich und das blonde Flittchen und mir die Schuld in die Schuhe schieben.« Sie schnappte zitternd nach Luft. Julian lachte kurz auf. »Du bist ja so berechenbar, Elinor. Bla, bla, bla.« Er bewegte seine Hand wie einen plappernden Mund. »Sag mir nur eines. Habt ihr beide euch irgendwann mal gefragt, ob ihr recht habt? Jeder Schwachsinnige könnte euch doch die wildesten Geschichten erzählen, und ihr würdet sie glauben, solange sie euch in euren gehässigen Vorurteilen bestätigen.« »Du hast doch gesagt.« James wäre ungeschoren davongekommen, schrie sie ihn an. »Einen gerissenen Burschen hast du ihn genannt, der den perfekten Mord begangen hat. Hätte Elza in die Kälte rausgesperrt.« »Mach dich nicht lächerlich«, sagte er. »Sie hätte zum Gesindehäuschen runtergehen können, wenn sie wirklich nicht wieder ins Haus hineingekommen wäre. Bob und Vera haben Schlüssel.« Er knifft die Augen zusammen. »Du solltest dir mal über dein Hirn Gedanken machen, Elli. Vera ist die einzige in diesem Dorf, die noch giftiger ist als du, und die ist völlig verkalkt.« Er musterte einen Moment lang ihr Gesicht, dann prustete er ungläubig. »Du hast dir doch deine Informationen hoffentlich nicht bei ihr geholt, du dumme Gans. Sie hat einen wahnsinnigen Hass auf James, seit er sie des Diebstahls beschuldigt hat. Natürlich war sie's, aber das hindert sie nicht daran, ihn zu verleumden. Wenn du auf dieses schwachsinnige Alte gehört hast, ist dir wirklich nicht mehr zu helfen.« Monroe beobachtete das geschminkte Gesicht der Frau und sah die Katastrophe nahen. Elinor Bartlett senkte den Blick zu ihren Händen hinunter. »Ich«. Sie brach ab. »Woher weißt du eigentlich so viel?«, fragte sie plötzlich. »Hast du das von deiner kleinen Schlampe?« Nancy hatte binnen zwei Stunden drei widersprüchliche Nachrichten erhalten. Eine von James, der ihr in niedergeschlagenem Ton mitteilte, dass er sich unglaublich gefreut habe, sie kennenzulernen, jedoch in Anbetracht der Umstände einen weiteren Besuch von ihr für unangebracht halte. Eine SMS von Mark, in der es hieß »James Lüge«. In einer zweiten war von einem Notfall die Rede. Jedes Mal, wenn sie versucht hatte, Mark auf seinem Handy zu erreichen, war sie auf seiner Voicemail gelandet und hatte dann keine Antwort erhalten. Sie war schließlich so besorgt gewesen, dass sie ihre Sachen unausgepackten Bowington liegen gelassen hatte und nach Schenster zurückgefahren war. Jetzt kam sie sich albern vor. Was für Umstände! Was für ein Notfall! Das Herrenhaus war dunkel und auf ihr Leuten blieb alles still. Der Mond, der immer wieder hinter Wolken verschwand, warf bisweilen einen unruhigen Lichtschein auf die Fassade des Hauses, aber nirgends rührte sich etwas. Sie schaute durch die Fenster der Bibliothek und suchte nach Licht unter der geschlossenen Tür zum Korridor, aber sie sahen nur ihr eigenes Spiegelbild in den Scheiben. Sie ging zu ihrem Wagen zurück. Seufzend nahm sie eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach. Sie würde das noch bereuen. Bestimmt saßen sie im Wohnzimmer und verhielten sich ruhig, weil sie den Eindruck erwecken wollten, sie wäre nicht da und würden mit peinlicher Höflichkeit lächeln, wenn sie sich am Fenster zeigte. Sie ging um das Haus herum nach hinten zur Terrasse. Die Terrassentür war von innen verriegelt. Sie rüttelte am Knauf, aber die Tür gab nicht nach. Sie beschattete die Augen mit der Hand, um besser ins Zimmer hineinsehen zu können. In gedämpftem rötlichen Schein des heruntergebrannten Feuers konnte sie erkennen, dass es leer war. Als sie zum Schluss pflichtschuldig einen Schritt zurück trat, um noch einen Blick zu den oberen Fenstern hinaufzuwerfen, bemerkte sie in einem Gefühl schaudernden Unbehagens, dass sie an der Stelle stand, an der Elsa den Tod gefunden hatte. So was Idiotisches, dachte sie ungeduldig. Erst lasse ich mich von diesem verdammten Mark Enkerton sinnlos durch die Gegend jagen, und dann bekomme ich wegen einer Frau, die ich nicht mal gekannt habe, das Gruseln. Aber sie spürte tatsächlich den Druck eines fremden Blicks in ihrem Nacken, konnte den Unbekannten sogar atmen hören. Mit einer schnellen Bewegung fuhr sie herum und durchschnitt mit dem Lichtstrahl der Taschenlampe in weitem Bogen die Dunkelheit. Der Ältere der beiden Polizisten trommelte an die Tür von Foxbus und zeigte sich nur mäßig überrascht, als niemand öffnete. Er prüfte den Türgriff, um zu sehen, ob abgesperrt war, dann sah er neugierig zu Wolfi hinüber. »Wissen Sie, wo er ist?«, fragte Barker. Bella schüttelte den Kopf. »Ich dachte, er schläft.« Barker richtete seine Aufmerksamkeit auf Wolfi. »Und du, mein Junge? Weißt du, wo dein Dad ist?«, der Kleine schüttelte den Kopf. »Sperrt er den Bus immer ab, wenn er weggeht?« Ein Nicken. »Und sagt er dir dann, wohin er geht?« Ein ängstliches Kopfschütteln. »Ja, was passiert denn dann mit dir? Sollst du erfrieren? Was machst du denn, wenn niemand wie Bella da ist?« Er war zornig, und man merkte es ihm an. »Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns mal mit ihrem mysteriösen Freund unterhalten. Wo ist er?« Bella spürte, wie sich neben ihr blitzschnell etwas bewegte. »Na toll«, rief sie ärgerlich, als sie Wolfi wie von Furien gehetzt in den Wald laufen sah. »Ganze Arbeit, Mr. Barker. Was sollen wir jetzt machen? In einem Punkt haben Sie nämlich recht, mein Lieber. Seinem Vater ist es scheißegal, ob er erfriert, und allen anderen auch.« Sie stach mit spitzen Fingern nach Barker. »Und wollen Sie wissen, warum?« »Ich denke, es gibt von ihm keine Geburtsurkunde. Folglich existiert der arme kleine Wicht gar nicht.« Nancys Nachricht kam durch, als Mark und James sich auf dem Rückweg nach Shanstad-Mainer befanden. Diesmal fackelte er nicht lange. Er wählte 999 und legte sein Handy in der dafür vorgesehenen Halterung ab. »Polizei«, sagte er kurz in das oben angebrachte Mikrofon. Kampf bis aufs Messer, dachte Monroe, während die beiden Bartlets übereinander herfielen. Er hatte nichts für Elinor übrig, aber Julian mit seinen höhnischen Bemerkungen war ihm auch nicht sympathischer. Zwischen den beiden hatten sich unzählige Aggressionen aufgestaut, und Monroe begann sich zu fragen, ob nicht für einige von Elinors Problemen ihr Ehemann verantwortlich war. So verbindlich in seiner Art der Mann auch wirkte, er war brutal und rücksichtslos. Das Handy in seiner Brusttasche begann zu summen. Er wurde gebeten, unverzüglich zum Gutshaus zu kommen, wo es einen Zwischenfall gegeben habe. »In Ordnung, ich bin in drei Minuten da«, er stand auf. »Ich muss später noch einmal mit Ihnen sprechen«, sagte er zu Elinor. »Und mit Ihnen auch, Mr. Bartlett«. Julian runzelte die Stirn. »Wieso mit mir? Ich bin für die Handlung meiner Frau nicht verantwortlich.« »Nein, aber für Ihre eigenen, Sir«, entgegnete Monroe, schon auf dem Weg zur Tür. Nancy war auf der Terrasse, als sie ein Auto kommen hörte, und drehte erleichtert den Kopf nach dem Geräusch. Ihr Sergeant hatte Recht, die Fantasie konnte einem schreckliche Streiche spielen. Die Büsche und Bäume auf dem Rasen warfen zu viele Schatten, und jeder glich einer geduckten Gestalt. Sie erinnerte sich an etwas, was James gesagt hatte. Man weiß erst, wenn man allein ist, wie mutig man wirklich ist. Jetzt wußte sie es. Stunden, wie ihr schien, hatte sie wie angewurzelt an derselben Stelle gestanden, mit dem Rücken zu den Fenstern und die Taschenlampe hin und her geschwenkt. Es war ein höchst irrationales Verhalten. Ausbildung und Erfahrung rieten ihr, sich im Schutz der Hausmauer zu ihrem Wagen zurückzuziehen. Aber sie schaffte es nicht. Die bewachsenen Mauern des Hauses waren so bedrohlich wie der Garten. Zwischen dem Wohnzimmer und der Bibliothek stand rund und wuchtig irgendein immergrüner, dorniger Strauch. Die Vernunft sagte ihr, dass niemand sich hinter ihm verbarg. Sie war auf dem Weg zur Terrassentür an ihm vorübergekommen und hätte es bemerkt, wenn dort jemand auf der Lauer gelegen hätte. Aber jedes Mal, wenn sie die Luft anhielt, hörte sie jemanden atmen. »Wer ist da?« rief sie einmal. Die einzige Antwort war Stille. Fox hob den Kopf und die Frau nahm die Bewegung wahr. Seine Sinne, die so viel feiner waren als ihre, fing die Reaktion auf. Blitzartiges, schreckhaftes Erkennen, als etwas, eine Schwingung in der Luft vielleicht, ihre Furcht steigerte. Wie damals ihre Großmutter, deren inständige Bitten, sie wieder ins Haus zu lassen, auf taube Ohren gestoßen waren, die aber nicht gewagt hatte, sich zu rühren, weil sie glaubte, der über ihr schwebende Hammer würde ihr den Tod bringen und nicht die schleichende Kälte der Nacht. Fox konnte die Angst riechen, wie ein Fox im Hühnerstall. Martin Barker bestätigte die Funkmeldung, während sein Kollege zwei Taschenlampen aus dem Kofferraum holte. Mit einem Fuß auf dem Trittbrett des Wagens sah er zu, wie die Leute, die Bella mobil gemacht hatte, um nach Wolfi zu suchen, in dicke Mäntel eingepackt aus den Bussen kam. »Ja, das habe ich. Ein eindringlich entschänstert Männer. Hm? Das ist anzunehmen. Der Hof ist ja nur einen knappen Kilometer entfernt. Ja, einer der Männer hier fehlt, würde ich auch sagen. Geht in Ordnung. Wir wollten sowieso dahin. Sein Sohn ist vor ungefähr fünf Minuten in der Richtung abgehauen. Ja, gut. Sagen Sie, Monroe, wir sind unterwegs. »Augenblick mal«, sagte er, als Bella ihm drängend die Hand auf den Arm legte. »Sagen Sie Ihren Leuten lieber, Sie sollen vorsichtig sein, Mr. Barker. Er hat ein Rasiermesser bei sich. Wolfi hat eine Heidenangst vor ihm. Seine Mutter und sein kleiner Bruder sind vor einiger Zeit spurlos verschwunden, und wir hier machen uns Sorgen, was mit ihnen passiert ist.« Barker sprach in sein Funkgerät. »Wie viel davon haben Sie mitbekommen?« »Ja, ein Rasiermesser. Wir sollten nach einer Frau und einem Kind suchen, die angeblich verschwunden sind. Namen?« fragte er Bella und hielt ihr das Gerät hin. »Beschreibung?« »Fähe und Welpi«, sagte sie. »Blond, blaue Augen, mager.« Barker drückte das Gerät wieder an sein Ohr. »Richtig.« »Sagen Sie, Monroe, wir kommen.« Er schaltete aus und legte das Funkgerät ins Auto. »Okay.« »Wir machen das folgendermaßen. Vergessen Sie Ihre Suchaktion. Sie gehen jetzt alle in Bellas Bus und schließen die Türen ab. Wenn Fox zurückkommt, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Versuchen Sie, auf keinen Fall ihn aufzuhalten, wenn er weg will.« Er kritzelte eine Nummer auf seinen Block und riss das Blatt ab. »Sie haben doch Ihr Handy noch, Bella.« »Gut. Unter dieser Nummer erreichen Sie mich am schnellsten.« »Was wird aus Wolfi?« »Je schneller wir Fox aufstöbern, desto schneller werden wir den Jungen finden.« Angespannt spähte Wolfi auf der Suche nach seinem Vater in die Finsternis, während er sich vorsichtig Foxbaum näherte. Sein Vater würde zum großen Haus hinschauen und Wolfi erst bemerken, wenn der seine Hand in die Seine schob. Er fand seinen Plan gut. Wenn er Fox bei der Hand hielt, würde der das Rasiermesser nicht herausziehen können, und er würde auch nicht böse sein können, wenn Wolfi keinen Lärm machte. Fox stand nicht an seinem Baum. Und neuerliche Angst beschlich das Kind. Wolfi hatte darauf vertraut, dass sein Vater ihn vor der Polizei in Schutz nehmen würde. Was sollte er jetzt tun? Wo konnte er sich verstecken? Er fror in der beißenden Kälte und wusste, dass er im Freien nicht bleiben konnte. Er dachte an Lucky Fox, an sein Gesicht voller Lachfältchen und sein Versprechen, dass er immer zu ihm kommen könne, dachte daran, wie groß das Haus war und wie leicht es wäre, sich darin zu verstecken. Kurz entschlossen rutschte er in den Grenzgraben hinunter und kroch auf der anderen Seite hinauf in den Park von Shanstad Manor. Dass das Haus dunkel war, kümmerte ihn nicht. Ohne Uhr hatte er keine Ahnung von der Zeit und glaubte, der alte Mann und seine Freunde lägen in ihren Betten und schliefen. Von seiner Angst vor der Polizei getrieben, machte er sich keine Gedanken darüber, was ihn vielleicht erwartete, sondern kroch auf allen Vieren vorwärts, stets im Schatten der Büsche und Bäume im Park und immer wieder wachsam nach hinten spähend. Ab und zu sah er in einem der Erdgeschossfenster ein Licht blinken. Er glaubte, es befände sich im Inneren des Hauses und beachtete es nicht weiter. Umso größer war sein Schreck, als er fünfzig Meter von der Terrasse entfernt im klarer werdenden Mondlicht erkannte, dass die Lichtquelle eine Taschenlampe in der Hand eines Menschen war. Er konnte die Umrisse einer schwarz gekleideten Gestalt vor der Terrassentür ausmachen und den blassen Schimmer eines Gesichts. Hastig duckte er sich hinter einem Baum. Er wusste, dass die Gestalt nicht Fox war. Wer ist da? Er erkannte Nancys Stimme und hörte die Furcht in ihr, aber er glaubte, sie spräche mit einer anderen Person und antwortete nicht. Wie sie hielt er den Atem an und wartete darauf, was geschehen würde. Die Stille dehnte sich ins Unendliche, bis Nervosität und Neugier ihn vorwärts trieben. Er musste wissen, ob sie noch da war. Auf dem Bauch robbte er um den Baum herum. Und da sah er seinen Vater. Fox stand einige Meter links von Nancy, den Kopf gesenkt, um zu verhindern, dass das Mondlicht auf sein Gesicht fiel. Die Silhouette des Kapuzenmantels vor der Mauer des Herrenhauses war unverwechselbar. Nichts bewegte sich außer der Taschenlampe, die Nancy unaufhörlich hin- und schwenkte. Wolfi, mit seinem unendlich feinen Gespür für die Angst, wusste sofort, dass sie Fox' Anwesenheit witterte, ihn aber nicht sehen konnte. Jedes Mal, wenn der Lichtstrahl in seine Richtung schweifte, beleuchtete er einen Busch vor dem Haus, ohne den Schatten dahinter zu zeigen. Wolfi fixierte seinen Vater mit angestrengtem Blick und versuchte zu erkennen, ob er das Rasiermesser in der Hand hielt. Wolfi stellte keine weiteren Überlegungen darüber an, warum sein Vater Nancy auflauerte. Ihm war klar, dass ihr Besuch bei den Landbesetzern damit zu tun hatte. Niemand blieb ungeschoren, wenn er sich in Fox' Revier wagte. Er hörte das Knirschen von Autoreifen auf Kies und ahnte Nancys Erleichterung, als diese die Taschenlampe senkte, sodass das Licht auf die Steinplatten zu ihren Füßen fiel. Das hätte sie nicht tun sollen, dachte er, wo es doch für Fox nur einen Fluchtweg gab. An ihr vorbei, weg vom Haus. Starr vor Angst richtete er seinen Blick wieder auf seinen Vater und sah, wie dieser die Hand aus der Tasche zog. Monroe hielt neben Nancys Discovery an und sprang noch bei laufendem Motor aus dem Wagen, um durch die Fenster des anderen Fahrzeugs zu schauen. Die Tür auf der Fahrerseite war nicht abgeschlossen, und er schwang sich auf den Sitz. Auf dem Boden vor dem Beifahrersitz lag eine Leinentasche, die er an sich nahm, und während er den Inhalt durchsah, tippte er mit dem Daumen eine Nummer in sein Handy ein. »Hier steht ein Wagen«, berichtete er. »Der Fahrer ist nirgends zu sehen, aber ich habe hier eine Brieftasche. Visa-Karte auf Nancy Smith. Die Wagenschlüssel stecken, aber der Motor ist meiner Meinung nach schon seit einiger Zeit aus. Es ist eisig kalt hier drin.« Er spähte durch die Windschutzscheibe. »Auf dieser Seite hier ist jedenfalls alles dunkel. Nein, der Colonel sitzt in dem Raum mit der Terrasse.« Er runzelte die Stirn. »Nicht da?« »Wer hat der Anwalt, dass die Frau in Gefahr ist? Wer ist sie überhaupt?« Bei der Antwort verschlug es ihm einen Moment die Sprache. »Die Enkelin vom Colonel? Mein Gott!« Er drehte den Kopf und blickte die Auffahrt hinauf zur Straße, als er ein Auto näherkommen hörte. »Colonel Lockerherr Fox, Mr. Ankerton«, sagte er. »Wir kennen und Sergeant Monroe.« Mark schaltete die Zündung aus und stieg aus dem Wagen. »Ja, ich erinnere mich. Haben Sie sie gefunden? Ist alles in Ordnung?« »Ich bin selbst gerade erst angekommen, Sir«, antwortete Monroe und half James aus dem Wagen. »Sie muss ganz in der Nähe sein. Sie hat ihre Tasche und die Schlüssel im Auto gelassen.« Als auch Barker seinen Motor ausschaltete, wurde es mit einem Schlag totenstill. Wolfis erste Reaktion war, sich mit beiden Händen die Augen zuzuhalten. Was er nicht sah, ging ihm nichts an. Das alles war nicht seine Schuld. Erinnerungssplitter aus der Tiefe seines Unterbewusstseins, die er nicht festhalten konnte, schienen ihm sagen zu wollen, dass er wusste, was seiner Mutter und seinem kleinen Bruder zugestoßen war. Nancy überlegte, ob sie rufen sollte. Der Wagen hatte angehalten, aber sie konnte immer noch das Brummen seines Motors hören. Es mussten James und Mark sein. Aber warum waren sie nicht ins Haus gegangen und hatten Licht gemacht? Fox verfluchte sie im Stillen, weil sie völlig reglos blieb. Er konnte ihre Anwesenheit zwar spüren, aber sehen konnte er sie so wenig wie sie ihn. Und wenn er sich als erster bewegte, dann war sie im Vorteil. Alle drei hörten sie die anderen Autos kommen. Sie fuhren schnell, und vor dem Haus spritzte knirschend der Kies auf, als sie abbremsten. Er wusste, dass sein Vater nun nicht länger warten würde. Verfurchtschluchzend sprang Wolfie auf und stürzte zur Terrasse, wobei sich sein ganzer innerer Aufruhr und die Angst um seine verlorene Mutter in einem gellenden Nein-Bahn brachen. Später, als sie Zeit hatte, darüber nachzudenken, fragte sich Nancy, wie viele Adrenalinstöße ein Mensch aushalten konnte, bevor er umkippte. Sie hatte das Gefühl gehabt, mit dem Zeug Folgepunkt zu sein. Als das Kind jedoch zu schreien begann, wurde sie schlagartig ruhiger. Sie wusste jetzt, wo er war, weil er sich zu einem unterdrückten Fluch hatte hinreißen lassen, als das jammervolle Nein ihn erreichte. Mehr als ein Fahrzeug, das ließ auf Polizei schließen. Irgendjemand hatte sie alarmiert. Der Schrei war aus dem Mund eines Kindes gekommen. Nur ein Kind hatte Angst gehabt. Der Sohn des Irren. Dies war der Irre. Fox. Er hatte ein Rasiermesser bei sich. Sein einziger Weg in die Sicherheit, führte zum Park und zum jenseits liegenden Tal. Ohne Fahrzeug würde er zwischen Schenstatt und dem Meer festsitzen. Er brauchte eine Garantie auf freien Abzug. Die einzige Garantie war eine Geisel. Als er in Richtung des kindlichen Schreis zu laufen begann, rannte sie los, um ihm den Weg abzuschneiden. Sie hatte eine geringere Distanz zurückzulegen und schnappte ihn, beinahe, als wär es vorbestimmt gewesen, bei Ilzas letzter Ruhestätte vor der Sonnenuhr. Seine linke Seite war ihr zugekehrt, und ihr Blick flog auf der Suche nach blitzendem Stahl zu seiner Hand. Die Hand war leer. Sie setzte darauf, dass er Rechtshänder war, und knallte ihm mit einem Rückhandschwung die Taschenlampe gegen den Hals, bevor sie, als er auf sie losgehen wollte, ihre linke mit lähmender Wucht auf seinen rechten Unterarm hinuntersausen ließ. Etwas Metallisches fiel klappernd auf die Steinplatten. »Miststück«, fauchte er. Sie knipste die Taschenlampe an und blendete ihn. »Ich bring sie um, wenn Sie dem Jungen auch nur ein Haar krömmen Sie, Scheißkerl«, fauchte sie zurück, während sie gleichzeitig mit dem Fuß nach dem Rasiermesser tastete und es hinter den Sockel der Sonnenuhr fegte. Sie hob die Stimme. »Komm nicht näher und sei ganz leise«, rief sie dem Kind zu. »Ich will nicht, dass dir was passiert. Ich gebe deinem Dad eine Chance zu verschwinden, wenn du bleibst, wo du bist.« Aus der Dunkelheit in der Nähe erschallte Wolfis zu Tode geängstigte Stimme. »Er hat einen Hammer in der Tasche. Er hat meine Mom damit geschlagen.« Die Warnung kam zu spät. Nancy sah nur die blitzschnelle Bewegung als der Hammer, der schon in seiner Hand lag, hinter seinem Rücken hervorschnellend in einem Aufwärtsschwung die Luft durchschnitt, um ihr Kind zu treffen. Das angstvoll gellende Nein brach so schnell ab, dass die Männer vor dem Haus keine Zeit hatten, auszumachen, woher es kam. »Wohin?« fragte Monroe. »Auf der Terrasse«, sagte James. »Da ist sein Schlachtfeld.« Nancy konnte sich nur noch abwenden und den rechten Arm in die Höhe werfen, um den Schlag abzufangen. Er traf sie mit voller Kraft unterhalb des Ellbogens und ein rasender Schmerz schoss ihr bis unter die Schädeldecke. Nach rückwärts torkelnd stolperte sie über den Sockel der Sonnenuhr und verlor das Gleichgewicht. Die Taschenlampe fiel ihr aus der gefühllosen Hand, schlug scheppernd auf die Steinplatten und rollte davon. Als Nancy sich wegwälzte, um einem weiteren Hammerschlag zu entrinnen, fiel ihr Blick auf das weißblonde Haar des Kindes, das sich leuchtend hell vom schwarzen Hintergrund des Parks abhob. Ach, Mist, warum musste das Licht der Taschenlampe ausgerechnet in diese Richtung weisen? Sie robbte hinter die Sonnenuhr und richtete sich in hockender Haltung auf. Lenk ihn ab, rede mit ihm. »Wissen Sie, wer ich bin?« fragte sie, als Fox wie sie in die Hocke ging und den Hammer in seine rechte Hand verlagerte. »Lissis kleiner Bankert!« Mit der linken Hand tastete sie rund um den Sockel nach dem Rasiermesser. »Falsch, Fox! Ich bin ihr schlimmster Albtraum, eine Frau, die sich wehrt!« Ihre suchenden Finger berührten den Beinen in den Griff und sie umschloss ihn mit der Hand. »Mal sehen, wie Sie sich gegen einen Soldaten halten!« Er zog den Hammer zu einem gewaltigen Schlag durch die Luft, aber die Reaktion war voraussehbar gewesen und Nancy war vorbereitet. Sie riß das Messer hoch und stach nach seinem Unterarm, während sie sich gleichzeitig nach rechts warf, um sicherzustellen, dass die Sonnenuhr zwischen ihnen blieb. »Das war für meine Großmutter!« Er antwortete mit einem schmerzerfüllten Aufstöhn. Im Widerschein des Lampenlichts sah sie, dass sein Gesicht von Schweiß glänzte. »Sowas sind Sie nicht gewöhnt, hm? Suchen Sie sich darum immer Kinder und alte Frauen aus?« Wieder schlug er wüten mit dem Hammer nach ihr, und diesmal schlitzte sie mit dem Messer sein Handgelenk. »Das war für Wulfis Mutter!« »Was haben Sie ihr getan? Warum hat er solche Angst?« Er ließ den Hammer fallen und umfasste sein Handgelenk. Sie gewahrte flackernde Unschlüssigkeit in seinen Augen. Dann drehte er durch und stürzte sich auf sie wie ein bis aufs Blut gereizter Stier. Sie reagierte instinktiv, warf das Rasiermesser weg und rollte sich ganz klein zusammen, um ihm möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Es war kurz und gewaltsam, eine Orgie von Tritten. Nancy duckte sich und zuckte zusammen, während Fox Stiefel bei jedem Tritt ihr Ziel trafen. Er sprach in keuchenden Stößen. »Frag das nächste Mal, wer ich bin. Glaubst du, deine Großmutter hat mich interessiert? Das Mistweib war mir was schuldig!« Sie hätte aufgegeben, wenn nicht in diesem Moment die Scheinwerfer des Discovery die Finsternis durchschnitten und Fox in die Flucht geschlagen hätten. Sie lag rücklinks auf dem Boden, den Blick zum faserigen Mondlicht erhoben und dachte, ihr wären sämtliche Knochen gebrochen. Kleine Finger betasteten ihr Gesicht. »Bist du tot?« fragte Wulfi, der neben ihr kniete. »Keine Spur!« Sie konnte ihn im Licht der Autoscheinwerfer klar erkennen und lächelte. »Du bist ein mutiger Junge, Wulfi. Wie läuft's denn so, Freund?« Sie hörten das Knallen einer Autotür und eilende Schritte. Dann stand Mark über ihn. »Ach, Scheiße! Ist Ihnen was passiert?« »Nein, nein, ich wollte mich nur mal kurz hinlegen.« Nancy spannte ihre linke Hand und legte sie vorsichtig um Wulfis Taille. »Das ist die Kavallerie,« erklärte sie ihm. »Die kommt immer als Letzte.« »Nein«, sagte sie mit Entschiedenheit, als Mark sich hinunterbeugte, um ihr den kleinen Jungen abzunehmen. »Lassen Sie uns einen Moment allein.« Sie lauschte polternden Schritten auf der Terrasse. »Es ist mir ernst, Mark. Stören Sie uns jetzt nicht und lassen Sie niemanden zu uns, bis ich soweit bin. Aber Sie bluten! Das ist nicht mein Blut. Ich bin nur ein bisschen außer Atem.« Sie blickte ihm ins besorgte Gesicht. »Ich muss mit Wulfi allein sprechen.« »Bitte«, sagte sie. »Ich bin gegangen, als Sie mich darum gebeten haben. Können Sie nicht das Gleiche für mich tun?« Er nickte sofort und trat den heraneilenden Polizisten mit wedelnden Armen entgegen, um sie aufzuhalten. Im Haus wurde es hell, als James von Raum zu Raum ging. Nancy zog Wulfi näher. Sie fühlte seine Knochen durch die dünnen Kleidungsstücke. »Soll ich dir mal sagen, wie wir das beim Militär machen?«, sagte sie. »Da passt jeder auf den anderen auf. Wir nennen das dem anderen den Rückendecken. Kennst du den Ausdruck?« Wulfi nickte. »Okay. Wenn dir nun jemand so gute Rückendeckung gibt, dass er dir damit das Leben rettet, dann bist du ihm was schuldig und musst dasselbe für ihn tun. Aber vielleicht kann ich meine Schuld an dich zurückzahlen, indem ich dafür sorge, dass die Polizei unter diesen Umständen nichts unternimmt. Wie wäre das? Zählt das als Lebensrettung?« Der Junge dachte darüber nach. »Ich glaube schon. Aber wie willst du das machen?« »Zuerst bewege ich mich mal ein bisschen, damit ich merke, ob alles noch funktioniert.« Ihre Beine schienen in Ordnung zu sein, aber ihr rechter Arm war vom Ellbogen abwärts taub. »Dann nimmst du diese Hand und hältst sie so lange fest, bis du keine Angst mehr hast, sie loszulassen. Was meinst du dazu?« Mit kindlicher Logik sagte er. »Und was passiert, wenn ich gar nie loslasse?« »Dann müssen wir heiraten«, antwortete sie mit einem kleinen Lachen und zuckte vor Schmerz zusammen. Der Scheißkerl hatte ihr eine Rippe gebrochen. Fox Spur verlor sich am Ende der Terrasse. Barker und Wyatt suchten im Gras nach Fußabdrücken, aber selbst nachdem James die Außenlampen eingeschaltet hatte, von denen nur einige funktionierten, war nichts zu entdecken, was einen Hinweis darauf gegeben hätte, in welche Richtung er sich davon gemacht hatte. Auf den Steinplatten waren hier und dort Blutspuren, aber wenn sie sich im Gras fortsetzten, so waren sie in der Dunkelheit nicht auszumachen. Da die Männer eine eventuelle Spur nicht durch eigene Fußabdrücke verwischen wollten, gaben sie die Suche auf und kehrten zur Terrassentür zurück. Im Wohnzimmer waren Monroe und Mark Ankerton mitten in einer hitzigen Diskussion. »Nein, tut mir leid, Sergeant. Captain Smith hat klipp und klar gesagt, dass sie nicht ins Krankenhaus will und vorläufig nicht bereit ist, Fragen über den Zwischenfall draußen auf der Terrasse zu beantworten. Ich als Ihr Anwalt muss darauf bestehen, dass Ihre Wünsche respektiert werden.« »Herr Himmel, Herrgott noch mal!«, protestierte Monroe. »Sie ist im ganzen Gesicht voll Blut und ihr Arm ist offensichtlich gebrochen.« Mark ging auf diese Vorhaltung nicht ein. Barker trat von der Terrasse ins Zimmer. »Was gibt's denn?«, fragte er gereizt. Monroe antwortete mit einem zornigen Seufzer. »Die junge Frau und der Kleine sind mit dem Colonel verschwunden, und Mr. Ankerton will mich weder zu Ihnen lassen, noch will er mir gestatten, einen Krankenwagen zu rufen.« »Das hat sicher mit dem kleinen Jungen zu tun,« sagte Barker, als er zum Telefon auf dem Sekretär griff. Er nickte Mark Ankerton zu. »Kann ich mal telefonieren?« »Es ist ausgesteckt.« »Ich stecke es gern wieder ein, wenn Mr. Monroe verspricht, sich von meinem Mandanten fernzuhalten.« »Na los«, befahl er Monroe. »Sonst können Sie sich die Schuld geben, wenn dieser Mistkerl sich in irgendeinem Haus verschanzt und Geiseln nimmt.« Er warf ihm sein Handy zu. »Wenn das läutet, dann gehen Sie ran. Ich erwarte einen Anruf von einer Frau namens Bella Preston.« »Und was Sie angeht, Sir«, warnte er sich an Mark, der auf allen Vieren auf dem Boden lag, um das Telefonkabel wieder einzustecken. »So würde ich vorschlagen, Sie sperren den Colonel und Ihre Mandanten in einem Gästezimmer ein, bis ich Ihnen Entwarnung gebe. Ich traue es dem Kerl zu, dass er zurückkommt.« Mit Rücksicht auf die Dunkelheit beschloss man, die Suche nach Fox aufzugeben, bis es wieder hell wurde. Sicherheitshalber wurden Straßensperren errichtet, wobei man den Bewohnern des Dorfs sowie der drei abseits liegenden Höfe die Entscheidung darüber überließ, ob sie in ihren Häusern bleiben oder unter Polizeischutz vorübergehend anderswo Unterkunft suchen wollten. Prue Weldon drehte völlig durch. Sie weigerte sich, das Haus zu verlassen, wollte aber andererseits auf keinen Fall allein bleiben. Wie eine Klette hängte sie sich an Martin Barker und flehte ihn an, er möge ihren Mann dazu bringen, wieder nach Hause zu kommen. Das gelang ihm, indem er Dick Weldon nachdrücklich klarmachte, dass die Polizei nicht über die Leute verfüge, leerstehende Gebäude zu bewachen. Die Bartlets waren sich überraschenderweise einig, in ihrem Beschluss zu bleiben. Beide fanden, es gebe zu viele Wertgegenstände im Haus, um es unbewacht zurückzulassen. Vera Dawson ließ sich bereitwillig ins Herrenhaus hinaufbringen, um dort mit dem Colonel und Mr. Enkleton auf ihren Mann zu warten. Bob sei beim Fischen, berichtete sie den beiden jungen Polizeibeamten. Sie versicherten ihr, dass er auf dem Rückweg an einer der Straßensperren angehalten und zu ihr ins Herrenhaus gebracht werden würde. Was man mit den Landfahrern machen sollte, war eine schwierige Frage. Um Foxbus herum wimmelte es von Polizei und die Leute auf dem Platz zeigten sich nicht geneigt, untätig herumzustehen, während das Fahrzeug durchsucht wurde. Die Schäferhunde bellten pausenlos und immer wieder rückten neugierige Kinder ihren Eltern aus. Hinzu kamen, beharrliche Forderungen aufbrechen zu dürfen, da ja Bella die einzige sei, die etwas über Fox wisse. Ohne sich davon beeindrucken zu lassen, beschloss die Polizei, die Leute im Konvoi zu einem Platz bei Dorchester zu lotsen, um sie dort am nächsten Tag vernehmen zu können. Doch dieser Plan scheiterte, als einer aus der Gruppe einfach losfuhr, ohne sich an die Anweisungen zu halten. Er blieb mit seinem Bus prompt im aufgeweichten Waldboden stecken und versperrte allen anderen den Weg. Wütend schickte Barker ihn und seine Familie in Bellas Bus zurück, während er über eine alternative Strategie nachdachte, um neun Erwachsene und vierzehn Kinder in Sicherheit zu bringen. Bella, ganz in violetter Pracht, schob ihre drei Töchter durch die Tür ins Haus und bot James die Hand. »Mr. Barker hat mir erzählt, dass Wolfie bei Ihnen ist«, sie quetschte James' Finger zusammen wie Wiener Würstchen. »Wie geht's ihm denn?« Überwältigt tätschelte James ihre Hand. »Es geht ihm gut, junge Frau. Im Augenblick weicht er meiner Enkele nicht von der Seite. Sie sind oben in einem der Gästezimmer.« Martin Barker, der hinter ihr hereinkam, unterdrückte ein Lächeln. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, Sir«, sagte er zu James. »Ich lasse Sean Wyatt hier, damit er sich um die Leute kümmert.« Wolfie kniff Nancy in heller Panik in den Arm, als Vera Dorsons Gesicht am Türspalt erschien. »Sie ist wieder da, sie ist wieder da«, flüsterte er ihr ins Ohr. Nancy saß mit Wolfie auf dem Schoß in einem Sessel in Marks Zimmer und jedes Mal, wenn der kleine Junge sich bewegte, bewegte die gebrochene Rippe sich mit ihm, und ihr rechter Arm reagierte mit starkem Zittern. Nancy vermutete, dass Vera Dorsons Murren und Maulen ihm Angst machte, denn er kannte die Frau ja gar nicht. Sie zog ihn fester an sich heran und musterte die Alte mit gerunzelter Stirn. Was war los mit dieser albernen Person? Nancy hatte sie mehrmals gebeten, nach unten zu gehen, aber sie schien wie gebannt von ihr und dem Jungen und starrte sie beide an, als wären sie dem Monstrositätenkabinett entsprungen. Langsam begann sie, Nancy so unsympathisch zu werden, wie sie dem Kind von Anfang an gewesen war. »Machen Sie die Tür zu und gehen Sie weg, Mrs. Dawson. Wenn Sie sich weigern, rufe ich Mr. Ankerton an und sage ihm, dass Sie uns belästigen.« Die Alte kam ins Zimmer. »Hier gibt's kein Telefon, Miss.« »Lass mal einen Moment los«, sagte Nancy zu Wolfie. »Ich muss an mein Handy.« Flach atmend, unter dem Druck von Wolfis Körper, griff sie in ihre Jackentasche. »Okay, komm wieder ran. Weißt du, wie diese Dinger funktionieren? Gut. Die PIN-Nummer ist 5378. So, jetzt lass die Nummern durchlaufen, bis du zu der von Mark Ankerton kommst. Dann drückst du auf die grüne Taste und hältst mir das Handy an den Mund.« Sie schwang einen Fuß in die Höhe, als Vera näher kam. »Ich habe gesagt, Sie sollen verschwinden, Mrs. Dawson. Sie machen dem Kind Angst. Bitte kommen Sie nicht näher.« »Sie schlagen doch keine alte Frau. Nur Bob schlägt alte Frauen.« »Es läutet«, sagte Wolfie und drückte Nancy das Handy an den Mund. Sie hörte, wie es zur Voicemail durchschaltete. »Ach, verdammt«, ging denn dieser Mensch nie an sein Telefon. »Na ja.« »Mark«, sagte sie in herrischem Ton. »Los, schwingen Sie Ihren Arsch hier drauf, Kumpel. Mrs. Dawson macht Wolfie Angst, und sie hört nicht auf mich, wenn ich ihr sage, sie soll verschwinden.« Sie sah die Alte grimmig an. »Ja, mit Gewalt, wenn nötig. Ich sage es ihr jetzt. Ja.« Sie schaltete aus. »Colonel Lockyer Fox möchte Sie auf der Stelle unten im Wohnzimmer sehen, Mrs. Dawson. Mr. Ankerton sagte, er ist sehr verärgert, dass Sie noch nicht da sind.« Die Alte kicherte. »Ach, der Körnel ist doch immer verärgert. Der hat so ein Jähzorn, genau wie mein Bob. Mögen Sie Mr. Ankerton, Miss?« Nancy senkte ihr Bein, antwortete aber nicht. »Sollten Sie nicht. Er hat das Geld von Ihrer Mutter gestohlen, und das von Ihrem Onkel auch, und alles nur, weil Ihre Großmutter ganz vernarrt in Ihnen war. Sie hätten sehen sollen, wie sie um ihn rumgeschwänzelt ist, jedes Mal, wenn er gekommen ist.« Das kam so fließend über Ihre Lippen, dass Nancy sich fragte, wie es um Ihren Geisteszustand wirklich bestellt war. »Das ist doch nichts als Unsinn, Mrs. Dawson. Mrs. Lockyer Fox hat Ihr Testament schon Monate vor Ihrem Tod geändert, und der Haupterbe war Ihr Mann. Es hat alles in der Zeitung gestanden.« Widerspruch schien die Alte durcheinander zu bringen. Einen Augenblick schien sie völlig konfus, als wäre etwas, worauf sie sich verlassen hatte, ihr entrissen worden. »Ich weiß, was ich weiß.« »Dann wissen Sie nicht sehr viel. So, und jetzt gehen Sie bitte.« »Sie haben mir gar nichts zu sagen. Sie sind genau wie der Körnel und die gnädige Frau. Tun Sie dies, tun Sie das? Mein Leben lang hab ich geschuftet wie eine Sklavin.« Sie stampfte mit dem Fuß. »Aber nicht mehr lang, wenn's nach meinem Jungen geht. Nicht mehr lang. Sind Sie deshalb hergekommen, weil Sie Ihrer Mutter und Ihrem Onkel Leo das Haus wegnehmen wollen?« Nancy hätte gern gewusst, wer ihr Junge war und woher sie wußte, wer sie Nancy war. »Sie verwechseln mich mit jemandem, Mrs. Dawson. Meine Mutter lebt in Herefordshire, und ich habe keinen Onkel.« Die Alte wackelte mit gichtigen Finger. »Ich weiß genau, wer Sie sind. Ich war hier, wie Sie auf die Welt gekommen sind. Sie sind Lissys kleiner Bankert.« So hatte Foxy genannt. Nancy spürte, wie sich ihr im Nacken die Haare sträubten. »Wir gehen jetzt nach unten«, sagte sie abrupt zu Wolfie. »Komm, hüpf runter und hilf mir aus dem Sessel, okay?« Er rutschte auf ihrem Schoß nach vorn, als wollte er tun, was sie gesagt hatte, drängte sich aber sofort wieder ängstlich an sie, als Vera eilig zur Tür schlurfte und diese zuschlug. »Sie können ihn nicht mitnehmen. Er gehört Ihnen nicht«, zischte sie. »Los, seien Sie vernünftig, und geben Sie ihn seiner Oma. Sein Daddy wartet auf ihn.« Wolfie umschlang Nancys Hals mit beiden Armen, als wollte er sie erdrosseln. Sie schwang wieder ihr Bein in die Höhe. »Fordern Sie mich nicht heraus, Mrs. Dawson. Ich trete zu, dass Ihnen hören und sehen vergeht, wenn Sie uns nicht vom Leib bleiben. Haben Sie Ihre fünf Sinne noch so weit beisammen, dass Sie das verstehen, Sie gemeine alte Hexe?« »Sie sind genau wie die gnädige Frau. Bilden sich ein, Sie können mit einer armen alten Frau reden, wie Sie wollen.« Nancy setzte ihre ganze Kraft ein, um sich in ihrem Sessel vorwärts zu schieben. Veras Mund begann hektisch zu malen. »Sie ist nicht meine Großmutter«, flüsterte Wolfie verzweifelt. »Ich habe sie noch nie nicht gesehen. Ich habe nur Angst vor Leuten, die wo gemein sind, und sie ist gemein, weil nämlich ihre Lachfalten alle verkehrt rum sind.« Nancy musterte das Gesicht der Alten. Wolfie hatte recht, dachte sie überrascht. Alle Linien verliefen abwärts. Es sah aus, als hätten Groll und Gehässigkeit Kerben in die Haut gegraben. »Ist ja gut«, beruhigte sie den Jungen. »Ich lasse sie nicht an dich heran.« Sie hob die Stimme. »Sie sind ja völlig verwirrt, Mrs. Dawson. Der Junge ist nicht ihr Enkel.« Die Alte leckte sich schmatzend die Lippen. »Ich weiß, was was ist.« »Dann sagen Sie mir doch den Namen Ihres Enkels. Sagen Sie mir den Namen Ihres Sohnes.« Sie war überfordert. Erbost drohte sie Nancy mit dem Finger. »Und was hat eure heißgeliebte Lissi getan? Eine Hure war sie und eine Diebin dazu. Aber alles wurde vergeben und vergessen, weil sie eine lockere Fox war. Und was war mit Veras Baby? Ist dem vielleicht vergeben worden? Keine Spur?« Sie ballte die Hände zu Fäusten und schlug sie in ohnmächtiger Wut gegeneinander. »Was ist mit Vera? Ist ihr vergeben worden? Oh nein! Bob musste es ja erfahren, dass Vera die Diebin war.« Nancy hatte keine Ahnung, wovon die Alte redete, aber sie erkannte, dass es überhaupt keinen Sinn hatte, ihr zuzustimmen. »Sie sind wirklich nicht mehr ganz dicht,« sagte sie in verächtlichem Ton. »Beshalb sollte man einer Diebin verzeihen? Sie gehören ins Gefängnis, genau wie ihr mörderischer Sohn, immer vorausgesetzt. Fox ist überhaupt ihr Sohn.« »Er hat sie nicht ermordet,« zischte die Alte. »Er hat sie nicht angerührt, war auch gar nicht nötig. Sie hat sich das mit ihrer bösen Zunge alles selbst eingebrockt, mir vorzuwerfen. Ich hätte ihre Tochter ruiniert. Da hat schon er ihre Tochter meinen Jungen ruiniert. Das ist näher an der Wahrheit. Mit ihm ins Bett gehen und ihm vormachen, dass sie ihn mag.« Nancy schluckte. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen,« sagte sie kurz und wappnete sich, um wieder ein Stück weiter nach vorn zu rutschen. »Oh doch, das wissen Sie ganz genau.« Durchtriebenheit glomm in den alten Augen. »Es macht Ihnen Angst, stimmt's? Der Gnädigen ist's auch so ergangen. Nach Lissis kleinem Bankert kann man ja ruhig mal suchen, nur blöd, wenn man dann draufkommt, dass er von Fox ist. Unmöglich!« »Sie wollte es dem Körnel sagen.« »Aber mein Junge hat sie nicht gelassen.« »Geh du rein,« hat er gesagt, »und überlass das mir.« Sie klopfte auf ihre Tasche und brachte damit irgendwelche Schlüssel zum Klirren. »Das war's, warum ihr das Herz stehen geblieben ist. Ich hab sie am Gesicht angesehen. Sie hätte nie geglaubt, dass Vera sie aussperren würde. Oh nein, wo sie doch so viel für Vera getan hatte.« »Was haben Sie dafür bekommen?«, fragte sie die Alte. »Geld?« »Haben Sie Mrs. Locker, Herr Fox, erpresst?« Vera lachte gackert. »Warum nicht? Die konnte sich's doch leisten, so ein kleiner Betrag, und keiner hätte erfahren, wer ihr Daddy ist. Aber sie hat gesagt, sie würde lieber sterben. Schön, dumm.« Ihr Geist schien plötzlich zu wandern. »Mein Junge wird leicht wütend, wenn jemand ihn ärgert. Aber Vera nicht. Vera tut immer brav, was man ihr sagt. Tun Sie dies, tun Sie das. Stimmt doch, oder?« Nancy wollte glauben, dass Vera Dawson so konfus sei, dass sie nichts als Unsinn redete. Aber sie hatte die schreckliche Befürchtung, dass die Bemerkungen, die sich auf sie bezogen, zutreffend waren. Hatte sie nicht eben das ihr Leben lang befürchtet? Hatte sie nicht aus diesem Grund nie etwas von ihrem Erbe wissen wollen? »Raubtier, hat sie meinen Jungen geschimpft,« fuhr die Alte mit heftig zuckenden Lippen fort. »Da hat er ihr gezeigt, was mit richtigen Raubtieren passiert. Das hat ihr gar nicht gefallen, wie da einer von ihren Füchsen mit zermanschtem Gehirn vor ihr gelegen hat. Das wäre grausam, hat sie gesagt.« Nancy kniff vor Schmerz die Augen zu, als sie in ihrem Sessel vorwärts kroch. Sie mußte sie zum Reden animieren. »Es war auch grausam,« sagte sie in einem Ton, der keine Widerrede duldete. »Und noch grausamer war es, Henry umzubringen. Was hat der arme alte Hund ihrem Sohn, diesem gemeinen Menschen, je getan?« »Das war nicht, mein Junge. Das war der andere.« Nancy hielt einen Moment den Atem an vor Schmerz. »Welcher andere?« »Gewöhnlich wie Dreck, hinter jeder Schürze her. Ich habe es selbst gesehen. Ich sehe alles. Geh du eine Weile aus dem Haus,« hat mein Junge gesagt, »und lass mich das erledigen. Aber ich habe ihn gesehen. Und das ordinäre kleine Stück auch, das er dabei gehabt hat.« »Hören Sie auf, anderen Leuten die Schuld zu geben,« sagte Nancy scharf. »Suchen sie die Schuld lieber bei sich und ihrem Sohn.« »Er ist ein guter Junge.« »Na klar«, sagte sie mit höhnischer Verachtung, »er bringt Menschen um.« Neuerliches Schmatzen. Er wollte es nicht, jammerte Vera. »Die gnädige Frau war selber schuld. Da spendet sie einen Haufen Geld für die Füchse, aber ihm hilft sie nicht. Ist das vielleicht nicht grausam? Und es hat ihr nicht gereicht, ihn aus seinem Haus zu jagen. Ins Gefängnis wollte sie ihn auch noch bringen.« Wieder schlug sie die Fäuste aneinander. »Sie war selber schuld.« »Nein, war sie nicht«, widersprach Nancy zornig. »Sie waren schuld.« Vera duckte sich an die Wand. »Ich war's nicht. Es war die Kälte.« Ihre Stimme senkte sich zu leisem Summen. »Vera hat sie gesehen, schneeweiß und erfroren mit fast nichts an. Und der Mund offen. Sie hätte sich so geschämt. Hat nie jemand was von Lissi und meinem Jungen gesagt. Hat's dem Körnel nie gesagt. Der wäre Fuchsteufelswild geworden.« »Dann wird er Hackfleisch aus ihnen machen, wenn ich ihm sage, dass sie und ihr Sohn seine Frau ermordet haben«, zischte Nancy mit zusammengebissenen Zähnen. »Okay, Mark. Hier ist mein Angebot. Lissi und ich helfen Dad aus der Patsche, wenn er sich bereit erklärt, das frühere Testament wieder in Kraft zu setzen.« »Nichts zu machen«, unterbrach Mark Leo und trat mit dem Handy am Ohr in den Korridor hinaus. »Wollen Sie nun unsere Kooperation oder nicht?« Mark starrte die Korridorwand an. »Eine Forderung nach Wiedereinsetzung des Alten Testaments betrachte ich nicht als kooperatives Angebot, Leo. Und Ihr Vater wird das auch nicht tun. Ihre Nichte, Elisabeths Tochter, ist seit heute Morgen um zehn Uhr hier im Haus. Ihr Vater würde ihr gleich morgen alles vermachen, wenn sie bereit wäre, es anzunehmen. Aber das ist sie nicht. Sie ist hier, weil Ihr Vater ihr in einem Augenblick tiefster Niedergeschlagenheit geschrieben hat und seinen Brief sie berührt hat. Sie erwartet nichts von ihm und will nichts von ihm. Sie kam ohne jeden Hintergedanken aus rein menschlicher Anteilnahme hierher. Und Ihr Vater ist hingerissen von ihr.« »Und er zeigt's ihr wahrscheinlich«, versetzte Leo mit einer Spur Bitterkeit. »Was meinen Sie wohl, wie Sie sich verhalten würde, wenn er Sie wie eine Kriminelle behandelte? Bestimmt nicht so edel, da wette ich. Mein Vater kennt das Wort Verzeihung nicht. Er hat sich ein Bild von mir gemacht, als ich noch zur Schule ging, und weigert sich seither, es zu ändern.« »Sie könnten versuchen, ihn positiv zu überraschen«, meinte Mark. »Wie die proppere Enkelin, meinen Sie? Sind Sie sicher, dass Sie da die richtige gefunden haben? Mir ist noch nie so eine lockerer Fox begegnet. Hat sie Ähnlichkeit mit Lissi?« »Nein, sie ist groß und dunkel. Sie hat mir von Ihnen allerdings braune Augen.« »Keine Sorge, ich kann garantieren, dass ich mit Lissis Kind nichts zu tun habe. Abgesehen von allem anderen fand ich sie nie anziehend genug, um mit ihr schlafen zu wollen. Schon gar nicht, nachdem sie angefangen hatte, sich mit diesem Gesindel herumzutreiben.« Diesmal biss Mark doch an. Was für Gesindel? »Irische Wanderarbeiter, die Peter Squires sich holte, um seine Zäune flicken zu lassen. Sie kampierten einen Sommer lang auf einem seiner Felder. Das Ganze war genau besehen ziemlich komisch. Meine Mutter überschlug sich fast in ihrem frommen Eifer, die Kinder zu unterrichten, und rastete völlig aus, als sie entdeckte, dass Lissi mit einem von ihnen vögelte.« »Wann war das?« »Was ist es Ihnen wert?« »Nichts. Ich frage Ihren Vater.« »Der weiß das nicht. Der war damals nicht da. Und meine Mutter hat ihm nie was davon erzählt. Die ganze Sache wurde vertuscht, damit nur ja die Nachbarn nichts erfuhren. Sogar ich habe es erst später gehört. Ich war vier Wochen in Frankreich, und als ich zurückkam, hatte meine Mutter Lissi schon in eisernen Gewahrsam genommen. Das war ein schwerer Fehler. Sie hätte den Dingen ihren natürlichen Lauf lassen sollen.« »Warum?« »Die erste Liebe,« antwortete Leo zynisch. »Es kam nie wieder einer an ihn heran. Für meine arme Schwester war es der erste Schritt auf die schiefe Bahn.« Nancy spannte ihre Oberschenkel bis zum Äußersten an und stieß sich, Wolfie auf ihrer linken Hüfte haltend, vom Sessel ab, um schwankend zum Stehen zu kommen. Ein Windhauch hätte genügt, um sie umzublasen, aber sie hoffte, die Alte würde das nicht merken. »Gehen Sie bitte von der Tür weg, Mrs. Dawson. Wolfie und ich gehen jetzt nach unten.« Vera schüttelte den Kopf. »Fox will seinen Jungen haben?« »Nein.« Verneinungen brachten sie aus der Fassung. Sie begann wieder, ihre Fäuste aneinanderzuschlagen. »Er gehört, Fox.« »Nein,« sagte Nancy mit noch mehr Nachdruck. »Wenn Fox je Vaterrechte hatte, dann hat er sie verwirkt, als er Wolfie seiner Mutter weggenommen hat. Kinder sind nicht das Eigentum der Eltern. Sie sind den Eltern anvertraut, damit diese für sie Sorge tragen. Fox hat nicht für dieses Kind gesorgt.« »Er ist ein braver Junge.« »Komm mal, leg die Füße hoch,« sagte er immer. »Was hat denn Bob schon für dich getan, außer, dass er dich wie eine Dienstmag behandelt hat? Aber der kriegt seine verdiente Strafe. Keine Sorge.« Nancy runzelte die Stirn. »Heißt das, dass Fox nicht Bobs Sohn ist?« Die Alte wurde noch wirrer. »Er ist mein Junge.« »Lissy war die Hure,« zischte sie. »Sie hat's mit anderen Männern getrieben.« »Gut,« sagte Nancy und lupfte Wolfie auf ihrer Hüfte höher. »Mir ist nämlich völlig Schnuppe, mit wie vielen Männern sie es getrieben hat. Hauptsache, Fox ist nicht mein Vater und sie sind nicht meine Großmutter. Und jetzt gehen sie endlich weg, denn ich werde nicht zulassen, dass eine kaltblütige Mörderin mir Wolfie wegnimmt. Sie taugen zu gar nichts, am wenigsten dazu, sich um ein Kind zu kümmern. Vera kreischte vor Wut und Frust. »Sie sind ja so arrogant, genau wie sie. Sie war's. Sie hat die Babys weggetan.« »Von wem sprach sie jetzt?« fragte sich Nancy. »Von Elsa?« Vielleicht gewahrte Vera die Unschlüssigkeit in ihrem Gesicht, denn wieder stach sie mit ihrem gichtigen Finger nach ihr. »Sehen Sie,« rief sie triumphierend. »So klappt es nicht,« hat sie gesagt. »Es ist besser. Wir geben es zu fremden Leuten so viel Kummer und alles umsonst, wo sie es am Ende doch suchen musste.« »Falls Sie von mir sprechen,« sagte Nancy kalt, »kann ich Ihnen nur sagen, dass Mrs. Lockyer Fox recht hatte. Sie sind der letzte Mensch auf der Welt, dem man ein kleines Kind anvertrauen sollte. Man braucht sich ja nur anzusehen, was Sie Ihrem eigenen Kind angetan haben.« Sie setzte sich in Bewegung. Sie befahl Wolfi, den Türknauf zu drehen, rammte rücklinks die alte, sodass sie weichen musste, zog dann aufatmend vor Erleichterung die Tür mit dem Fuß auf und lief in den Korridor hinaus. Leos Stimme nahm einen belustigten Ton an. Als Dad zwei oder drei Monate später nach Hause kam, entdeckte er, dass die Ringe seiner Mutter und ein paar Silbersachen aus den Vitrinen im Erdgeschoss gestohlen worden waren. Keine 24 Stunden, nachdem er zur Tür hereingekommen war. Da können Sie sehen, wie habgierig er ist. Wieder machte er eine Pause und wartete, ob Mark diesmal reagieren würde. »Den Rest kennen Sie ja.« Er stellte die arme Vera zur Rede, und es gab ein riesiges Donnerwetter. Meine Mutter aber verlor kein einziges Wort. »Worüber?« »Lissys Geschichten.« »Was hatten die denn damit zu tun?« »Was glauben Sie denn, wer das Zeug geklaut hatte?« »Ich dachte, Sie hätten sich dazu bekannt.« »Habe ich, ja«, bestätigte Leo mit einem grimmigen Lachen. »Und es war ein Riesenfehler.« »Wer hat es dann gestohlen? Der Freund?« »Quatsch! Für den hätte ich den Kopf bestimmt nicht hingehalten.« »Nein, Lissi war's.« »Sie kam heulend zu mir und erzählte mir, was los war. Ihr Kerl hatte ja eingeredet, er würde sie heiraten, wenn sie genug Geld zusammenbrächte, um mit ihm zusammen nach Gretner Green abzuhauen.« Mark begann wieder die Wand anzustarren. Was war die Lüge? Dass Leo seinen Vater bestohlen hatte, oder dass er nichts gestohlen hatte. »Hat Vera das gewusst?« fragte er. »Natürlich. Sie war ja ein Teil des Problems. Sie vergötterte diesen Gauner, weil er sich bei ihr einschmeichelte. Nach dem, was ich gehört habe, konnte er sehr gewinnend sein. Vera hat für Lissi gelogen, damit Mutter nicht davor, was vorging.« »Warum hat sie sich nicht gewehrt, als ihr Vater sie des Diebstahls bezichtigte?« »Das hätte sie schon getan, wenn man ihr Zeit gelassen hätte. Deshalb kam ja Lissi heulend zu mir.« »Aber wieso hat ihre Mutter dann ihnen geglaubt?« »Es war das Einfachste für sie. Dad hätte ihr Riesenvorwürfe gemacht, weil sie Lissi nicht im Griff hatte. Ich erzählte ihr, ich hätte den Plunder verhökert und das ganze Geld in einem Casino in Deauville verspielt.« »Wird Elisabeth ihre Geschichte bestätigen, wenn ich sie ihrem Vater erzähle?« »Ja.« »Ist Elisabeth bei Ihnen? Kann ich sie sprechen?« »Nein und nein. Ich kann Sie bitten, sie anzurufen, wenn Sie wollen.« »Wo ist sie?« »Das geht sie nun wirklich nichts an.« »Sie wird es Ihnen schon selbst sagen, wenn sie es für richtig hält,« sagte Leo und legte auf.« Nancy setzte Wulfi von ihrer Hüfte ab und zog die Tür zu. »Wir brauchen bloß da lang zu gehen. Die Treppe ist gleich da hinten um die Ecke.« Sie zog leicht an seiner Hand. »Komm, los geht's.« Er blieb zurück. »Was ist denn?« »Ich kann Fox sehen,« sagte er, als im Korridor das Licht ausging. Sobald Mark das Gespräch mit Leo beendet hatte, läutete sein Handy, um ihm Nancys Nachricht zu melden. »Ich gehe nach oben,« sagte er zu Bella. »Anscheinend macht Mrs. Dawson Wulfi Angst.« »Ich komme mit,« erklärte sie energisch. Nancys Instinkte drängten auf sofortigen Rückzug. Ohne sich zu vergewissern, ob Wulfi recht hatte, ließ sie die Hand des Jungen los und öffnete die Tür zu Marks Zimmer wieder. Licht flutete in den Korridor, als sie ihn hastig hineinstieß und dann folgte. Sie vertat keine Zeit, damit sich umzusehen, sondern schlug die Tür zu und lehnte sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen, während sie mit der linken Hand nach einem Schlüssel tastete. Zu spät. Fox war stärker und schwerer als sie, und sie konnte nicht mehr tun, als den Schlüssel an sich zu nehmen, um zu verhindern, dass er von innen abschloss. »Wir rennen jetzt darüber in die andere Ecke«, drängte sie Wulfi. »Los!« Vera, die immer noch dort stand, wo Nancy sie hingestoßen hatte, tat nichts, um sie aufzuhalten, schien sogar erschrocken, als die Tür aufflog und Fox ins Zimmer stürzte. Einen Augenblick lang geschah nichts, außer dass Fox die Faust empor schwang, um die Tür zuzuschlagen, dann schwer atmend zu Nancy hinauf sah, die sich zwischen ihn und seinen Sohn schob. Sie sah einen Mann mit Blut an den Händen, der sie an das Bild von Leo im Speisezimmer erinnerte. Er lächelte über das Erschrecken in ihrem Gesicht, als hätte er darauf gewartet. »Her mit dem Jungen«, befahl er. Sie schüttelte nur den Kopf, ihr Mund war so trocken, dass sie keinen Ton hervorbringen konnte. »Sperr die Tür ab, ma«, herrschte er Vera an. »Nicht, dass Wolfi abhaut, während ich diesem Miststück hier zeige, wo es lang geht.« Aber Vera rührte sich nicht, und erfuhr sie wütend an. »Tu, was dir gesagt wird!« Nancy nutzte den Moment, um hinter ihrem Rücken Wolfi den Schlüssel in die Hand zu drücken. Sie konnte nur hoffen, dass er so schlau sein würde, ihn bei der ersten Gelegenheit aus dem Fenster zu werfen. Gleichzeitig schob sie ihn zu einer Kommode rechts, auf der zwei schwere Buchstützen standen. »Geh weg«, schrie Vera und trommelte vor Fox mit beiden Fäusten in die Luft. »Du bist nicht mein Baby! Mein Baby ist tot!« Fox packte sie an der Gurgel und drückte sie an die Wand. »Halt die Schnauze, du blöde alte Kuh!« Nancy merkte, wie Wolfi aus ihrer Deckung schlüpfte und nach einer Buchstütze griff. »Er ist auch nicht mein Dad«, murmelte er und drückte ihr das schwere Stück in die unverletzte Hand. Alles in allem war es sicher kein Heldentum. Es gab keinen Moment der Überlegung, kein Abwägen der Gefahr, nur einen instinktiven Reflex auf einen Reiz. Es war nicht einmal vernünftig, so zu handeln, aber jedes Mal, wenn er daran dachte, war Mark mächtig stolz auf sich. Als er und Bella die Treppe heraufgekommen und oben um die Ecke gebogen waren, hatten sie ganz kurz die Silhouette eines Mannes gesehen. Dann wurde die Tür zugeschlagen und der Korridor lag wieder im Dunkeln. »Was zum Teufel!« rief er verblüfft. »Fox!« sagte Bella. Der Name wirkte auf ihn wie ein rotes Tuch. Bellas Hand abschüttelnd stürmte Mark den Korridor hinunter und brach durch die Tür ins Zimmer. Bella besaß den stärkeren Selbsterhaltungstrieb von den beiden. Sie hielt kurz inne, um die Treppe hinunter um Hilfe zu rufen, dann rannte auch sie los. Eine Anstrengung, wie sie sie seit Jahren nicht mehr auf sich genommen hatte. Mark war an Fox vorbei, mitten ins Zimmer gestürmt, bevor er Nancy in der Ecke bemerkte. »Hier!« Sie warf ihm die Buchstütze zu, links hinter ihn. Er fing das schwere Stück wie einen Rugbyball und drehte sich auf dem Absatz herum, als Fox Vera losließ und auf ihn losging. Auch Mark vermerkte die erstaunliche Ähnlichkeit mit Leo, aber es war nur ein flüchtiger Eindruck, der verschwand, sobald er in die Augen des Mannes blickte. Als draußen Bellas Hilferuf durch den Korridor schallte, schwang er in der Linken die Buchstütze in die Höhe und rückte gegen den Mann vor. »Damit schlagen Sie mich bestimmt nicht, Mr. Enkerton«, erklärte Fox selbstsicher, während er sich zur Tür schob. »Sie würden mir den Schädel zertrümmern!« Er hörte sich sogar wie Leo an. »Notwehr«, entgegnete Mark ihm in den Weg tretend. »Ich bin unbewaffnet!« »Ich weiß«. Mark täuschte einen Schlag mit der Linken vor, während er mit der Rechten ausholte und einen Haken auf Fox' Kindspitze landete. Grinsend wie ein Irrer tänzelte er davon, während Fox torkelnd zurückblieb. »Gute Arbeit, Kumpel«, sagte Bella atemlos von der Tür her. »Soll ich mich auf ihn draufsetzen? Ich hätte nichts gegen eine kleine Verschnaufpause.« Eine Stunde später wurde Fox in Handschellen nach unten gebracht. Eine erste Durchsuchung hatte mehrere recht interessante Dinge in den großen Taschen von Fox' Mantel zum Vorschein gebracht, nämlich einen Bundschlüssel, die mit denen an Veras Bund identisch waren, ein Bündel 20 Pfundscheine, ein Handy mit einem elektronischen Zusatzgerät zur Stimmenverzerrung und – erschreckend für Mark und Nancy – ein Gewehr mit abgesägtem Lauf in einem Leinenfutteral in seiner linken Achselhöhle. Die Schlüssel, die man bei Fox fand, seine Anwesenheit im Haus und Nancys Bericht, das Vera behauptet hatte, er wäre ihr Sohn, legten die Schlussfolgerung nahe, dass Fox schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit gehabt hatte, sich in Shanstad-Mena frei zu bewegen. Da er es jedoch ablehnte, eine Aussage zu machen, musste die Frage, was er dort getrieben hatte, vorläufig vertagt werden. James wurde gebeten, Haus und Garten vor der für den folgenden Morgen angesetzten polizeilichen Durchsuchung gründlich zu überprüfen, um festzustellen, ob etwas fehlte, und ein kleines Team wurde zum Mainer Lodge hinuntergeschickt, um sich dort umzusehen. Mark nahm Monroe beiseite. Er warf einen Blick zum Wohnzimmer, wo Vera Dawson saß. Der Colonel hat die Anrufe auf Band aufgezeichnet. Sie enthalten Einzelheiten, die nur der Familie bekannt waren. Da lag natürlich die Vermutung nahe, dass die Kinder des Colonel in die Sache verwickelt sind. Deshalb hat er auch keine Anzeige erstattet. Aber es gibt noch eine Person, die in alle familiären Angelegenheiten eingeweiht war. Und das ist Vera Dawson. »Captain Smith berichtete uns, dass Mrs. Dawson sagte, sie hätte Mrs. Lockyer Fox auf Befehl ihres Sohnes in die Kälte hinausgesperrt. Halten Sie das für wahrscheinlich?« »Weiß der Himmel«, sagte Mark und seufzte. »Sie ist völlig verwirrt.« Vera konnte ihnen nicht weiterhelfen. Vor sich hin wimmernd saß sie wie ein Häufchen Elend im Wohnzimmer. Nancy ihrerseits berichtete über die Rolle, die Vera ihren eigenen Worten zufolge bei Elsas Tod gespielt hatte. Über ihre Bemerkung, dass für die Verstümmelung und den Tod des Hundes ein anderer als Fox verantwortlich sei. »Ich glaube nicht, dass man sich auf irgendwas, was sie sagt, verlassen kann«, erklärte Simonro. »Sie wiederholt immer wieder die gleichen Floskeln. Sie leiert sie gebetsmühlenartig herunter, aber es ist schwer zu sagen, ob irgendetwas Wahres daran ist.« Das, was die Alte über Nancys Abstammung gesagt hatte, behielt sie für sich. Das Schreckgespenst der Blutsverwandtschaft mit Vera Dawson schien endgültig gebannt, doch in Bezug auf Fox waren ihre geheimen Ängste noch nicht verschwunden. Tief im Innern graute ihr vor der Erkenntnis, dass Vera zumindest in dieser Hinsicht die Wahrheit gesprochen hatte.« Mark ging mit seinem Handy in den Garten. »Ich gebe Ihnen ein Versprechen«, sagte er außer Hörweite des Hauses zu Leo. »Sie sind in den nächsten fünf Minuten ehrlich mit mir, und ich werde versuchen, Ihren Vater dazu zu bewegen, das Testament wieder einzusetzen. Interessiert?« »Vielleicht«, antwortete Leo hörbar amüsiert. »Kennen Sie einen Mann, der sich Fox Evil nennt? Nein, wer ist das?« Vera behauptet, er wäre ihr Sohn, und sie hätte ihm bei der Ermordung ihrer Mutter geholfen. »Guter Gott«, rief Leo ehrlich überrascht und sagte nach einer kurzen Pause, »Nein, Mark, es kann gar nicht wahr sein. Sie ist offensichtlich verwirrt. Ich weiß, dass sie meine Mutter tot auf der Terrasse gesehen hat und der Anblick sie stark erschüttert hat. Ich habe sie nämlich nach der Beerdigung angerufen, um mich dafür zu entschuldigen, dass ich nicht mit ihr gesprochen hatte. Und da sagte sie mir immer wieder, wie schrecklich kalt meiner Mutter gewesen sein müsse. Sie hat sich wahrscheinlich selbst eingeredet, dass es ihre Schuld war.« »Was ist mit ihrer Behauptung, dieser Mann sei ihr Sohn? Das ist Unsinn. Sie hat keinen Sohn. Mein Vater weiß das. Ich war ihr Goldjunge.« Mit nachdenklich gekranster Stirn blickte Mark zurück zum Haus. »Okay. Fox Evil ist vorhin wegen Einbruchs festgenommen worden, und er hatte ein elektronisches Gerät zur Stimmenverzerrung bei sich. Hat Ihr Vater Ihnen erzählt, dass die Inzestbeschuldigungen fast alle von jemandem vorgebracht wurden, der wie Darth Vader sprach?« »Ich dachte, er hätte nur gebellt,« sagte Leo säuerlich. »Weiter von entfernt. Der Typ ist ein Psychopath. Er hat ihre Nichte mit einem Hammer angegriffen, und bei seiner Festnahme wurde ein Gewehr mit abgesägtem Lauf bei ihm gefunden. Mist. Ist sie okay?« Die Betroffenheit klang echt. »Der Arm ist gebrochen und eine Rippe, aber sie lebt. Der springende Punkt ist aber, dass wegen dieses Stimmenverzerrerts Herr Verdacht besteht, dass sie und ihre Schwester in die Geschichte verwickelt sind. Mrs. Bartlett hat der Polizei erzählt, sie hätten irgendwann im Oktober Verbindung zu ihr aufgenommen, um sie mit Elizabeth zusammenzubringen, die ihr dann alles über den Missbrauch ihres Vaters an ihr erzählt hätte. Da Darth Vader fortwörtlich die gleichen Dinge, wie Mrs. Bartlett gesagt hat, liegt natürlich die Schlussfolgerung nahe, dass sie und ihre Schwester diesen Schurken auf ihren Vater angesetzt haben. »So ein Blödsinn,« widersprach Leo empört. »Die naheliegende Schlussfolgerung ist, dass die Bartlett hinter der ganzen Sache steckt.« »Was ist mit Elizabeth? Ist es möglich, dass man sie ohne ihr Wissen überredet hat, sich an so einer Geschichte zu beteiligen?« »Machen Sie sich nicht lächerlich!« »Was ist daran so lächerlich?« Er wartete gespannt. Sie sagten, sie sei nie über ihre erste Liebe hinweggekommen. Vielleicht ist der Bursche wieder aufgekreuzt. »Nie im Leben! Das war ein feiges Schwein!« »Hören Sie, Mark, wenn das was hilft, ich kann beweisen, dass Mrs. Bartlett nie mit Lissy gesprochen hat, jedenfalls nicht im Oktober. Wenn doch, hätte sie sich auf der Intensivstation vom St. Thomas Hospital mit ihr unterhalten müssen. Hat diese Person der Polizei von Infusionen und Monitoren erzählt?« Mark war erschrocken. »Was fehlt ihr denn? Ende September hat plötzlich ihre Leber nicht mehr mitgemacht. Seitdem muss sie immer wieder ins Krankenhaus. Sonst lebt sie bei mir.« Mark war erschüttert. »Das tut mir leid.« »Ja.« »Sie hätten es ihrem Vater sagen sollen.« »Warum?« »Na hören Sie mal, Leo. Das wird ihn furchtbar treffen.« »Ich habe ihr versprochen, um keinem Menschen etwas zu sagen.« »Warum möchte Elisabeth nicht, dass es jemand erfährt?« Es blieb lange still, und als Leo sprach, war seine Stimme nicht ganz fest. Sie möchte lieber in aller Stille sterben, als festzustellen, dass es niemanden kümmert. Als Fox schließlich heruntergebracht wurde, bat man James, im Vestibül zu warten, um zu sehen, ob er ihn erkannte. »Lassen Sie sich Zeit, Sir«, sagte Monroe zu James, als Fox von zwei Polizisten flankiert oben auf der Treppe erschien. Aber James erkannte ihn sofort. »Liam Sullivan«, sagte er, als der Mann die Treppe hinuntergeführt wurde. »Ich habe allerdings nie geglaubt, dass das sein wahrer Name ist.« »Woher kennen Sie ihn?«, fragte Monroe. »Er ist ein Dieb, der die Güte meiner Frau auf die gemeinste Weise ausgenutzt hat.« Er trat vor und zwang die beiden Constables mit Fox anzuhalten. »Warum?«, fragte er nur. Fox lächelte. »Sie sind wie der Mount Everest, Colonel«, antwortete er, den Bariton des alten Mannes perfekt nachäffend, »nicht vor der Stelle zu weichen.« »Was wollten Sie denn erreichen?« »Da müssen Sie schon Leo und Lissi fragen. Ich bin nur die bezahlte Hilfskraft.« »Sie lügen«, sagte James zornig. »Ich weiß, dass Vera Ihnen eine Menge Unsinn über Ihre Ähnlichkeit mit Leo eingeredet hat, aber das ist auch die einzige Verbindung, die Sie zu unserer Familie haben.« Fox lächelnd wurde breiter. »Hat Ihre Frau Ihnen nie von Lissi und mir erzählt?« »Nein, offensichtlich nicht.« Er verfiel in irischen Dialekt. »Ihre Tochter hat gern harte Männer gehabt, Colonel, am liebsten harte Iren.« »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Fox sah Mark an. »Aber Mr. Ankerton weiß es,« sagte er. James wandte sich Mark zu. »Ich verstehe nicht.« Mark zuckte mit den Schultern. »Ich glaube Mr. Sullivan auch nicht,« sagte er. »Ich vermute, Vera hat ihm irgendwelche Klatschgeschichten erzählt, und er versucht jetzt, sie zu seinem Vorteil auszuschlachten.« Fox machte ein belustigtes Gesicht. »Was glauben Sie wohl, warum Elsa meine Rechnung bezahlt hat? Das war nicht Güte. Sie wollte die schmutzigen Details von Lissis Liebesleben vertuschen, vor allem ihre Leidenschaft für Männer, die sie an ihren Bruder erinnerten.« Monroe griff ein, bevor James oder Mark etwas sagen konnten. »Woher kennen Sie ihn, Sir?« James stützte sich halssuchend am Treppenpfosten ab. Er sah aus, als hätte Fox ihm einen tödlichen Flagg versetzt. Er hat im Sommer 1998 unser zweites Gesindehaus, das inzwischen verkauft ist, besetzt und ersitzungsrecht geltend gemacht. Meine Frau hatte Mitleid mit ihm, weil er eine Frau und zwei kleine Kinder bei sich hatte. Er brach ab, offensichtlich in Zweifel über die Berechtigung von Elsas Mitleid. Und weiter drängte Monroe. »Elsa überredete mich, die Familie bleiben zu lassen, bis sie eine Unterkunft für sie gefunden hätte, die sie sich leisten konnte. Und dieser Mensch hier«, er wies auf Fox, »nützte derweilen eine flüchtige Ähnlichkeit mit meinem Sohn dazu aus, auf unsere Kosten einzukaufen. Meine Frau bezahlte die Rechnung, und als mir die Sache schließlich zu Ohren kam, war er samt seiner Familie verschwunden und hatte Schulden hinterlassen, die sie nicht bezahlen konnte. Ich musste das Gesindehaus verkaufen, um sie zu begleichen.« Er trat plötzlich vor und schlug Fox ins Gesicht. »Wie konnten sie es wagen, sich hier noch einmal blicken zu lassen? Was haben sie meiner Frau dieses Mal vorgelogen?« Mit einem gehässigen Lächeln richtete Fox sich auf. »Ich habe ihr die Wahrheit gesagt«, entgegnete er. »Ich habe ihr gesagt, wer der Vater von Lissys kleinem Bankert ist.« »Meine Frau hätte ihn niemals geglaubt«, sagte James aufgebracht. »Oh doch, sie hat mir geglaubt, Colonel. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass Sie der Vater seien. Das war Lissys Idee. Sie meinte, um Mrs. Bartlett richtig aufzuhetzen, bräuchte es starken Tobak.« Hilflos wandte James sich Mark zu. »Sie macht mir alle Ehre, finden Sie nicht auch, Mr. Ankerton?« Mark schüttelte den Kopf. »Sie hätten sich nicht auf Vera als Informationsquelle verlassen sollen, Fox.« »Sie hat Daten immer schon durcheinander geschmissen.« »Der irische Wanderarbeiter war zwei Jahre vor Elisabeths Schwangerschaft hier.« Er zeigte mit ausgestrecktem Finger direkt auf Fox' Herz. Schon deswegen hätte Mrs. Lockyer Fox ihnen nicht geglaubt. Ganz gleich, woran sie gestorben ist, wie sie gestorben ist. Sie wusste, dass es zwischen ihrer Enkelin und ihnen keine Verbindung gab. Fox schwieg. »Haben Sie sie getötet?« fragte Mark direkt. »Nein. Ich war an dem Abend nicht dort.« Nancy kam durch den Korridor nach vorn. Vera sagte, er wollte Elsa erpressen. Sie wirkte ganz klar auf mich. Anscheinend sagte Elsa, sie würde lieber sterben, als ihm Geld zu geben. Daraufhin befahl er Vera, die Tür abzuschließen, und Elsa ihm zu überlassen. Fox' Blick flog kurz in ihre Richtung. »Mrs. Dawson, verwechselt mich mit Leo. Vielleicht sollten Sie diese Fragen dem Sohn des Colonel stellen, Mr. Enkerten.« Mark lächelte dünn. »Wenn Sie nicht Tier waren.« »Wo waren Sie dann?« Mark sah einen Schweißtropfen die Schläfe des Mannes hinuntergleiten. »Wo sind Fair und Welpy?« fragte er, als Fox nicht antwortete. Fox wandte sich an Monroe. »Haben Sie vor, Ihren Job zu machen, Sergeant, oder wollen Sie zulassen, dass der Anwalt des Colonel mich verhört?« Monroe zuckte mit den Schultern. »Sie sind belehrt worden, Sie haben das Recht zu schweigen wie jeder andere, fahren Sie fort, Sir«, forderte er Mark auf. Ich kann Ihnen die Fakten nennen, die ich kenne, Sergeant. Er sammelte sich. Erstens. Elisabeth hatte im Alter von 15 Jahren tatsächlich ein kurzes Verhältnis mit einem irischen Wanderarbeiter. Er überredete sie, für ihn zu stehlen, und ihr Bruder nahm den Diebstahl auf sich, um sie zu schützen. Vera wusste mit Sicherheit von dieser Liaison, denn sie log für Elisabeth, wenn Elisabeth sich heimlich mit dem Mann traf. Nach dieser Episode war das Vertrauen in diesem Haus oft das katastrophalste zerstört, und es wurde nie wiederhergestellt. Vor allem Vera fühlte sich schlecht behandelt, weil der Colonel sie dieses Diebstahls beschuldigt hatte. Und ich bezweifle, dass Mrs. Lockyer-Fox sich ihr gegenüber je wieder so verhielt wie früher. Ich bin überzeugt, sie war der Meinung, Vera habe Elisabeth in ihrem Tun ermutigt. Er legte James beschwichtigend die Hand auf den Arm, als dieser etwas einwerfen wollte. Zweitens. Mit siebzehn bekam Elisabeth ein Kind, das zur Adoption freigegeben wurde. Vera wusste natürlich von dem Kind und seiner Adoption, ich vermute allerdings, dass sie diese beiden Episoden durcheinandergebracht hat. Und das ist der Grund, weshalb dieser Mann hier glaubt, der irische Wanderarbeiter wäre der Vater des Kindes gewesen. Er beobachtete Scharf-Fox-Gesicht. Der einzige noch lebende Mensch, der, abgesehen von Vera, deren Aussage nicht stimmt, den irischen Wanderarbeiter identifizieren kann, ist Elisabeth. Und sie schildert ihn als einen weit älteren Mann, der der Vater der meisten Kinder war, die zu seiner Umgebung gehörten. Sie lügt, rief Fox. Dann steht ihr Wort gegen das Wort Elisabeth. Wenn sie sie nicht identifizieren kann, wird die Polizei ihre eigenen Schlüsse über die Glaubwürdigkeit ihrer Angaben ziehen, auch in Bezug auf den Tod von Mrs. Lockheyer-Fox. Unschlüssigkeit spiegelte sich für einen Moment in den hellen Augen wieder. Der Colonel bemerkte eben, dass Vera diesem Mann hier allerhand Unsinn eingeredet hat, was seine Ähnlichkeit mit Leo anbelangt. Ich vermute, es war genau umgekehrt. Er bediente sich seiner Ähnlichkeit mit Leo, um Vera allerhand Unsinn weiß zu machen. Ich kann nicht behaupten, dass ich weiß, warum er das tat, vielleicht einfach, weil er beim ersten Mal festgestellt hatte, wie leicht sich damit Geld machen ließ und sein Glück noch einmal versuchen wollte. Er machte eine kurze Pause. Viertens und letztens das Wichtigste. Weder Leo noch Elisabeth haben Elinor Bartlett je kennengelernt noch gesprochen. Was auch immer das für eine Nummer ist, die dieser Mensch hier abzieht, die Kinder von Colonel Lockheyer-Fox haben nichts damit zu tun. Mrs. Bartlett war aber sehr sicher, wandte Monroe ein. Dann lügt sie. Oder sie ist selbst hinters Licht geführt worden, sagte Mark mit Entschiedenheit. Ich würde vorschlagen, sie arrangieren eine Gegenüberstellung, um zu sehen, ob sie Fox erkennt. Er und eine blauäugige Blondine könnten wahrscheinlich bei jemandem, der die beiden immer nur aus der Ferne gesehen hat, leicht als Leo und Elisabeth durchgehen. Können Sie beweisen, dass die beiden nichts mit der Sache zu tun haben? Ja. Er schob James die Hand unter den Ellbogen, um ihn zu stützen. Die Tochter des Colonel liegt im Sterben. Sie hatte ein unheilbares Leberleiden und muss seit September immer wieder ins Krankenhaus. Hätte sie sich im Oktober mit Mrs. Bartlett getroffen, so hätte dieses Treffen im St. Thomas Hospital stattfinden müssen. Es war sehr raffiniert gemacht. Eine doppelte Rückwand im vorderen Gepäckraum, aber eine scharfäugige Kollegin Barkers entdeckte das Versteck, weil ihr auf einer der Metallplatten etwa von halber Höhe abwärts ein schmaler Streifen abgeschabten Lachs auffiel, so breit wie ein Meißel vielleicht. Bei Tageslicht wäre er nicht sichtbar gewesen, aber im Licht ihrer Taschenlampe hob sich das nackte Metall blitzend von der grauen Lackierung ab. »Clever«, sagte Barker bewundernd, als auf minimalen Druck mit einem Messer ein Schnepper aufsprang, der es erlaubte, die Platte zu heben und ganz aus dem Scharnier zu nehmen, indem sie auf der anderen Seite verankert war. Er richtete den Strahl seiner Lampe durch die gut einen Quadratmeter große Öffnung in den circa dreißig Zentimeter tiefen Raum dahinter. »Sieht aus, als hätte er sämtliche Herrenhäuser Englands ausgeraubt.« Die Polizistin kletterte in den Gepäckraum und spähte mit zusammengekniffenen Augen hinter die Platte auf der linken Seite. »Hier ist noch mehr«, sagte er aufdrückte. Sie klappte die Platte nach unten. »Was meinen Sie, wie viel davon gehört dem Körnel?« Barker führte den Lampenstrahl über die Bilder und das Silber, die den Hohlraum füllten. »Keine Ahnung, aber man sollte doch meinen, der alte Knabe hätte das Verschwinden der Sachen bemerkt.« Er ging weiter zum nächsten Gepäckfach. »Vermutlich werden wir auch hier fündig. Wollen Sie Ihr Glück mal versuchen?« Die Polizistin kroch gehorsam in den Hohlraum, spielte wieder mit ihrem Messer und ließ ein befriedigendes Grunzen hören, als die Platte aufsprang. »Heiliger Strohsack«, sagte sie angesichts dessen, was sich hinter der Platte verbarg. »Was hat der denn vor? Will er die Weltbank überfallen?« Der Lichtstrahl von Barkers Lampe wanderte über eine Reihe Pistolen und Gewehre mit abgesägten Läufen, die mit Klammern an der Rückwand befestigt waren. Fox' Festnahme zog weit überschenstert hinaus reichende Kreise, als der Bus endlich systematisch auseinandergenommen und Beweise aufgedeckt wurden, die sich zu einer konkreten Spur verdichteten. Er war sorglos gewesen in der Wahl der Dinge, die er mit sich herumgetragen hatte. Ein zweites Handy mit einem Arsenal gespeicherter Nummern und Anrufe, das es der Polizei ermöglichte, seine Spur zu verfolgen, Schlüssel zu einer Privatgarage, deren Standort festgestellt werden konnte, Reisepässe, Führerscheine, einige auf Frauen ausgestellt und, in den Augen der Polizei das Besorgniserregendste, blutbefleckte Kleidungsstücke, die er anscheinend als Trophäen in einem Geheimfach im Boden versteckt hatte. Die Leute von Schenstedt bekamen die Konsequenzen direkter und in geballter Ladung zu spüren, als am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags Polizisten von Haus zu Haus gingen, um die Bewohner davon zu unterrichten, dass man einen Mann festgenommen hatte, der in Verdacht stand, Bob Dawson getötet zu haben. Alle nahmen die Neuigkeit mit Entsetzen auf und wollten Näheres wissen. Die Geschichte verbreitete sich über die Grenzen des Tals hinaus, sobald die Presse Wind von ihr bekam. Das Tal wurde von den Medien gestürmt, sobald am frühen Morgen des 27. die Straßensperren aufgehoben wurden und wer gehofft hatte, diskret im Hintergrund bleiben zu können, erlebte eine herbe Enttäuschung. Schenstedt, Mäner und das Wäldchen blieben weiterhin unter polizeilicher Bewachung, aber die Familien auf den Pachthöfen, die Bartlets und die Weldens sahen sich Presse, Funk und Fernsehen hilflos ausgeliefert. Des größten Interesses erfreute sich Schenstedt Haus. Elinor hatte das graue Elend und hockte in der Küche, während Julian, kaum besser aussehend, in seinem Arbeitszimmer hinter geschlossenen Vorhängen auf und ab ging. Jedes Mal, wenn er versuchte, Gemma auf ihrem Handy zu erreichen, wurde er zur Voicemail umgeleitet und ebenso erging es ihm bei seinen Anrufen bei Dick Welden. Er wusste nicht, wen er außer der Polizei anrufen sollte, und am Ende tat er das und bat darum, mit Sergeant Monroe verbunden zu werden. »Wir brauchen Hilfe«, sagte er. »Was sollen wir tun, wenn diese Bande irgendwo von den Anrufen meiner Frau erfährt?« Monroe entschuldigte sich, um mit jemandem im Hintergrund zu sprechen. »Ich komme später zu Ihnen raus, Sir«, sagte er dann. »Bis dahin sollten Sie und Ihre Frau sich am besten einfach nicht sehen lassen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden...« »Sie können mich doch nicht so abspeisen«, unterbrach Julian ärgerlich. »Wir werden von diesen Mistkern da draußen praktisch belagert.« »Es geht allen gleich, Sir. Sie müssen Geduld haben.« »Ich habe aber keine«, fuhr er Monroe an. »Sie sagten gestern Abend, Prue Welden glaubte, Darth Vader wäre einer der Landfahrer. Begreifen Sie da nicht, in was für einer exponierten Position wir uns befinden, wenn die Verbindung meiner Frau zu diesem Mann ans Licht kommt?« »Im Augenblick haben wir keinen Anlass, die Ereignisse des gestrigen Abends mit den anonymen Anrufen ihrer Frau in Verbindung zu bringen.« »Ganz recht«, knurrte Julian. »Dann würden Sie vielleicht freundlicherweise jetzt jemanden vorbeischicken, der sich mit den Reportern vor meinem Haus befasst. Ich habe mit dieser ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun und werde wie ein Krimineller behandelt.« »Ich schicke einen Wagen, Sir.« »Gut, tun Sie das«, Julian knallte den Hörer auf die Gabel. Monroe legte mit einem nachdenklichen Lächeln zu seinem Inspektor den Hörer auf. »Ich habe ihm ja gesagt, dass er über kurz oder lang anrufen würde. Er scheißt sich in die Hosen vor Angst, möchte wissen, was Fox ausgesagt hat. Er möchte dringend das Haus verlassen. Ich weiß nur nicht, ob um abzuhauen oder um Beweismaterial verschwinden zu lassen. Wahrscheinlich beides. »Glauben Sie im Ernst, dass er dahinter steckt?« Monroe zuckte mit den Schultern. »Ich bin jedenfalls überzeugt, dass er seine Frau mit einer gerissenen Inszenierung reingelegt und dazu gebracht hat, die Anrufe zu machen. Er war gestern Abend viel zu locker. Ich habe ihn genau beobachtet. Er hat sie behandelt wie die letzte Idiotin. Vielleicht hat er sie nur gegen die einmalige Bezahlung eines festen Betrags in die Sache verwickelt.« »Möglich.« »Aber er hat hohe Ausgaben. Die Forderungen der Ehefrau, die Forderungen der Freundin, das Pferd, die Jagd, der Weinkeller. Wir sprechen hier von einem Mann, der über das mittlere Management nie hinausgekommen ist und sich mit 55 vorzeitig in den Ruhestand hat versetzen lassen. Und jetzt lebt er hier wie Gott in Frankreich.« Er schüttelte den Kopf. »Das reimt sich doch nicht zusammen.« »Fox stellt ihn als den größten Waffenschieber in ganz Europa hin. Halten Sie das für wahrscheinlich?« »Nein«, sagte Monroe. »Ich vermute, er war am Silber und an den Bildern beteiligt und bekommt ein Herzinfarkt, wenn er von den Waffen hört. Aber dass Fox ihm die Akte gegeben hat, das stimmt meiner Meinung nach.« Bartlett wusste, wer Captain Smith war. »Aber Wetter ist langweilte, Fox, Vera Dawson für sich stehlen zu lassen. Er wollte selbst ins Haus. Die angewendete Methode, den alten Mann in einen Zustand der Erschöpfung und der Wut zu treiben, der ihn veranlasste, sich nachts mit einem Gewehr bewaffnet auf seine Terrasse zu setzen, während Fox von der anderen Seite ins Haus schlich, lässt auf Bartlett schließen. Er ist ein übler Typ. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den Hund des Körnels umgebracht hat, um noch mehr Druck zu machen.« Der Inspektor rutschte von der Schreibtischkante. »Focks Verfolgung dieser Familie hat etwas sehr Persönliches. Glauben Sie, dass er über dieses Verhältnis mit der Tochter die Wahrheit sagt? Für die Psychiater wäre es ein gefundenes Fressen. Verwöhnte tochterreicher Eltern, Junge aus kleinsten Verhältnissen.« »Wir werden nachfragen, sobald wir mit Elisabeth Lockerherfock sprechen können.« »Sie wird es Captain Smith zuliebe bestreiten.« »Hoffentlich,« sagte Monroe. »Dieser Mann ist ein Vieh. Wenn er wirklich glaubte, die Frau sei seine Tochter, warum hat er sie dann angegriffen?« Der Inspektor trat zum Fenster, weil er sie nicht als Individuum sieht, sondern nur als Angehörige einer Familie, von der er förmlich besessen ist. Der Körnel und sein Sohn wollten sich sofort zu DNA-Analysen zur Verfügung stellen, um zu beweisen, dass zwischen ihnen und Fox keine Verwandtschaft besteht.« Monroe nickte. »Ich weiß. Ich habe mit Enkerton gesprochen. Er argumentiert, dass die Ähnlichkeit mit Leo Lockerher Fox rein zufällig ist, aber eben diese Ähnlichkeit Fox dazu trieb, die Familie nicht mehr in Ruhe zu lassen.« »Hm.« Aber Captain Smith lehnt ein DNA-Vergleich ab? »Auf Enkert ins Rad hin.« Monroe massierte sich mit Daumen und Zeigefinger den Nasenrücken. »Sie ist eine nette Person, und es gibt überhaupt keinen Anlass, sie zu zwingen, sich Gewisser darüber zu verschaffen, wer ihr Vater ist. Das berührt den Fall überhaupt nicht.« Der Inspektor nickte. »Hat Fox was darüber gesagt, wie er und Bartlett wieder zusammengekommen sind?« Das ist der Schlüssel zu der Frage, wer alles geplant hat. »1997, als Fox zum ersten Mal hier war, haben sie sich sicher getroffen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Bartlett wusste, wo Fox zu finden war, nachdem dieser sich aus dem Staub gemacht hatte. Logische Überlegung sagt mir, dass Fox den Kontakt aufgenommen hat.« Er behauptet, es wäre eine Zufallsbegegnung im Wäldchen gewesen. Bartlett hätte gedroht, ihn wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen anzuzeigen, weil er sich als Leo ausgab, wenn er ihn an diesem Geschäft nicht beteilige. Was tat Fox denn im Wäldchen? »Er wollte das Herrenhaus auskundschaften. Er sagt, er hätte von Mrs. Lockyer Fox tot gelesen und hätte das Terrain sondieren wollen. Er leugnet nicht, dass er zum Stehen hergekommen war, aber er bestreitet, dass er vorhatte, das ganze Haus zu plündern, wie Bartlett das wollte. Bartlett soll gesagt haben, der Könnel sei leichte Beute. Man müsse ihn nur so weit bringen, dass er sich völlig zurückziehe. Dann würde wochenlang kein Mensch merken, dass das Haus leergeräumt worden war.« »Nehmen Sie ihm das ab?« Der Sergeant zuckte mit den Schultern. »Es ist zweifellos das, was Fox plante, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Bartlett da mitgemacht hätte. Die Vermummung ist der Schlüssel. Ich vermute, es sollte so laufen, dass sich während der Feiertage aller Interesse auf die Landfahrer konzentrierte und Fox und Bartlett dies genutzt hätten, um ins Herrenhaus einzudringen. Sie hätten den Könnel gefesselt, das Haus ausgeplündert und den alten Mann dann hilflos zurückgelassen. Wenn er Glück gehabt hätte, wäre er noch lebend gefunden worden, wahrscheinlich von Bob oder Vera Dawson und hätte uns gesagt, die Landfahrer seien für die Tat verantwortlich.« Der Inspektor verschränkte die Arme. »Oder er hätte infolge des Telefon-Terrors seinen Sohn beschuldigt.« »Ziemlich raffiniert das Ganze. Fox sagte, sie hätten vorgehabt, die Bänder mitzunehmen, damit wir von den Anrufen gar nichts erfahren würden. Ich glaube deshalb, dass er vorhatte, den alten Mann zu töten.« »Aber dann erschienen Mark Ankerten und Nancy Smith auf der Bildfläche.« »Genau.« »Was hat Fox darüber gesagt?« »Dass Bartlett trotzdem losschlagen wollte.« »Wie denn?« »Über Vera Dawson.« Der Inspektor postete amüsiert. »Diese Frau ist ihm wirklich sehr nützlich. Er schiebt ihr alles in die Schuhe.« »Er weiß offensichtlich, wie man mit Frauen umgeht. Schauen Sie sich die Bartlett und die Welden an.« »Der reinste Hexensabbat«, sagte der Inspektor verdrossen.« »Also, was ist jetzt mit der Ehefrau und der Welden?« »Ankerten will ihre Köpfe rollen sehen, aber der Colonel will sie nicht belangen, weil er nicht möchte, dass die Inzestvorwürfe der Öffentlichkeit breitgetreten werden.« Monroe strich sich das Kinn. »Festnahme und Verwarnung? Jedem 15-Jährigen würde das am Arsch vorbeigehen, aber zwei bissigen alten Weibern könnte man damit vielleicht für alle Zeit einen gehörigen Schrecken einjagen.« Nancy und Bella saßen nebeneinander am Wohnzimmerfenster und beobachteten James und Wolfi im Garten. Bella berührte tröstend Nancys Schulter. »Es ist besser, Sie erfahren es jetzt, Schätzchen. Außerdem hat er mir nämlich erzählt, dass Sie in einem Versteck in Foxbus Kinder- und Frauenkleidung gefunden haben. Sie glauben, er hat die Sachen als Trophäen aufgehoben, wie die Fuchsschwänze, die er überall aufgehängt hat.« Nancy sprang Tränen in die Augen. »Weiß Wolfi davon?« »Es geht nicht nur um ein Kind und eine Frau, Nancy. Martin sagt, Sie haben zehn verschiedene Kleidungsstücke gefunden, alle in unterschiedlichen Größen. Sie lassen sie auf DNA-Spuren untersuchen, um zu sehen, wie viele verschiedene es sind. Im Moment schaut's aus, als hätte Fox in Massen gemordet.« »Warum denn?« fragte Nancy hilflos. »Das weiß ich auch nicht.« Bella hob die Schultern und seufzte tief. »Ich vermute, diesem Scheißkerl hat das auch noch Spaß gemacht. Wahrscheinlich hat er sich groß und mächtig gefühlt, wenn er Menschen umgebracht hat, nach denen kein Hahn gekräht hat.« »Und warum hat er Wolfi am Leben gelassen? Was glauben Sie?« »Es klingt verrückt, ich weiß. Aber ich denke, dass Fox ihn gern hatte. Er ist ein mutiger, kleiner Bursche. Vielleicht hatte dieser Mistkerl aus irgendeinem Grund an dem Jungen einen Narren gefressen, wer weiß.« »So wie es Wolfi erzählt, hat Fox ihn mit irgendwelchen Drogen zugedröhnt, bevor er seine Mutter und den kleinen Bruder umgebracht hat.« »Wolfi hat das nur mitbekommen, weil er aufwachte, als sein Bruder anfing, nach ihm zu rufen.« »Ich denke, man kann davon ausgehen, dass Fox ihn betäubt hat, damit er ihn nicht auch töten musste.« Die Fotografen ärgerten sich, dass aufgrund des Verbots der Vorverurteilung keine ihrer Aufnahmen von Julian Bartlett im Widerstand gegen die Staatsgewalt vor Abschluss des Prozesses gegen ihn veröffentlicht werden durfte. Der Mann schäumte vor Wut, als ihm Sergeant Monroe im Beisein mehrerer Beamter einen Horstdurchsuchungsbefehl präsentierte. Er wollte seine Horstür zuschlagen, und als das nicht gelang, ergriff er eine Reitpeitsche, die im Vestibül auf dem Tisch lag, und schlug mit ihr nach Monros Gesicht. Monroe, jünger und besser in Form, fing den Schlag ab, indem er Bartlett beim Handgelenk packte und ihm den Arm auf den Rücken drehte, bevor er ihn in Richtung Küche abführte. Was er sagte, konnte keiner draußen hören, aber die Reporter schrieben alle mit großer Selbstverständlichkeit. Mr. Julian Bartlett, Shanstad House, wurde um 11.43 Uhr wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten festgenommen. Eleanor sah fassungslos zu, wie man ihrem Mann nach dem Hinweis auf seine Rechte Handschellen anlegte und ihn in ein anderes Zimmer führte, während gleichzeitig die Durchsuchung des Hauses begann. Sie schien unfähig zu begreifen, dass die Aufmerksamkeit der Polizei sich einzig auf ihren Mann richtete und nicht auf sie. Erst als Monroe ihr eine Reihe von Fotografien vorlegte und fragte, ob sie jemanden darauf erkenne, öffnete sie endlich den Mund. »Den da«, flüsterte sie, auf Fox deutend. »Könnten Sie mir seinen Namen nennen, Mrs. Bartlett?« »Leo Locker, Herr Fox.« »Und würden Sie mir erklären, woher Sie ihn kennen?« Sie befeuchtete ihre Lippen. »Er hat mir geschrieben. Ich habe ihn in London zusammen mit seiner Schwester getroffen.« »Sehen Sie auf den anderen Aufnahmen jemanden, den Sie kennen? Lassen Sie sich ruhig Zeit, sehen Sie sich die Bilder genau an.« Sie schien zu glauben, es sei ein Befehl und nahm mit zitternden Fingern jedes einzelne Bild zur Hand, um es mehrere Sekunden lang zu betrachten. »Nein«, sagte sie schließlich. Monroe nahm eine der Aufnahmen heraus und schob sie ihr hin. »Das ist Leo Locker, Fox, Mrs. Bartlett. Sind Sie sicher, dass nicht er der Mann war, den Sie getroffen haben?« Das letzte bisschen Farbe wich aus ihrem Gesicht. Sie nickte stumm. Monroe legte ihr weitere Fotos auf den Tisch. »Kennen Sie eine oder mehrere dieser Frauen?« Sie beugte sich vor und starrte die Gesichter an. »Nein.« Und wieder nahm er eine Aufnahme heraus. »Das ist Elizabeth Locker, Fox, Mrs. Bartlett. Sie sind sicher, dass das nicht die Frau ist, mit der Sie gesprochen haben?« »Ja.« Mit Tränen in den Augen sah sie ihn an. »Ich verstehe das nicht, Sergeant. Die Frau, mit der ich gesprochen habe, war so überzeugend. Kein Mensch könnte diese Gebrochenheit spielen.« Monroe zog den Stuhl auf der anderen Seite des Tischs heraus. Wenn er ihren Mann im Sack hatte, war noch Zeit genug, sie das Fürchten zu lehren. Im Moment brauchte er ihre Kooperation. »Wahrscheinlich, weil sie vor dem Mann Angst hatte, der sich Leo nannte,« sagte er, »und setzte sich zu ihr.« »Vielleicht hat sie Ihnen auch tatsächlich die Wahrheit gesagt, Mrs. Bartlett, aber dann war es ihre eigene Geschichte und nicht die von Elizabeth Locker, Herr Fox.« »Aber ich verstehe das nicht. Warum hat sie es getan?« Sie starrte Fox' Bild an. »Wer ist dieser Mann? Warum hat er das getan?« Monroe stützte sein Kinn in die offene Hand. »Sagen Sie, sie es mir, Mrs. Bartlett. Zwei Menschen, denen sie völlig fremd waren, können wohl kaum gewusst haben, dass sie an einer erfundenen Klatschgeschichte über Colonel Locker, Herr Fox interessiert sein würden. Woher wussten die beiden, dass sie die Geschichte glauben würden? Woher wussten sie, dass sie eine gute Freundin hatten, Mrs. Welden, die für Telefonterror sofort zu haben wäre? Woher wussten sie, dass sie beide glaubten, der Colonel hätte seine Frau ermordet?« Er schüttelte mitleidig den Kopf. »Es kann doch nur jemand, der ihnen sehr nahe steht, die beiden auf sie aufmerksam gemacht haben. Meinen Sie nicht auch?« Sie war wirklich von einer bodenlosen Dummheit. »Jemand, der James nicht mag,« meinte sie, »was hätte das Ganze sonst für einen Sinn gehabt?« »Man hat sie benutzt, um ein Verwirrspiel zu treiben. Ihre Anrufe sollten den Colonel Glauben machen, er könne keinem Menschen mehr trauen, nicht einmal seinen eigenen Kindern. Ihre Aufgabe«, er lächelte dünn, »die sie hervorragend erfüllt haben, war es, einen wehrlosen alten Menschen in Verwirrung und Erschöpfung zu stürzen. Während er sich auf sie konzentrierte, und dank ihren Anschuldigungen auf seine Kinder wurde er beraubt.« Er zog fragend die Augenbrauen hoch. »Wer kannte sie gut genug, um sie so zu manipulieren?« »Wer wusste von ihrem Groll gegen die Familie locker, Herr Fox?« »Wer fand es erheiternd, sie seine Schmutzarbeit tun zu lassen.« Im Shanstad House war, wie Monroe seinem Inspektor hinterher erzählte, die Hölle los, als Elinor Bartlett begriff, dass ihr Mann sie doppelt betrogen hatte. Einmal in Schwung gebracht, startete sie durch. Sie hatte den Stand ihrer gemeinsamen Finanzen zum Zeitpunkt des Umzugs genau im Gedächtnis. Den etwaigen Wert von Juliens Wertpapierdepot, den Betrag seiner Vorruhestandsabfindung sowie die Höhe der minimalen Pensionszahlungen, die er bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahres monatlich bezog. Mit Feuereifer stellte sie eine Liste ihrer eigenen Ausgaben seit dem Umzug nach Dorset auf, die sämtliche Kosten für Renovierung und Verschönerung des Hauses einschloss. Die Liste der ihr bekannten Ausgaben ihres Mannes umfasste zwei volle Seiten, wobei die in den E-Mails an GS erwähnten Geschenke am Ende der Aufstellung einzeln aufgeführt waren. Selbst Elinor war fähig zu erkennen, dass die Ausgaben, die Einnahmen weit überstiegen, folglich von irgendwoher Geld geflossen sein musste. Sie leistete der Polizei weitere Unterstützung. Monroe hatte sie ausdrücklich gebeten, nach einer Akte mit Briefen von Colonel Lockyer Fox an Captain Nancy Smith zu suchen, und als sie den Hefter schließlich in den Tiefen eines Müllsacks fand, den sie Julian am Morgen hatte hinaustragen sehen, überreichte sie ihn mit triumphierender Geste. Und gekrönt wurde ihr Triumph noch durch die Entdeckung eines Darth Vader-Stimmenverzerrers, den einer der Beamten unter Kaffeesatz und Rosenkohlresten ausgrub. »Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich nichts damit zu tun hatte«, erklärte sie schrill. Monroe schloss den Beutel und sah Elinor an. »Er wird natürlich behaupten, nichts davon zu wissen«, sagte er nüchtern zu dem Beamten. »Es sei denn, seine Frau kann beweisen, dass ihr diese Sachen noch nie zu Gesicht gekommen sind. Es leben zwei Personen hier im Haus, und im Augenblick gibt es keinen Hinweis darauf, wer von beiden der Schuldige ist.« Der Fuchs ist tot Wie gestern gemeldet wurde, ist Fox Evil, der Mann, der als Verdächtiger im Mittelpunkt einer der größten Morduntersuchungen der letzten zehn Jahre stand, in einem Londoner Krankenhaus an einem inoperablen Gehirntumor gestorben. Er war vor zehn Tagen aus der Krankenstation des Böllmorsch-Gefängnisses, wo er auf seinen Prozess wartete, dorthin verlegt worden. Brian Wells, 45, alias Liam Sullivan, alias Fox Evil, ist bis zu seinem Ende ein Rätsel geblieben. Seine Weigerung, bei den Ermittlungen mit der Polizei zusammenzuarbeiten, führte zu einer landesweiten Großfahndung nach vermisst gemeldeten Personen. Wells gilt sowohl als charmanter Verführer als auch als ein Mann, der bei seinen nächtlichen Einbrüchen vor nichts zurückschreckte. Seine Festnahme sorgte im vergangenen Jahr für große Aufregung in der Öffentlichkeit, als die Polizei bekannt gab, dass er verdächtigt werde, drei Frauen und sieben Kinder, deren Leichen bis heute nicht gefunden wurden, brutal erschlagen zu haben. Die Polizei schöpfte ersten Verdacht, als Wells am 26. Dezember vergangenen Jahres in der kleinen Ortschaft Shanstad in Dorset festgenommen wurde, wo er mit anderen Landfahrern zusammen auf einem brachliegenden Grundstück ein Lager aufgeschlagen hatte. Er wurde beschuldigt, Nancy Smith, 28, Offizier des Heeres, mit einem Hammer angegriffen und Robert Dawson, 72, Gärtner, ermordet zu haben. Handfeuer, Waffen und Diebesgut wurden in seinem Fahrzeug sichergestellt. Die Ermittlungen weiteten sich aus, als ein Zeuge aussagte, er habe gesehen, wie Wells eine Frau und ein Kind ermordete. Wenige Stunden später wurden in einem geheimen Versteck unter dem Boden des Busses blutige Kleidungsstücke von sieben kleinen Kindern und drei Frauen gefunden. Die Polizei fürchtete sogleich, dass es sich um die Trophäen eines wahnsinnigen Mörders handelte. Die grausigen Verbrechen, insbesondere die brutale Ermordung von sieben unschuldigen Kindern, ließen die Menschen nicht unberührt. Sie waren eine erschütternde Mahnung daran, wie verletzlich die Menschen sind, die am Rand der Gesellschaft leben. Einige der Leute, die mit Wells entschänztet waren, bezeichneten ihn als Chamäleon. Er konnte Stimmen nachahmen, erzählte Bella Preston, 36. Oft stand er nur ein paar Meter weg und wir merkten überhaupt nicht, dass er da war. Ich glaube, er hat gern Menschen beobachtet, um zu sehen, wie sie ticken. Warum Wells Robert Dawson ermordete und Nancy Smith überfiel, bleibt so rätselhaft wie der Mann selbst. Es ist bekannt, dass er 1997 ein Gesinderhaus besetzte, das zum Gut Schenstedt-Mainer gehörte und dort drei Monate lang mit einer Frau und drei kleinen Kindern lebte. Es ist ferner bekannt, dass er sich auf betrügerische Weise bereichert hat, indem er sich für den Sohn des Gutsbesitzers Leo Lockheyer Fox ausgab, mit dem er angeblich Ähnlichkeit hatte. Der Profiler William Hayes bietet eine ganz andere Interpretation. Wells angenommener Name Fox Evil lässt auf eine fantasierte Beziehung zu dieser Familie schließen. Er wusste sehr viel über diese Leute, bevor er 1997 das Haus auf ihrem Anwesen besetzte. Ursprünglich wollte er vielleicht nur eine Ähnlichkeit mit dem Sohn des Gutsbesitzers ausnützen, aber dann keimte etwas in seinem Gehirn, das zur Obsession wurde. Man begegnete ihm anfangs mit Großzügigkeit, besonders die Frau des Gutsbesitzers, die sich um die Frau und die kleinen Kinder in seiner Begleitung sorgte. Es ist möglich, dass ihre Güte in ihm ein falsches Gefühl der Zugehörigkeit geweckt hat, das sehr schnell in Zorn umschlug, als er entdeckte, dass es ihr einzig darum ging, seiner Partnerin zu helfen, sich seinem Einfluss zu entziehen. Es ist wahrscheinlich, dass diese unbekannte Frau und ihre Kinder seine ersten Opfer waren. Wenn ja, wären alle seine späteren Morde für ihn stark mit der Familie Lockyer-Fox verbunden gewesen. Dem vorliegenden Beweismaterial kann man entnehmen, dass Wells' Verhaltensmuster, das im Jahr 1997 noch in hohem Maß planvoll war, bis zum 26. Dezember 2001 immer mehr zu absoluter Planlosigkeit verfiel. Aus welchen Gründen auch immer er sich Familien zulegte. Sie scheinen einem Zweck gedient zu haben, bis Langeweile und oder Lust am Töten ihn dazu trieb, sie zu ermorden. Nur Wochen nachdem er zwei Angehörige seiner Landfahrerscheinfamilie mit einem Hammer erschlagen hatte, fiel er mit demselben Hammer über den Gärtner und eine Angehörige seiner anderen Scheinfamilie her. Seine geistige Zerrüttung war vielleicht zum Teil dem wachsenden Tumor in seinem Gehirn zuzuschreiben, aber es kommt bei Serienmördern nicht selten vor, dass sie in eine Art unkontrollierter Gewaltspirale geraten. Es ist denkbar, dass er wusste, was mit ihm geschah. Er ließ einen Zeugen der Morde im November am Leben und er richtete seine Mordlust zuletzt gegen Menschen, von denen er wusste, dass sie ihn erkennen würden. Die unausweichliche Folgerung ist, dass er gefasst und in seiner Raserei aufgehalten werden wollte. Bella Preston vertritt eine ganz andere Meinung. Er war böse. Er hat Frauen und Kinder benutzt, bis er das Interesse an ihnen verlor. Dann hat er sie getötet. Er war schlimmer als jedes Raubtier. Er hat aus Lust getötet. Anfang November 2002 Nancy öffnete die Pforte zu Elsas toskanisch anmutendem Innenhof. Die Töpfe waren mit Chrysanthemen, Herbstastern und Stiefmütterchen bepflanzt. Jemand hatte das Kopfsteinpflaster gefegt. Fenster und Tür der alten Spülküche waren neu lackiert. Sie öffnete die Tür zur alten Spülküche. »Hallo, Bella«, sagte Nancy von der Tür her. Bella stieß einen Freudenschrei aus und lief auf Nancy zu, um sie in ihre kräftigen Arme zu nehmen. »Ich hab doch gewusst, dass sie kommen!« Nancy ließ sich in die Küche ziehen. »Wow«, sagte sie, die frisch gestrichenen Wände betrachtend. »Es sieht toll aus, Bella, und es riecht fantastisch.« »Das ist alles mit Liebe gemacht, Schätzchen!« Sie umschloss Nancys Gesicht mit den Händen. »Wieso kommen Sie hinten rein? Sie sind der Ehrengast!« Nancy lächelte. »Ich wollte mich einfach durch den Korridor schleichen und erst mal unauffällig unters Volk mischen.« »Unauffällig! Mark hängt seit Stunden rum wie ein Bär mit Kopfschmerzen, und der Colonel schaut seit gestern jede Minute auf die Uhr.« Bella wandte sich ab, um ein Glas Champagner einzuschenken. »Kommen Sie! Trinken Sie sich ein bisschen Mut an!« Nancy trank einen Schluck Champagner. »Ist Wulfi heute auch hier?« »Na klar! Zusammen mit seinen Pflegeeltern!« Spricht er über das, was war? »Manchmal. Fox' Tod hat ihn ziemlich kalt gelassen. Er sagte zu mir, es wäre doch gut, dass er gestorben sei, wenn das bedeutet, dass keiner von uns vor Gericht muss. Ich denke, es geht uns allen mehr oder weniger ähnlich.« »Ja,« bestätigte Nancy. Bella beschäftigte sich wieder mit den belegten Brötchen. »Hat Mark Ihnen erzählt, dass Julian Bartlett vor zwei Wochen verknackt worden ist?« Nancy nickte. Er sagte, er hätte aus heiterem Himmel seine Nichtschuldig-Erklärung zurückgenommen und mildernde Umstände wegen persönlicher Probleme geltend gemacht. »Ja, ist ja auch echt problematisch, eine Ehefrau und eine Geliebte gleichzeitig zufriedenzustellen.« Bella kicherte. Nancy war erheitert. »Was hat Bartlett gesagt?« Bella lachte leise. »Nichts.« Der hat sich nur nachträglich noch in die Hose gemacht vor Schiss, als Monroe ihm eröffnete, wie viele Menschen Fox vermutlich umgebracht hat. Die Presse weiß nicht mal die Hälfte. Gegenwärtig beläuft sich die Zahl auf dreißig, und sie steigt. Fox war ein gemeiner Sadist. Die Bullen vermuten, dass jeder beschissene Fuchsschwanz in seinem Bus nicht nur für einen Fuchs, sondern auch für einen Menschen dahing. Nancy trang noch einen Schluck Champagner. »Haben Sie Vera mal gesehen?« »Nein, aber jeder, der ins Pflegeheim kommt, kriegt zu hören, was sie zu sagen hat.« Sie drehte sich herum und umfasste Nancys Hand. »Ich weiß, dass Mark Ihnen von den Fotos erzählt hat, die die Polizei bei Vera im Haus gefunden hat, die von Fox und Elizabeth, als sie noch Teenager waren. Anscheinend stieß er zu den Wanderarbeitern, die hierher kamen, um Mr. Squires Zäune zu flicken. Es bedeutet gar nichts für sie, aber Vera erzählt immer wieder, sie wären Fox Tochter.« Nancy schwenkte den Champagner in ihrem Glas und sah zu, wie die Bläschen platzten. Mark hatte sie ein- oder zweimal gefragt, ob sie irgendetwas von Elizabeth wünsche. Sie hatten beide gewusst, wovon er sprach, aber jedes Mal hatte Nancy verneint. Jetzt war's zu spät. Elizabeth war im April gestorben, nachdem sie mit ihrem Vater Frieden geschlossen hatte, aber nicht mit dem Kind, das sie weggegeben hatte. Ihr einziges Geschenk an Nancy war ein kurzer, handgeschriebener Brief. »Ich habe so viel zu bereuen in meinem Leben, aber ich bereue es nicht, dich, John und Mary Smith anvertraut zu haben. Ich bin mir ganz sicher, es war das Beste, was ich in meinem Leben getan habe. In Liebe, Elizabeth.« »Hoffen wir, dass Vera nicht recht hat«, sagte Nancy leichthin. »Sonst habe ich von der einen Seite einen Gehirntumor geerbt und von der anderen Leberzirrhose.« »Jetzt hören Sie aber auf«, rief Bella, »Zirrhose ist doch nicht erblich, an der ist man selber schuld. Und Sie wissen genau, dass Fox nicht ihr Vater ist. Das war ein großer, gut aussehender Kerl, mit braunen Augen, einem klugen Kopf und einem weichen Herz. Alles andere würde gegen die Natur verstoßen.« Nancy lächelte. »Schätzchen, kommen Sie jetzt mit mir rein!« Eine schreckliche Scheu überfiel Nancy. »Vielleicht sollte ich noch mal rausgehen und ordentlich zur Haustür reinkommen.« Sie merkte, wie ihr jemand einen Mantel um die Schultern legte. »Ich habe einen besseren Einfall«, sagte Mark. Er nahm sie bei der Hand und führte sie in den Korridor. »Wir gehen erst mal eine Runde spazieren, das wird ihr gut tun nach der Fahrt und in einer halben Stunde werfen wir einen diskreten Blick durchs Wohnzimmerfenster und sehen, wie alles läuft, wie hört sich das an.« Nancy entspannte sich sofort. »So gut wie das letzte Mal«, sagte sie.